Das Kybalion Eine Betrachtung der hermetischen Philosophie des alten Ägypten und Griechenlands Von drei Eingeweihten Die Lippen der Weisheit sind verschlossen, außer für die Ohren des Verstehens. Einführung Wir freuen uns sehr, den Studierenden der Geheimlehre dieses kleine Werk vorlegen zu können, das auf den uralten hermetischen Lehren beruht. Es ist so wenig über dieses Thema geschrieben worden, ungeachtet der zahllosen Hinweise auf die Lehren in den vielen Werken über Okkultismus, dass die vielen ernsthaft Suchenden nach den arkanen Wahrheiten zweifellos das Erscheinen dieses Bandes begrüßen werden. Der Zweck dieses Werkes ist nicht die Verkündigung einer speziellen Philosophie oder Doktrin, sondern vielmehr, den Studierenden eine Erklärung der Wahrheit zu geben, die dazu dient, die vielen Teile des okkulten Wissens, die sie vielleicht erworben haben, die aber scheinbar gegensätzlich sind und die oft dazu dienen, den Anfänger im Studium zu entmutigen und zu verwirren, in Einklang zu bringen. Unsere Absicht ist es nicht, einen neuen Tempel des Wissens zu errichten, sondern dem Schüler einen Generalschlüssel in die Hand zu geben, mit dem er die vielen inneren Türen des Tempels des Mysteriums durch die Hauptportale öffnen kann, die er bereits betreten hat. Kein Teil der okkulten Lehren, die die Welt besitzt, wurde so streng gehütet wie die Fragmente der hermetischen Lehren, die im Laufe der vielen Jahrhunderte, die seit der Lebenszeit ihres großen Begründers, Hermes Trismegistus, des Schreibers der Götter, der im alten Ägypten lebte, als die heutige Menschheit noch in den Kinderschuhen steckte, überliefert worden sind. Als Zeitgenosse Abrahams und, wenn die Legenden wahr sind, als Lehrer dieses ehrwürdigen Weisen, war und ist Hermes die große zentrale Sonne des Okkultismus, deren Strahlen dazu dienten, die zahllosen Lehren zu erhellen, die seit seiner Zeit verkündet worden sind. Alle fundamentalen und grundlegenden Lehren, die in den esoterischen Lehren aller Völker enthalten sind, können auf Hermes zurückgeführt werden. Selbst die ältesten Lehren Indiens haben zweifellos ihre Wurzeln in den ursprünglichen hermetischen Lehren. Aus dem Land am Ganges wanderten viele erfahrene Okkultisten ins Land Ägypten und saßen zu den Füßen des Meisters. Von ihm erhielten sie den großen Schlüssel, der ihre divergierenden Sichtweisen erläuterte und miteinander in Einklang brachte. Und so wurde die Geheimlehre begründet. Auch aus anderen Ländern kamen die Gelehrten, die alle Hermes als den Meister der Meister betrachteten. Und sein Einfluss war so groß, dass trotz der vielen Irrwege, die die Lehrer jahrhundertelang in diesen verschiedenen Ländern gegangen sind, immer noch eine gewisse grundlegende Ähnlichkeit und Übereinstimmung zu finden ist, die den vielen und oft recht unterschiedlichen Theorien zugrunde liegt, die von den Okkultisten dieser verschiedenen Länder heute unterhalten und gelehrt werden. Der Student der vergleichenden Religionswissenschaft wird in der Lage sein, den Einfluss der hermetischen Lehren in jeder Religion zu erkennen, die diesen Namen verdient und die der Menschheit heute bekannt ist, ob es sich nun um eine tote Religion handelt oder um eine, die in unserer Zeit in voller Blüte steht. Es gibt immer eine gewisse Übereinstimmung, trotz der widersprüchlichen Merkmale, und die hermetischen Lehren wirken als der großartige Vermittler. Das Lebenswerk des Hermes scheint eher darauf ausgerichtet gewesen zu sein, die große Saat der Wahrheit zu pflanzen, die in so vielen verschiedenen Formen gewachsen und aufgeblüht ist, als eine philosophische Schule zu gründen, die das Denken der Welt beherrschen würde. Aber nichtsdestoweniger wurden die ursprünglichen Wahrheiten, die er lehrte, in ihrer ursprünglichen Reinheit von einigen wenigen Männern in jedem Zeitalter bewahrt, die, indem sie eine große Anzahl von unreifen Schülern und Anhängern ablehnten, der hermetischen Sitte folgten und ihre Wahrheit den wenigen vorbehielten, die bereit waren, sie zu verstehen und zu bewältigen. Von Mund zu Mund wurde die Wahrheit unter den wenigen weitergegeben. In jeder Generation gab es in den verschiedenen Ländern der Erde immer einige Eingeweihte, die die heilige Flamme der hermetischen Lehren am Leben hielten. Und diese waren immer bereit, ihr Licht zu nutzen, um die schwächeren Lampen der Außenwelt wieder anzuzünden, wenn das Licht der Wahrheit durch Vernachlässigung schwach und trübe wurde und wenn die Dochte durch Fremdstoffe verstopft wurden. Es gab immer einige wenige, die treu den Altar der Wahrheit hüteten, auf dem die immerwährende Lampe der Weisheit brannte. Diese Männer widmeten ihr Leben der Tätigkeit der Liebe, die der Dichter in seinen Zeilen so gut beschrieben hat. Oh, laß die Flamme nicht erlöschen! Behütet von Zeitalter zu Zeitalter in ihrer dunklen Höhle, in ihren heiligen Tempeln, genährt von reinen Dienern der Liebe, laß die Flamme nicht erlöschen! Diese Männer haben sich nie um die Zustimmung des Volkes oder um eine große Zahl von Anhängern bemüht. Diese Dinge sind ihnen gleichgültig, denn sie wissen, wie wenige es in jeder Generation gibt, die für die Wahrheit bereit sind oder die sie erkennen würden, wenn sie ihnen vorgelegt würde. Sie behalten ihre Perlen der Weisheit für die wenigen Auserwählten, die ihren Wert erkennen und sie in ihren Herzen tragen, anstatt sie vor die materialistischen, vulgären Schweine zu werfen, die sie im Schlamm zertreten und mit ihrer ekelhaften geistigen Nahrung vermischen würden. Aber dennoch haben diese Männer niemals die ursprünglichen Lehren des Hermes vergessen, die sich auf die Weitergabe der Worte der Wahrheit an diejenigen beziehen, die bereit sind, sie zu empfangen und die im Kybalion wie folgt dargelegt werden. Wo die Fußstapfen des Meisters Die Lippen der Weisheit sind verschlossen, außer für die Ohren des Verstehens. Manche haben diese Haltung der Hermetiker kritisiert und behauptet, sie hätten mit ihrer Politik der Abgeschiedenheit und Zurückhaltung nicht die richtige Haltung gezeigt. Aber ein kurzer Blick zurück in die Geschichte zeigt die Weisheit der Meister, die wußten, wie töricht es war, der Welt etwas beibringen zu wollen, wozu sie weder bereit noch willens war, es zu empfangen. Die Hermetiker haben nie versucht, Märtyrer zu sein und saßen stattdessen schweigend mit einem mitleidigen Lächeln auf ihren geschlossenen Lippen, während die Heiden laut um sie herum wüteten, in ihrem üblichen Vergnügen die ehrlichen, aber fehlgeleiteten Enthusiasten zu töten und zu foltern, die sich einbildeten, sie könnten den Barbaren die Wahrheit aufzwingen, die nur von den Auserwählten verstanden werden konnte, die auf dem Pfad fortgeschritten waren. Und der Geist der Verfolgung ist noch nicht im Lande erloschen. Es gibt bestimmte hermetische Lehren, die, wenn sie öffentlich verkündet würden, einen großen Schrei der Verachtung und Verschmähung von Seiten der Menge auf die Lehre ziehen würden. In diesem kleinen Werk haben wir uns bemüht, eine Vorstellung von den grundlegenden Lehren des Kybalion darzustellen, in dem wir dir die Arbeitsprinzipien vermitteln und es dir überlassen, sie selbst anzuwenden, anstatt zu versuchen, die Lehre im Detail auszuarbeiten. Wenn du ein wahrer Schüler bist, wirst du in der Lage sein, diese Prinzipien auszuarbeiten und anzuwenden. Wenn nicht, dann musst du dich zu einem solchen entwickeln, denn sonst werden die hermetischen Lehren für dich nur Worte sein. Die drei Eingeweihten Kapitel 1 Die hermetische Philosophie Die Lippen der Weisheit sind verschlossen, außer für die Ohren des Verstehens. Das Kybalion Aus dem alten Ägypten stammen die grundlegenden esoterischen und okkulten Lehren, die die Philosophien aller Völker und Nationen seit mehreren tausend Jahren so stark beeinflusst haben. Ägypten, die Heimat der Pyramiden und der Sphinx, war die Geburtsstätte der verborgenen Weisheit und der mystischen Lehren. Von ihrer Geheimlehre haben alle Nationen etwas übernommen. Indien, Persien, Kaldäer, Medea, China, Japan, Assyrien, das antike Griechenland, Rom und andere Länder des Altertums nahmen reichlich am Festmahl des Wissens teil, das die Hierophanten und Meister des Landes der Isis so freizügig für diejenigen bereitstellten, die bereit waren, an dem großen Vorrat an mystischem und okkultem Wissen teilzuhaben, den die Vordenker dieses alten Landes zusammengetragen hatten. Im alten Ägypten lebten die großen Adepten und Meister, die im Laufe der Jahrhunderte, die seit den Tagen des großen Hermes vergangen sind, nie übertroffen und nur selten erreicht wurden. In Ägypten befand sich die große Loge der Logen der Mystiker. An den Türen ihrer Tempel traten die Neophyten ein, die später als Hierophanten, Adepten und Meister zu den vier Ecken der Erde reisten und das kostbare Wissen mit sich trugen, dass sie bereit und bestrebt waren, an diejenigen weiterzugeben, die bereit waren, es zu empfangen. Alle Studenten des Okkulten erkennen die Schuld, an die sie diesen ehrwürdigen Meistern dieses alten Landes schulden. Aber unter diesen großen Meistern des alten Ägyptens wohnte einst einer, den die Meister als »den Meister der Meister« anriefen. Dieser Mann, wenn er wirklich ein Mann war, lebte in den frühesten Tagen in Ägypten. Er war bekannt als Hermes Trismegistus. Er war der Vater der okkulten Weisheit, der Begründer der Astrologie, der Entdecker der Alchemie. Die Einzelheiten seiner Lebensgeschichte sind der Geschichte verloren gegangen, da die Jahre verstrichen sind, obwohl mehrere der alten Länder miteinander um die Ehre stritten, sein Geburtsort gewesen zu sein, und das vor Tausenden von Jahren. Das Datum seines Aufenthalts in Ägypten, seiner letzten Inkarnation auf diesem Planeten, ist heute nicht bekannt, aber es wurde auf die frühen Tage der ältesten Dynastien Ägyptens festgelegt, lange vor den Tagen von Moses. Die wichtigsten Autoritäten betrachten ihn als einen Zeitgenossen Abrahams, und einige der jüdischen Überlieferungen gehen so weit, zu behaupten, dass Abraham einen Teil seines mystischen Wissens von Hermes selbst erworben hat. Im Laufe der Jahre, nachdem er diese Ebene verlassen hatte, der Überlieferung nach lebte er 300 Jahre, vergötterten die Ägypter Hermes und machten ihn unter dem Namen Tod zu einem ihrer Götter. Jahre später machten ihn auch die Griechen zu einem ihrer vielen Götter und nannten ihn Hermes, den Gott der Weisheit. Die Ägypter verehrten sein Andenken viele Jahrhunderte lang, ja, Dutzende von Jahrhunderten, und nannten ihn den Schreiber der Götter und verliehen ihm seinen antiken Titel Trismegistus, was so viel bedeutet wie der dreimal Große, der Großartige, der Größte. In allen Ländern des Altertums wurde der Name Hermes Trismegistus verehrt, da er gleichbedeutend war mit der Quelle der Weisheit. Noch heute verwenden wir den Begriff hermetisch im Sinne von geheim, versiegelt, so dass nichts entweichen kann, und zwar aufgrund der Tatsache, dass die Anhänger des Hermes in ihren Lehren stets das Prinzip der Geheimhaltung beachteten. Sie wollten keine Perlen vor die Säue werfen, sondern hielten sich vielmehr an die Lehre Milch für die Kleinen und Fleisch für die Starken. Beides Maximen, die den Lesern der christlichen Schriften vertraut sind, die aber von den Ägyptern schon Jahrhunderte vor der christlichen Zeitrechnung verwendet wurden. Und diese Politik der sorgfältigen Verbreitung der Wahrheit hat die Hermetiker immer ausgezeichnet, sogar bis zum heutigen Tag. Die hermetischen Lehren sind in allen Ländern und unter allen Religionen zu finden, aber niemals mit einem bestimmten Land oder einer bestimmten religiösen Sekte identifiziert. Das liegt an der Warnung der alten Lehrer, die Geheimlehre nicht zu einem Glaubensbekenntnis werden zu lassen. Die Weisheit dieser Warnung ist für alle Geschichtsstudenten offensichtlich. Der alte Okkultismus Indiens und Persiens degenerierte und ging weitgehend verloren, weil die Lehrer zu Priestern wurden und so die Theologie mit der Philosophie vermischten, was dazu führte, dass der Okkultismus Indiens und Persiens allmählich in der Masse des religiösen Aberglaubens, der Kulte, Glaubensbekenntnisse und Götter unterging. So war es auch im antiken Griechenland und Rom. So war es auch mit den hermetischen Lehren der Gnostiker und der frühen Christen, die zur Zeit Konstantins verloren gingen, dessen eiserne Hand die Philosophie mit der Decke der Theologie erstickte, wodurch die christliche Kirche das verlor, was ihre eigentliche Essenz und ihren Geist ausmachte und was sie dazu veranlasste, mehrere Jahrhunderte lang zu suchen, bevor sie den Weg zurück zu ihrem alten Glauben fand, wobei die Anzeichen für alle aufmerksamen Beobachter in diesem 20. Jahrhundert offensichtlich sind, dass die Kirche jetzt darum kämpft, zu ihren alten, mystischen Lehren zurückzukehren. Aber es gab immer einige wenige treue Seelen, die die Flamme am Leben hielten, sie sorgsam pflegten und nicht zuließen, dass ihr Licht erlosch. Und dank dieser unerschütterlichen Herzen und furchtlosen Geister haben wir die Wahrheit noch immer bei uns. Aber sie ist nicht in Büchern zu finden, nicht in großem Umfang. Sie wurde von Meister zu Schüler, von Eingeweihten zu Hierophanten, von Mund zu Ohr weitergegeben. Wenn sie überhaupt niedergeschrieben wurde, wurde ihre Bedeutung in Begriffen der Alchemie und Astrologie verschleiert, sodass nur diejenigen, die den Schlüssel besaßen, sie richtig lesen konnten. Dies war notwendig, um den Verfolgungen durch die Theologen des Mittelalters zu entgehen, die die Geheimlehre mit Feuer und Schwert, Scheiterhaufen, Galgen und Kreuz bekämpften. Bis heute gibt es nur wenige zuverlässige Bücher über die hermetische Philosophie, obwohl sie in vielen Büchern über verschiedene Phasen des Okkultismus erwähnt wird. Und doch ist die hermetische Philosophie der einzige Schlüssel, der alle Türen der okkulten Lehren öffnen kann. In den frühen Tagen gab es eine Zusammenstellung bestimmter grundlegender hermetischer Lehren, die von Lehrer zu Schüler weitergegeben wurde und als das Kybalion bekannt war, wobei die genaue Bedeutung und der Sinn des Begriffs seit mehreren Jahrhunderten verloren gegangen sind. Diese Lehre ist jedoch vielen bekannt, denen sie über die Jahrhunderte hinweg von Mund zu Ohr weitergegeben wurde. Soweit wir wissen, wurden ihre Regeln nie niedergeschrieben oder gedruckt. Es handelte sich lediglich um eine Sammlung von Maximen, Axiomen und Geboten, die für Außenstehende unverständlich waren, aber von den Schülern leicht verstanden wurden, nachdem die Axiome, Maximen und Gebote von den hermetischen Eingeweihten ihren Neophyten erklärt und vorgelebt worden waren. Diese Lehren bildeten in Wirklichkeit die Grundprinzipien der Kunst der hermetischen Alchemie, die sich entgegen der allgemeinen Auffassung eher mit der Beherrschung der geistigen Kräfte als mit den materiellen Elementen befasste, mit der Umwandlung einer Art geistiger Schwingungen in andere statt mit der Verwandlung eines Metalls in eine andere Art. Die Legende vom Stein der Weisen, der unedles Metall in Gold verwandelt, war eine Allegorie, die sich auf die hermetische Philosophie bezog und von allen Schülern des wahren Hermetismus leicht verstanden wurde. In diesem kleinen Buch, von dem dies die erste Lektion ist, laden wir unsere Schüler ein, die hermetischen Lehren zu untersuchen, wie sie im Kybalion dargelegt sind und wie sie von uns, den bescheidenen Schülern der Lehren, erklärt werden, die zwar den Titel eingeweihtet tragen, aber immer noch Schüler zu Füßen von Hermes, dem Meister sind. Wir geben dir hier viele der Maximen, Axiome und Gebote des Kybalion, begleitet von Erklärungen und Illustrationen, die wir für geeignet halten, die Lehren für den modernen Schüler leichter verständlich zu machen, zumal der Originaltext absichtlich in obskuren Begriffen verschleiert ist. Die ursprünglichen Maximen, Axiome und Gebote des Kybalion sind hier kursiv gedruckt, wobei der entsprechende Hinweis gegeben wird. Unsere eigene Arbeit ist in der üblichen Weise im Hauptteil des Werkes abgedruckt. Wir vertrauen darauf, dass die vielen Studenten, denen wir dieses kleine Werk anbieten, ebenso viel Nutzen aus dem Studium seiner Seiten ziehen werden, wie die vielen, die vor uns gegangen sind und denselben Pfad zur Meisterschaft durch die Jahrhunderte beschritten haben, die seit den Zeiten von Hermes Trismegistus, dem Meister der Meister, dem Großgroßen vergangen sind. Mit den Worten des Kybalion »Wo die Schritte des Meisters die Erde berühren, öffnen sich die Ohren derer, die für seine Lehre bereit sind. Wenn die Ohren des Schülers bereit sind zu hören, dann kommen die Lippen, um sie mit Weisheit zu füllen.« Das Kybalion Gemäß den Lehren wird die Übergabe dieses Buches an diejenigen, die für die Unterweisung bereit sind, die Aufmerksamkeit erregen, die Lehre zu empfangen. Und ebenso, wenn der Schüler bereit ist, die Wahrheit zu empfangen, wird dieses kleine Buch zu ihm oder zu ihr kommen. Das ist das Gesetz. Das hermetische Prinzip von Ursache und Wirkung in seinem Aspekt des Gesetzes der Anziehung wird Lippen und Ohr zusammen bringen, Schüler und Buch in Verbindung bringen. So möge es sein. Kapitel 2 Die sieben hermetischen Prinzipien Die Prinzipien der Wahrheit sind sieben. Wer sie kennt und versteht, besitzt den magischen Schlüssel, durch dessen Berührung sich alle Türen des Tempels öffnen. Das Kybalion Die sieben hermetischen Prinzipien, auf denen die gesamte hermetische Philosophie beruht, lauten wie folgt. Erstens das Prinzip des Mentalismus. Zweitens das Prinzip der Korrespondenz. Drittens das Prinzip der Schwingung. Viertens das Prinzip der Polarität. Fünftens das Prinzip des Rhythmus. Sechstens das Prinzip von Ursache und Wirkung. Siebtens das Prinzip des Gender. Diese sieben Prinzipien werden im weiteren Verlauf dieser Lektionen besprochen und erklärt. Eine kurze Erläuterung jedes einzelnen Prinzips kann jedoch ebenso gut an dieser Stelle gegeben werden. Das Prinzip des Mentalismus. Alles ist Geist. Das Universum ist geistig. Das Kybalion. Dieses Prinzip verkörpert die Wahrheit, dass alles Geist ist. Es erklärt, dass das All, das die substanzielle Realität ist, die all den äußeren Manifestationen und Erscheinungen zugrunde liegt, die wir unter den Begriffen materielles Universum, Lebensphänomene, Materie, Energie und kurz gesagt all dem, was für unsere materiellen Sinne sichtbar ist, kennen, dass das All Geist ist, der an sich unbekannt und unbestimmbar ist, der aber als universeller, unendlicher, lebender Geist betrachtet und gedacht werden kann. Es erklärt auch, dass die ganze phänomenale Welt oder das Universum einfach eine mentale Schöpfung des Ganzen ist, die den Gesetzen der geschaffenen Dinge unterworfen ist, und dass das Universum als Ganzes und in seinen Teilen oder Einheiten seine Existenz im Geist des Ganzen hat, in welchem Geist wir leben und uns bewegen und unser Sein haben. Dieses Prinzip, das die mentale Natur des Universums festlegt, erklärt auf einfache Weise all die vielfältigen mentalen und psychischen Phänomene, die einen so großen Teil der öffentlichen Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen und die ohne eine solche Erklärung unverständlich sind und sich einer wissenschaftlichen Behandlung entziehen. Das Verständnis dieses großen hermetischen Prinzips des Mentalismus befähigt den Einzelnen, die Gesetze des mentalen Universums leicht zu erfassen und sie für sein Wohlergehen und seinen Fortschritt anzuwenden. Der hermetische Schüler wird in die Lage versetzt, die großen mentalen Gesetze auf intelligente Weise anzuwenden, anstatt sie willkürlich zu benutzen. Mit dem Meisterschlüssel in seinem Besitz kann der Schüler die vielen Türen des mentalen und psychischen Tempels des Wissens aufschließen und ihn frei und intelligent betreten. Das Prinzip erklärt die wahre Natur von Energie, Kraft und Materie und warum und wie all diese der Meisterschaft des Geistes untergeordnet sind. Einer der alten hermetischen Meister schrieb vor langen Zeiten, wer die Wahrheit über die mentale Natur des Universums begreift, ist auf dem Pfad zur Meisterschaft weit fortgeschritten. Und diese Worte sind heute so wahr wie zu der Zeit, als sie zum ersten Mal geschrieben wurden. Ohne diesen Meisterschlüssel ist Meisterschaft unmöglich und der Schüler klopft vergeblich an die vielen Türen des Tempels. Das Prinzip der Korrespondenz Wie oben, so unten, wie unten, so oben. Das Kybalion. Dieses Prinzip verkörpert die Wahrheit, dass es immer eine Entsprechung zwischen den Gesetzen und Phänomenen der verschiedenen Ebenen des Seins und Lebens gibt. Das alte hermetische Axiom lautete wie folgt Wie oben, so unten, wie unten, so oben. Und das Erfassen dieses Prinzips gibt uns die Möglichkeit, so manches dunkle Paradoxon und verborgene Geheimnis der Natur zu lösen. Es gibt Ebenen, die wir nicht kennen. Aber wenn wir das Prinzip der Entsprechung auf sie anwenden, können wir vieles verstehen, was uns sonst unbekannt wäre. Dieses Prinzip ist universell anwendbar und manifestiert sich auf den verschiedenen Ebenen des materiellen, mentalen und spirituellen Universums. Es ist ein universelles Gesetz. Die alten Hermetiker betrachteten dieses Prinzip als eines der wichtigsten geistigen Instrumente, mit Instrumente, mit denen der Mensch die Hindernisse aus dem Weg räumen konnte, die den Blick auf das Unbekannte verstellten. Seine Anwendung riss sogar den Schleier der Isis so weit beiseite, dass man einen Blick auf das Antlitz der Göttin eraschen konnte. So wie die Kenntnis der Prinzipien der Geometrie den Menschen befähigt, entfernte Sonnen und ihre Bewegungen zu messen, während er in seinem Observatorium sitzt, so befähigt die Kenntnis des Prinzips der Korrespondenz, den Menschen auf intelligente Weise vom Bekannten zum Unbekannten zu gelangen. Indem er die Monade studiert, versteht er den Erzengel. Das Prinzip der Schwingung Nichts ruht, alles bewegt sich, alles schwingt. Das Kybalion Dieses Prinzip verkörpert die Wahrheit, dass alles in Bewegung ist, alles schwingt, nichts ruht. Tatsachen, die die moderne Wissenschaft bestätigt und die jede neue wissenschaftliche Entdeckung zu bestätigen sucht. Und doch wurde dieses hermetische Prinzip schon vor tausenden von Jahren von den Meistern des alten Ägypten formuliert. Dieses Prinzip erklärt, dass die Unterschiede zwischen den verschiedenen Manifestationen von Materie, Energie, Geist und sogar Seele größtenteils aus unterschiedlichen Schwingungsgeschwindigkeiten resultieren. Von allem, das reiner Geist ist, bis hinunter zur gröbsten Form der Materie, ist alles in Schwingung. Je höher die Schwingung, desto höher die Position in der Skala. Die Schwingung des Geistes hat eine so unendliche Intensität und Geschwindigkeit, dass sie praktisch im Ruhezustand ist, so wie ein sich schnell bewegendes Rad unbeweglich zu sein scheint. Und am anderen Ende der Skala gibt es grobe Formen der Materie, deren Schwingungen so niedrig sind, dass sie scheinbar in einem Ruhezustand sind. Zwischen diesen Polen gibt es Millionen und Abermillionen von unterschiedlichen Schwingungsgraden. Vom Korpuskel und Elektron über das Atom und Molekül bis hin zu den Welten und Universen befindet sich alles in Schwingungsbewegung. Das gilt auch für die Energie- und Kraftebenen, die auch nur unterschiedliche Schwingungsgrade sind, für die mentalen Ebenen, deren Zustände von Schwingungen abhängen, und sogar für die spirituellen Ebenen. Das Verständnis dieses Prinzips mit den entsprechenden Formeln befähigt die hermetischen Schüler ihre eigenen mentalen Schwingungen ebenso zu kontrollieren wie die anderen Menschen. Die Meister wenden dieses Prinzip auch bei der Eroberung von Naturphänomenen an, und zwar auf verschiedene Weise. Derjenige, der das Prinzip der Schwingung versteht, hat das Zepter der Macht ergriffen, sagt einer der alten Schriftsteller. Das Prinzip der Polarität Alles ist dual, alles hat Pole, alles hat sein Gegenstück, Gleiches und Ungleiches sind dasselbe, Gegensätze sind identisch in der Natur, aber unterschiedlich im Grad. Extreme treffen aufeinander, alle Wahrheiten sind nur Halbwahrheiten, alle Paradoxe können versöhnt werden. Das Kybalion Dieses Prinzip verkörpert die Wahrheit, dass alles dual ist, dass alles zwei Pole hat, dass alles ein Paar von Gegensätzen in sich trägt, was alles alte hermetische Axiome waren. Es erklärt die alten Paradoxa, die so viele verwirrt haben und die wie folgt formuliert wurden. These und Antithese sind von Natur aus identisch, aber unterschiedlich im Grad. Gegensätze sind gleich, unterscheiden sich nur im Grad. Die Paare der Gegensätze können versöhnt werden. Extreme treffen aufeinander. Alles ist und ist nicht gleichzeitig. Alle Wahrheiten sind nur Halbwahrheiten. Jede Wahrheit ist halb falsch. Alles hat zwei Seiten und so weiter. Sie erklärt, dass es in allem zwei Pole oder entgegengesetzte Aspekte gibt und dass Gegensätze in Wirklichkeit nur die beiden Extreme ein und derselben Sache sind, mit vielen unterschiedlichen Graden dazwischen. Zur Veranschaulichung. Wärme und Kälte sind, obwohl sie Gegensätze sind, in Wirklichkeit ein und dasselbe. Die Unterschiede bestehen lediglich in den Graden derselben Sache. Schauen Sie auf Ihr Thermometer und versuchen Sie herauszufinden, wo Wärme aufhört und Kälte beginnt. So etwas wie absolute Hitze oder absolute Kälte gibt es nicht. Die beiden Begriffe Hitze und Kälte bezeichnen lediglich unterschiedliche Grade derselben Sache. Und diese gleiche Sache, die sich als Hitze und Kälte manifestiert, ist lediglich eine Form, eine Vielfalt und eine Geschwindigkeit der Schwingung. So sind Hitze und Kälte einfach die zwei Pole dessen, was wir Hitze nennen. Und die damit einhergehenden Phänomene sind Manifestationen des Prinzips der Polarität. Dasselbe Prinzip manifestiert sich im Fall von Licht und Dunkelheit, die dasselbe sind, wobei der Unterschied in unterschiedlichen Geraden zwischen den beiden Polen der Erscheinungen besteht. Wo hört die Dunkelheit auf und wo beginnt das Licht? Was ist der Unterschied zwischen Groß und Klein, zwischen Hart und Weich, zwischen Schwarz und Weiß, zwischen Deutlich und Dumpf, zwischen Lärm und Ruhe, zwischen Hoch und Tief, zwischen Positiv und Negativ? Das Prinzip der Polarität erklärt diese Paradoxin und kein anderes Prinzip kann es ersetzen. Das gleiche Prinzip wirkt auf der mentalen Ebene. Nehmen wir ein radikales und extremes Beispiel, Liebe und Hass, zwei mentale Zustände, die scheinbar völlig unterschiedlich sind. Und doch gibt es gerade des Hasses und gerade der Liebe und einen mittleren Punkt, in dem wir die Begriffe mögen oder nicht mögen verwenden, die so allmählich ineinander übergehen, dass wir manchmal nicht wissen, ob wir mögen oder nicht mögen oder keines von beiden. Und alle sind nur Abstufungen ein ein und der Sache, wie sie sehen werden, wenn sie nur einen Moment nachdenken. Und darüber hinaus und von den Hermetikern als noch wichtiger erachtet, ist es möglich, die Schwingungen des Hasses in die Schwingungen der Liebe zu verwandeln, im eigenen Geist und im Geist der anderen. Viele von euch, die diese Zeilen hören, haben persönliche Erfahrungen mit dem unfreiwillig schnellen Übergang von Liebe zu Hass und umgekehrt gemacht, bei sich selbst und bei anderen. Und ihr werdet daher die Möglichkeit erkennen, dass dies durch den Gebrauch des Willens mittels der hermetischen Formeln erreicht werden kann. Gut und Böse sind nur die Pole ein und derselben Sache. Und der Hermetiker versteht die Kunst, das Böse in das Gute umzuwandeln, indem anwendet. Kurz gesagt, die Kunst der Polarisierung wird zu einer Phase der geistigen Alchemie, die von den alten und modernen hermetischen Meistern bekannt gemacht und praktiziert wurde. Das Verständnis des Prinzips wird es einem ermöglichen, seine eigene Polarität wie auch die anderer zu verändern, wenn man die Zeit und das Studium aufwendet, die notwendig sind, um diese Kunst zu beherrschen. Das Prinzip des Rhythmus Alles fließt hinaus und hinein. Alles hat seine Gezeiten. Alle Dinge steigen und fallen. Die Pendelschwingung manifestiert sich in allem. Das Maß der Schwingung nach rechts ist das Maß der Schwingung nach links. Der Rhythmus gleicht aus. Das Kybalion Dieses Prinzip verkörpert die Wahrheit, dass sich in allem eine gemessene Bewegung manifestiert, ein Hin und Her, ein Fließen und Strömen, ein Schwingen vor und zurück, eine pendelartige Bewegung, einige zeitenartige Ebbe und Flut, ein Hoch und ein Tief zwischen den beiden Polen, die gemäß dem soeben beschriebenen Prinzip der Polarität existieren. Es gibt immer eine Aktion und eine Reaktion, ein Vorrücken und ein Zurückweichen, ein Steigen und ein Sinken. Das gilt für die Angelegenheiten des Universums, für Sonnen, Welten, Menschen, Tiere, Geist, Energie und Materie. Dieses Gesetz manifestiert sich in der Erschaffung und Zerstörung von Welten, im Aufstieg und Fall von Nationen, im Leben aller Dinge und schließlich in den mentalen Zuständen des Menschen. Und gerade bei Letzterem finden die Hermetiker das Verständnis des Prinzips am wichtigsten. Die Hermetiker haben dieses Prinzip erfasst und seine universelle Anwendung gefunden und sie haben auch bestimmte Mittel entdeckt, um seine Auswirkungen in sich selbst zu überwinden, indem sie die entsprechenden Formeln und Methoden anwenden. Sie wenden das geistige Gesetz der Neutralisierung an. Sie können das Prinzip nicht aufheben oder seine Wirkung beenden, aber sie haben gelernt, wie sie seinen Auswirkungen auf sich selbst bis zu einem gewissen Grad entgehen können, je nach Beherrschung des Prinzips. Sie haben gelernt, wie sie es benutzen können, anstatt von ihm benutzt zu werden. In dieser und ähnlichen Methoden besteht die Kunst der Hermetiker. Der Meister der Hermetik polarisiert sich an dem Punkt, an dem er zu ruhen wünscht und neutralisiert dann das rhythmische Schwingen des Pendels, das dazu neigen würde, ihn zum anderen Pol zu tragen. Alle Menschen, die irgendeinen Grad von Selbstbeherrschung erreicht haben, tun dies bis zu einem gewissen Grad, mehr oder weniger unbewusst. Aber der Meister tut dies bewusst und durch den Gebrauch seines Willens und erreicht einen Grad von Ausgeglichenheit und geistiger Festigkeit, der für die Massen, die wie ein Pendel hin und her schwingen, kaum zu glauben ist. Dieses Prinzip und das der Polarität wurden von den Hermetikern genau studiert und die Methoden ihnen entgegen zu wirken, sie zu neutralisieren und sie zu nutzen, bilden einen wichtigen Teil der hermetischen mentalen Alchemie. Das Prinzip von Ursache und Wirkung Jede Ursache hat ihre Wirkung. Jede Wirkung hat ihre Ursache. Alles geschieht nach dem Gesetz. Der Zufall ist nur ein Name für das nicht erkannte Gesetz. Es gibt viele Ebenen der Verursachung, aber nichts entgeht dem Gesetz. Das Kybalion Dieses Prinzip verkörpert die Tatsache, dass es für jede Wirkung eine Ursache gibt. Eine Wirkung aus jeder Ursache. Es erklärt, dass alles geschieht nach dem Gesetz, dass nichts jemals einfach passiert, dass es so etwas wie Zufall nicht gibt, dass es zwar verschiedene Ebenen von Ursache und Wirkung gibt, wobei die höheren die niedrigeren Ebenen beherrschen, dass aber dennoch nichts jemals ganz dem Gesetz entgeht. Die Hermetiker verstehen die Kunst und die Methoden, sich bis zu einem gewissen Grad über die gewöhnliche Ebene von Ursache und Wirkung zu erheben, und indem sie sich geistig auf eine höhere Ebene erheben, werden sie zu verursachen statt zu Wirkungen. Die Masse der Menschen wird mitgerissen, gehorsam gegenüber der Umwelt, dem Willen und den Wünschen anderer, die stärker sind als sie selbst, der Vererbung, der Suggestion und anderen äußeren Ursachen, die sie wie Schachfiguren auf dem Schachbrett des Lebens bewegen. Aber die Meister, die sich auf die höhere Ebene erheben, beherrschen ihre Stimmungen, Charaktere, Eigenschaften und Kräfte, so wie die sie umgebende Umwelt und werden zu Handelnden, statt zu Spielfiguren. Sie helfen, das Spiel des Lebens zu spielen, anstatt von anderen Willen und der Umwelt gespielt und bewegt zu werden. Sie benutzen das Prinzip, anstatt seiner Werkzeuge zu sein. Die Meister gehorchen der Kausalität der höheren Ebenen, aber sie helfen auf ihrer eigenen Ebene zu regieren. In dieser Aussage verdichtet sich eine Fülle hermetischen Wissens. Wer kann, möge verstehen. Das Prinzip des Gender Das Gender ist in allem. Alles hat seine männlichen und weiblichen Prinzipien. Das Gender manifestiert sich auf allen Ebenen. Das Kybalion Dieses Prinzip verkörpert die Wahrheit, dass sich das Gender in allem manifestiert. Das männliche und das weibliche Prinzip sind immer am Werk. Dies gilt nicht nur für die physische Ebene, sondern auch für die mentale und sogar für die spirituelle Ebene. Auf der physischen Ebene manifestiert sich das Prinzip als Sex. Auf den höheren Ebenen nimmt es höhere Formen an. Aber das Prinzip ist immer dasselbe. Keine Schöpfung, ob physisch, mental oder spirituell, ist ohne dieses Prinzip möglich. Ein Verständnis seiner Gesetze wird Licht auf viele Themen werfen, die den Verstand der Menschen verwirrt haben. Das Prinzip des Gender wirkt immer in Richtung der Erzeugung, Regeneration und Schöpfung. Alles und jeder trägt die beiden Elemente oder Prinzipien oder dieses große Prinzip in sich, er oder sie. Jedes männliche Ding hat auch das weibliche Element. Jedes weibliche enthält auch das männliche Prinzip. Wenn Sie die Philosophie der mentalen und spirituellen Schöpfung, Erzeugung und Wiedererzeugung verstehen wollen, müssen Sie dieses hermetische Prinzip verstehen und studieren. Es enthält die Lösung vieler Geheimnisse des Lebens. Wir weisen darauf hin, dass dieses Prinzip keinen Bezug zu den vielen niederen, verderblichen und entwürdigenden lustvollen Theorien, Lehren und Praktiken hat, die unter fantasievollen Titeln gelehrt werden und die eine Prostitution des großen natürlichen Prinzips der Gender sind. Solche niederen Wiederbelebungen der alten schändlichen Formen des Falizismus neigen dazu, Geist, Körper und Seele zu ruinieren und die hermetische Philosophie hat schon immer vor diesen entwürdigenden Lehren gewarnt, die zu Lust, Zügellosigkeit und der Perversion der Prinzipien der Natur tendieren. Wenn ihr solche Lehren sucht, müsst ihr sie anderswo finden. Die Hermetik enthält nichts in dieser Richtung für euch. Für den Reinen sind alle Dinge rein, für den Unedlen sind alle Dinge unedel. Kapitel 3 Geistige Verwandlung Der Geist, ebenso wie Metalle und Elemente, kann von Zustand zu Zustand, von Grad zu Grad, von Pol zu Pol, von Schwingung zu Schwingung verwandelt werden. Wahre hermetische Umwandlung ist eine geistige Kunst. Das Kybalion Wie wir bereits festgestellt haben, waren die Hermetiker die ursprünglichen Alchemisten, Astrologen und Psychologen, da Hermes der Begründer dieser Denkschulen war. Aus der Astrologie ist die moderne Astronomie hervorgegangen, aus der Alchemie die moderne Chemie, aus der mystischen Psychologie die moderne Schulpsychologie. Aber man darf nicht annehmen, dass die Alten nichts von dem wussten, was die modernen Schulen für ihr ausschließliches und besonderes Eigentum halten. Die in die Steine des alten Ägyptens eingravierten Aufzeichnungen zeigen eindeutig, dass die Alten ein umfassendes Wissen über die Astronomie besaßen. Denn schon der Bau der Pyramiden zeigt den Zusammenhang zwischen ihrer Gestaltung und dem Studium der astronomischen Wissenschaft. Auch in der Chemie waren sie nicht unwissend, denn die Fragmente der antiken Schriften zeigen, dass sie mit den chemischen Eigenschaften der Dinge vertraut waren. In der Tat werden die antiken Theorien über die Physik langsam durch die neuesten Entdeckungen der modernen Wissenschaft bestätigt, insbesondere die über die Beschaffenheit der Materie. Man darf auch nicht annehmen, dass sie die sogenannten modernen Entdeckungen in der Psychologie nicht kannten. Im Gegenteil, die Ägypter waren in der Wissenschaft der Psychologie besonders bewandert, vor allem in den Zweigen, die von den modernen Schulen ignoriert werden, die aber dennoch unter dem Namen psychische Wissenschaft aufgedeckt werden, was die Psychologen von heute verwirrt und sie dazu bringt, widerstrebend zuzugeben, dass vielleicht doch etwas dran ist. Die Wahrheit ist, dass die Alten neben der materiellen Chemie, Astronomie und Psychologie, d.h. der Psychologie in ihrer Phase der Gehirntätigkeit, ein Wissen über die transzendentale Astronomie besaßen, die Astrologie genannt wird, über die transzendentale Chemie, die Alchemie genannt wird, über die transzendentale Psychologie, die mystische Psychologie genannt wird. Sie besaßen sowohl das Innere als auch das Äußere Wissen, während die modernen Wissenschaftler nur über Letzteres verfügen. Zu den vielen geheimen Wissenszweigen, die die Hermetiker besaßen, gehörte auch die sogenannte mentale Transmutation, die Gegenstand dieser Lektion ist. Transmutation ist ein Begriff, der gewöhnlich verwendet wird, um die uralte Kunst der Umwandlung von Metallen, insbesondere von unedlen Metallen in Gold zu bezeichnen. Das Wort transmutieren bedeutet, von einer Natur, Form oder Substanz in eine andere umwandeln. Und dementsprechend bedeutet mentale Transmutation die Kunst, mentale Zustände, Formen und Bedingungen zu verändern und in andere zu verwandeln. Man sieht also, dass mentale Transmutation die Kunst der mentalen Chemie ist, wenn man so will, eine Form der praktischen mystischen Psychologie. Aber das bedeutet weit mehr, als es auf den ersten Blick scheint. Die Transmutation Alchemie oder Chemie auf der mentalen Ebene ist in ihren Auswirkungen sicherlich wichtig genug und wenn die Kunst dort stehen bliebe, wäre sie immer noch einer der wichtigsten Studienzweige, die der Menschheit bekannt sind. Aber dies ist nur der Anfang. Lasst uns hören, warum. Das erste der sieben hermetischen Prinzipien ist das Prinzip des Mentalismus, dessen Axiom lautet, das All ist Geist, das Universum ist mental. Was bedeutet, dass die dem Universum zugrunde liegende Wirklichkeit Geist ist. Und das Universum selbst ist mental. Das heißt, es existiert im Geist des Alles. Wir werden dieses Prinzip in den folgenden Lektionen betrachten, aber sehen wir uns die Auswirkung des Prinzips an, wenn wir annehmen, dass es wahr ist. Wenn das Universum in seiner Natur mental ist, dann muss die mentale Transmutation die Kunst sein, die Bedingungen des Universums zu verändern, und zwar entlang der Linien von Materie, Kraft und Geist. Man sieht also, dass die mentale Transmutation wirklich die Magie ist, von der die alten Schriftsteller in ihren mystischen Werken so viel zu sagen hatten und über die sie so wenige praktische Anweisungen gaben. Wenn alles mental ist, dann muss die Kunst, die einen befähigt, mentale Zustände zu transmutieren, den Meister zum Beherrscher materieller Zustände ebenso wie derjenigen machen, die man gewöhnlich mental nennt. Tatsächlich haben nur fortgeschrittene geistige Alchemisten den Grad der Macht erreicht, der notwendig ist, um die gröberen physischen Bedingungen zu kontrollieren, wie die Kontrolle der Elemente der Natur, die Erzeugung oder Beendigung von Stürmen, die Erzeugung und Beendigung von Erdbeben und anderen großen physischen Phänomenen. Aber dass es solche Menschen gegeben hat und auch heute noch gibt, ist für alle fortgeschrittenen Okkultisten aller Schulen eine ernste Überzeugung. Dass die Meister existieren und diese Kräfte haben, versichern die besten Lehrer ihren Schülern, da sie Erfahrungen gemacht haben, die sie in diesem Glauben und in ihren Aussagen rechtfertigen. Diese Meister stellen ihre Kräfte nicht öffentlich zur Schau, sondern suchen die Abgeschiedenheit von den Menschenmassen, um besser auf dem Pfad der Verwirklichung arbeiten zu können. Wir erwähnen ihre Existenz an dieser Stelle nur, um ihre Aufmerksamkeit auf die Tatsache zu lenken, dass ihre Kraft ganz und gar mental ist und nach dem hermetischen Prinzip des Mentalismus auf den Linien der höheren mentalen Transmutation wirkt. Das Universum ist mental. Das Kybalion. Aber Schüler und Hermetiker geringeren Grades als die Meister, die Eingeweihten und Lehrer sind in der Lage, frei auf der mentalen Ebene zu arbeiten, in der mentalen Transmutation. In der Tat arbeitet alles, was wir psychische Phänomene, mentale Beeinflussung, mentale Wissenschaft, Phänomene des neuen Denkens und so weiter nennen, nach denselben allgemeinen Grundsätzen, denn es gibt nur ein einziges Prinzip, ganz gleich, wie die Phänomene genannt werden. Der Student und Praktiker der mentalen Transmutation arbeitet auf der mentalen Ebene und verwandelt mentale Zustände in andere, gemäß verschiedenen Formeln, die mehr oder weniger wirksam sind. Die verschiedenen Behandlungen, Bestätigungen, Verweigerungen und so weiter der Schulen der Geisteswissenschaft sind nichts anderes als Formeln der hermetischen Kunst, die oft ziemlich unvollkommen und unwissenschaftlich sind. Die Mehrheit der modernen Praktiker ist im Vergleich zu den alten Meistern ziemlich unwissend, denn ihnen fehlt das grundlegende Wissen, auf dem die Arbeit beruht. Nicht nur die mentalen Zustände der eigenen Person können durch hermetische Methoden verändert oder umgewandelt werden, sondern auch die Zustände anderer können und werden ständig auf die gleiche Weise umgewandelt, gewöhnlich unbewusst, aber oft bewusst, wenn einige die Gesetze und Prinzipien verstehen, in Fällen, in denen die betroffenen Personen nicht über die Prinzipien des Selbstschutzes informiert sind. Mehr noch, wie viele Studenten und Praktiker der modernen Geisteswissenschaft wissen, kann jeder materielle Zustand, der vom Geist anderer Menschen abhängt, in Übereinstimmung mit dem ernsthaften Wunsch, Willen und den Behandlungen der Person, die veränderte Lebensbedingungen wünscht, verändert oder umgewandelt werden. Die Öffentlichkeit ist gegenwärtig so allgemein über diese Dinge informiert, dass wir es nicht für nötig halten, sie ausführlich zu erwähnen. Unser Zweck an dieser Stelle ist lediglich, das hermetische Prinzip und die Kunst aufzuzeigen, die all diesen verschiedenen Formen der Praxis zugrunde liegen, dem Guten wie dem Bösen. Denn die Kraft kann nach den hermetischen Prinzipien der Polarität in entgegengesetzten Richtungen eingesetzt werden. In diesem kleinen Buch werden wir die Grundprinzipien der mentalen Transmutation darlegen, damit alle die zugrunde liegenden Prinzipien begreifen können und somit den Schlüssel besitzen, der die vielen Türen des Prinzips der Polarität freigibt. Wir werden nun mit der Betrachtung des ersten der sieben hermetischen Prinzipien fortfahren, dem Prinzip des Mentalismus, in dem die Wahrheit erklärt wird, dass alles Geist ist, das Universum ist geistig, in den Worten des Kybalion. Wir bitten unsere Schüler um große Aufmerksamkeit und sorgfältiges Studium dieses großen Prinzips, denn es ist tatsächlich das Grundprinzip der gesamten hermetischen Philosophie und der hermetischen Kunst der mentalen Transmutation. Kapitel 4 Das All-Eine Unter und hinter dem Universum von Zeit, Raum und Veränderung ist immer die substanzielle Wirklichkeit, die grundlegende Wahrheit zu finden, das Kybalion. Substanz bedeutet das, was allen äußeren Erscheinungen zugrunde liegt, die Essenz, die wesentliche Realität, das Ding an sich. Substantiell bedeutet tatsächlich existierend, das wesentliche Element, das Wirkliche. Realität bedeutet, der Zustand wirklich zu sein, wahr, beständig, gültig, fest, dauerhaft, tatsächlich. Unter und hinter allen äußeren Erscheinungen oder Manifestationen muss es immer eine substanzielle Realität geben. Dies ist das Gesetz. Der Mensch, der das Universum betrachtet, von dem er eine Einheit ist, sieht nichts als Veränderungen in der Materie, den Kräften und den mentalen Zuständen. Er sieht, nichts wirklich ist, sondern dass alles werden und verändern ist. Nichts steht still. Alles wird geboren, wächst, stirbt. In dem Moment, in dem eine Sache ihren Höhepunkt erreicht, beginnt sie zu sinken. Das Gesetz des Rhythmus ist ständig in Kraft. Es gibt keine Realität, keine dauerhafte Qualität, keine Festigkeit oder Substanz in irgendetwas. Nichts ist dauerhaft außer dem Wandel. Er sieht, wie sich alle Dinge aus anderen Dingen entwickeln und sich in andere Dinge auflösen. Ständige Aktion und Reaktion, Zu- und Abfluss, Aufbauen und Abreißen, Schöpfung und Zerstörung, Geburt, Wachstum und Tod. Nichts hat Bestand außer der Veränderung. Und wenn er ein denkender Mensch ist, erkennt er, dass all diese sich verändernden Dinge nur äußere Erscheinungen oder Manifestationen einer zugrunde liegenden Kraft, einer substanziellen Wirklichkeit sein müssen. Alle Denker in allen Ländern und zu allen Zeiten sind von der Notwendigkeit ausgegangen, die Existenz dieser substanziellen Wirklichkeit zu postulieren. Alle Philosophien, die diesen Namen verdienen, haben sich auf diesen Gedanken gestützt. Die Menschen haben dieser substanziellen Wirklichkeit viele Namen angegeben. Einige haben sie mit dem Begriff Gottheit unter vielen Titeln bezeichnet. Andere haben sie die unendliche und ewige Energie genannt. Wieder andere haben versucht, sie Materie zu nennen, aber alle haben ihre Existenz anerkannt. Sie ist selbstverständlich und braucht kein Argument. In diesen Lektionen sind wir dem Beispiel einiger der größten Denker der Welt gefolgt, sowohl der alten als auch der modernen Hermetiker und haben diese zugrunde liegende Kraft, diese substanzielle Wirklichkeit mit dem hermetischen Namen das All-Eine bezeichnet, den wir als den umfassendsten der vielen Begriffe betrachten, die der Mensch auf das anwendet, was Namen und Begriffe übersteigt. Wir akzeptieren und lehren die Ansicht der großen hermetischen Denker aller Zeiten sowie jene erleuchteten Seelen, die höhere Ebenen des Seins erreicht haben, von denen beide behaupten, dass die innere Natur des All-Einen unerkennbar ist. Das muss so sein, denn nichts außer dem Allen selbst kann seine eigene Natur und sein Wesen begreifen. Die Hermetiker glauben und lehren, dass das All-Eine an sich unerkennbar ist und immer sein muss. Sie betrachten alle Theorien, Vermutungen und Spekulationen der Theologen und Metaphysiker über die innere Natur des All-Einen nur als die kindischen Versuche sterblicher Geister, das Geheimnis des Unendlichen zu erfassen. Solche Bemühungen sind immer gescheitert und werden immer scheitern, was an der Natur der Aufgabe liegt. Jemand, der solche Nachforschungen anstellt, bewegt sich im Labyrinth des Denkens hin und her, bis er für jedes vernünftige Denken, Handeln oder Verhalten verloren ist und für die Arbeit des Lebens völlig ungeeignet ist. Er gleicht dem Eichhörnchen, verzweifelt um das kreisende Laufrad seines Käfigs herumläuft, immer weiterreist und auch nirgendwo ankommt. Am Ende ist es ein Gefangener, der noch immer genau dort steht, wo es angefangen hat. Und noch anmaßender sind diejenigen, die versuchen, dem All-Einen die Persönlichkeit, Qualitäten, Eigenschaften, Merkmale und Attribute von sich selbst zuzuschreiben, die dem All-Einen die menschlichen Emotionen, Gefühle und Eigenschaften zuschreiben, sogar bis hinunter zu den kleinsten Eigenschaften der Menschheit, wie Eifersucht, Anfälligkeit für Schmeicheleien und Lob, Verlangen nach Opfergaben und Anbetung und all die anderen Überbleibsel aus den Tagen der Kindheit der Rasse. Solche Vorstellungen sind erwachsenen Männern und Frauen nicht würdig und werden rasch verworfen. An dieser Stelle sollte man vielleicht erwähnen, dass wir zwischen Religion und Theologie zwischen Philosophie und Metaphysik unterscheiden. Religion bedeutet für uns die intuitive Erkenntnis der Existenz des Alleinen und der eigenen Beziehung zu ihm, während Theologie die Versuche der Menschen bedeutet, ihm Persönlichkeit, Eigenschaften und Merkmale zuzuschreiben, ihre Theorien über seine Angelegenheiten, seinen Willen, seine Wünsche, Pläne und Entwürfe und ihre Übernahme des Amtes eines Mittlers zwischen dem Alleinen und den Menschen. Die Philosophie bedeutet für uns die Suche nach dem Wissen über das Wissbare und Denkbare, während die Metaphysik den Versuch bedeutet, die Suche über die Grenzen hinaus und in die Regionen des Unwissbaren und Undenkbaren zu tragen, und zwar mit der gleichen Tendenz wie die Theologie. Folglich bedeuten sowohl Religion als auch Philosophie für uns Dinge, die in der Wirklichkeit verwurzelt sind, deren Theologie und Metaphysik wie zerbrochenes Schilfrohr erscheinen, das im Treibsand der Unwissenheit wurzelt und dem Geist oder der Seele des Menschen nichts als die unsicherste Stütze bietet. Auf jeden Fall werden Sie in diesen Lektionen sehr wenig über Theologie und Metaphysik hören. Aber obwohl die wesentliche Natur des Alleinen unbekannt ist, gibt es bestimmte Wahrheiten, die mit seiner Existenz verbunden sind und die der menschliche Verstand akzeptieren muss. Und eine Untersuchung dieser Berichte ist ein angemessener Untersuchungsgegenstand, insbesondere, wenn Sie mit den Berichten der Erleuchteten auf höheren Ebenen übereinstimmen. Und zu dieser Untersuchung laden wir Euch jetzt ein. Das, was die grundlegende Wahrheit ist, die substanzielle Wirklichkeit, lässt sich nicht benennen. Aber die Weisen nennen es das All-Eine. Das All-Eine ist in seinem Wesen unerkennbar. Aber der Rat der Vernunft muss gastfreundlich empfangen und mit Respekt behandelt werden. Das Kybalion. Die menschliche Vernunft, deren Aussagen wir akzeptieren müssen, solange wir überhaupt denken, informiert uns wie folgt über das All-Eine, und zwar ohne den Versuch, den Schleier des Unwissbaren zu entfernen. Erstens. Das All-Eine muss alles sein, was wirklich ist. Es kann nichts geben, was außerhalb des Alles existiert, sonst wäre das All-Eine nicht das All-Eine. Zweitens. Das All-Eine muss unendlich sein, denn es gibt nichts anderes, was das All-Eine definieren, begrenzen oder einschränken könnte. Es muss unendlich in der Zeit sein oder ewig. Es muss immer ununterbrochen existiert haben, denn es gibt nichts anderes, das es jemals erschaffen hat, und etwas kann niemals aus dem Nichts entstehen. und wenn es jemals nicht gewesen wäre, auch nur für einen Moment, würde es jetzt nicht sein. Es muss ununterbrochen für immer existieren, denn es gibt nichts, das es zerstören könnte, und es kann niemals nicht sein, auch nur für einen Moment, denn etwas kann niemals zu nichts werden. Es muss unendlich im Raum sein, es muss überall sein, denn es gibt keinen Ort außerhalb des All-Einen. Es kann nicht anders als kontinuierlich im Raum sein, ohne Unterbrechung, Aufhören oder Trennung, denn es gibt nichts, was seine Kontinuität unterbrechen oder trennen könnte, und nichts, womit man die Lücken füllen könnte. Es muss in seiner Macht unendlich oder absolut sein, denn es gibt nichts, was es begrenzen, einschränken oder zurückhalten, stören oder konditionieren könnte. Es ist keiner anderen Macht unterworfen, denn es gibt keine andere Macht. Drittens, das All-Eine muss unveränderbar sein, das heißt, es unterliegt keiner Veränderung in seiner wirklichen Natur, denn es gibt nichts, was es verändern könnte, nichts, in das es sich verwandeln könnte, noch von dem es sich verändern könnte. Es kann weder etwas hinzugefügt noch abgezogen werden, weder vermehrt noch vermindert werden, noch in irgendeiner Hinsicht größer oder kleiner werden. Es muss immer das gewesen sein und immer das bleiben, was es jetzt ist. Das All-Eine, es hat nie etwas anderes gegeben, gibt es jetzt nicht und wird es nie geben, in das es sich verwandeln kann. Da das All-Eine unendlich, absolut, ewig und unveränderlich ist, muss daraus folgen, dass alles Endliche, Veränderliche, Flüchtige und Bedingte nicht das All-Eine sein kann. Und da es in der Wirklichkeit nichts außerhalb des All-Einen gibt, müssen alle endlichen Dinge in der Wirklichkeit ein Nichts sein. Lass dich jetzt nicht verwirren oder verängstigen, wir versuchen nicht, unter dem Deckmantel der hermetischen Philosophie in das Gebiet der christlichen Wissenschaft zu führen. Es gibt eine Versöhnung für diesen scheinbar widersprüchlichen Zustand der Dinge. Nur Geduld, wir werden diese Versöhnung mit der Zeit erlangen. Wir sehen um uns herum das, was man Materie nennt, die die physische Grundlage für alle Formen bildet. Ist das all eine nur Materie? Ganz und gar nicht. Materie kann weder Leben noch Geist manifestieren und da Leben und Geist im Universum manifestiert sind, kann das all eine nicht Materie sein. Denn nichts erhebt sich höher als seine eigene Quelle. Nichts manifestiert sich jemals in einer Wirkung, die nicht in der Ursache liegt. Nichts entwickelt sich als Folge, die nicht als Vorläufer involviert ist. Und dann teilt uns die moderne Wissenschaft mit, dass es so etwas wie Materie gar nicht gibt, dass das, was wir als Materie bezeichnen, lediglich ununterbrochene Energie oder Kraft ist. Das heißt, Energie oder Kraft mit einer niedrigen Schwingungsrate. Wie ein Schriftsteller vor kurzem sagte, die Materie hat sich in ein Mysterium aufgelöst. Sogar die materielle Wissenschaft hat die Theorie der Materie aufgegeben und stützt sich jetzt auf die Grundlage der Energie. Ist das all einen nur Energie oder Kraft? Nicht Energie oder Kraft, wie die Materialisten diese Begriffe verwenden, denn ihre Energie und Kraft sind blinde, mechanische Dinge, ohne Leben oder Geist. Leben und Geist können sich niemals aus blinder Energie oder Kraft entwickeln, aus dem Grund, der vorhin genannt wurde. Nichts kann sich höher erheben als seine Quelle. Nichts wird entwickelt, wenn es nicht beteiligt ist. Nichts manifestiert sich in der Wirkung, wenn es nicht in der Ursache ist. Und so kann das all einen nicht nur Energie oder Kraft sein. Denn wenn es so wäre, dann gäbe es keine Dinge wie Leben und Geist. Und wir wissen es besser, denn wir sind lebendig und benutzen den Geist, um genau diese Frage zu betrachten. Und so sind auch diejenigen, die behaupten, dass Energie oder Kraft alles ist. Was ist dann höher als die Materie oder Energie, von der wir wissen, dass sie im Universum existiert? Leben und Geist. Leben und Geist in in all ihren verschiedenen Graden der Entfaltung. Dann, so fragt ihr, wollt ihr uns sagen, dass das all eine das Leben und der Geist ist? Ja und nein, ist unsere Antwort. Wenn sie Leben und Geist meinen, wie wir armen, unbedeutenden Sterblichen sie kennen, sagen wir nein. Das all eine ist das nicht. Aber welche Art von Leben und Geist meinen sie denn, fragt ihr. Die Antwort lautet lebender Geist, der so weit über dem steht, was die Sterblichen mit diesen Worten bezeichnen, wie Leben und Geist höher sind als mechanische Kräfte oder Materie. Unendlicher lebender Geist im Vergleich zu endlichem Leben und Geist. Wir meinen das, was die erleuchteten Seelen meinen, wenn sie ehrfürchtig das Wort Geist aussprechen. Das alleine ist der unendliche lebendige Geist. Die Erleuchteten nennen es Geist. Kapitel 5 Das mentale Universum Das Universum ist geistig, gehalten im Geist des alleinen. Das Kybalion Das alleine ist Geist. Aber was ist Geist? Diese Frage kann nicht beantwortet werden, weil seine Definition praktisch die des alleinen ist, das nicht erklärt oder definiert werden kann. Geist ist einfach ein Name, den die Menschen der höchsten Vorstellung des unendlichen lebendigen Geistes geben. Er bedeutet die wahre Essenz. Er bedeutet lebendiger Geist, der dem Leben und dem Verstand, wie wir sie kennen, so weit überlegen ist, wie letztere der mechanischen Energie und der Materie überlegen sind. Geist übersteigt unser Verständnis und wir verwenden den Begriff nur, um an das alleine zu denken oder von ihm zu sprechen. Für die Zwecke des Denkens und Verstehens ist es gerechtfertigt, an den Geist als unendlichen lebendigen Geist zu denken und gleichzeitig anzuerkennen, dass wir ihn nicht vollständig verstehen können. Wir müssen entweder dies tun oder aufhören, überhaupt an die Sache zu denken. Lassen Sie uns nun zu einer Betrachtung der Natur des Universums als Ganzes und in seinen Teilen übergehen. Was ist das Universum? Wir haben gesehen, dass es nichts außerhalb des All-Einen geben kann. Ist dann das Universum das All-Eine? Nein, das kann nicht sein, denn das Universum scheint aus vielen zu bestehen und sich ständig zu verändern. Und auch sonst entspricht es nicht den Vorstellungen, die wir in Bezug auf das All-Eine zu akzeptieren gezwungen sind, wie in unserer letzten Lektion dargelegt. Wenn das Universum also nicht das All-Eine ist, dann muss es das Nichts sein. Das ist die unvermeidliche Schlussfolgerung des Verstandes beim ersten Gedanken. Aber das wird die Frage nicht befriedigen, denn wir sind uns der Existenz des Universums bewusst. Wenn also das Universum weder das All-Eine noch das Nichts ist, was kann es dann sein? Lasst uns diese Frage untersuchen. Wenn das Universum überhaupt existiert oder zu existieren scheint, muss es auf irgendeine Weise aus dem All-Einen hervorgehen. Es muss eine Schöpfung des All-Einen sein. Da aber etwas niemals aus dem Nichts entstehen kann, aus was könnte das All-Eine es erschaffen haben? Einige Philosophen haben diese Frage damit beantwortet, dass das All das Universum aus sich selbst erschaffen hat. Das heißt, aus dem Wesen und der Substanz des All-Einen. Aber das reicht nicht aus, denn das All kann weder abgezogen noch geteilt werden, wie wir gesehen haben. Und wenn das so wäre, wäre sich dann nicht jedes Teilchen im Universum bewusst, dass es das All ist? Das All könnte weder sein Wissen über sich selbst verlieren, noch tatsächlich zu einem Atom, einer blinden Kraft oder einem niedrigen Lebewesen werden. Einige Menschen, die erkannten, dass das All-Eine in der Tat alles ist, und auch erkannten, dass sie, die Menschen, existierten, sind zu dem Schluss gekommen, dass sie und das All-Eine identisch seien. Und sie haben die Luft mit Rufen wie »Ich bin Gott« erfüllt, zur Belustigung der Menge und zum Leidwesen der Weisen. Die Behauptung des Korpuskels »Ich bin der Mensch« wäre im Vergleich dazu bescheiden. Aber was ist das Universum, wenn es nicht das All-Eine ist, das noch nicht durch das All erschaffen wurde, das sich in Fragmente zerlegt hat? Was kann es sonst sein? Woraus kann es sonst gemacht sein? Dies ist die große Frage. Lasst sie uns sorgfältig untersuchen. Wir stellen fest, dass uns hier das Prinzip der Entsprechung zu Hilfe kommt. Das alte hermetische Axiom »Wie oben, so unten« kann an dieser Stelle in Anwendung gebracht werden. Versuchen wir, einen Einblick in die Vorgänge auf den höheren Ebenen zu bekommen, indem wir die Vorgänge auf unserer eigenen Ebene untersuchen. Das Prinzip der Korrespondenz muss sowohl auf dieses als auch auf andere Probleme Anwendung finden. Lasst uns sehen. Wie erschafft der Mensch auf seiner eigenen Seinsebene? Nun, erstens kann er etwas schaffen, indem er etwas aus äußeren Materialien herstellt. Aber das geht nicht, denn außerhalb des All-Einen gibt es keine Materialien, mit denen er erschaffen könnte. Nun, zweitens, der Mensch erschafft oder reproduziert seine Art durch den Prozess der Zeugung, der eine Selbstvermehrung ist, indem er einen Teil seiner Substanz auf seine Nachkommen überträgt. Aber das geht nicht, denn das All-Eine kann weder einen Teil von sich selbst übertragen oder abziehen, noch kann es sich reproduzieren oder vermehren. Im ersten Fall wäre es ein Wegnehmen, im zweiten Fall eine Vermehrung oder Hinzufügung zu dem All-Einen. Beide Gedanken sind absurd. Gibt es keine dritte Art und Weise, auf die der Mensch erschafft? Doch, die gibt es. Er erschafft mental. Und dabei benutzt er keine äußeren Materialien, noch reproduziert er sich selbst. Und doch durchdringt sein Geist die geistige Schöpfung. Dem Korrespondenzprinzip folgend sind wir berechtigt anzunehmen, dass das All-Eine das Universum mental erschafft, und zwar in einer Weise, die dem Prozess ähnelt, durch den der Mensch mentale Bilder erschafft. Und hier stimmt der Bericht der Vernunft genau mit dem Bericht der Erleuchteten überein, wie aus ihren Lehren und Schriften hervorgeht. Dies sind die Lehren der Weisen. So war die Lehre des Hermes. Das All-Eine kann auf keine andere Weise als mental erschaffen werden, ohne entweder Material zu verwenden und es gibt keines zu verwenden, oder sich selbst zu reproduzieren, was ebenfalls unmöglich ist. Es gibt kein Entkommen von dieser Schlussfolgerung der Vernunft, die, wie wir gesagt haben, mit den höchsten Lehren der Erleuchteten übereinstimmt. So wie du, Schüler, in deiner Mentalität ein eigenes Universum erschaffen kannst, so erschafft das All-Eine in seiner eigenen Mentalität Universen. Aber dein Universum ist die mentale Schöpfung eines endlichen Verstandes, während das von dem All-Einen die Schöpfung eines Unendlichen ist. Die beiden sind sich in ihrer Art ähnlich, aber in ihrem Grad unendlich verschieden. Wir werden den Prozess der Schöpfung und der Manifestation im weiteren Verlauf noch genauer untersuchen. Aber dies ist der Punkt, den ihr euch in diesem Stadium vor Augen halten solltet. Das Universum und alles, was es enthält, ist eine mentale Schöpfung des All-Einen. Wahrlich. Alles ist Geist. Das All-Eine erschafft in seinem unendlichen Verstand zahllose Universen, die für Äonen von Zeit existieren. Und doch ist für das All-Eine die Erschaffung, die Entwicklung, der Verfall und der Tod von einer Million Universen wie die Zeit eines Augenblinzelns. Der unendliche Verstand des All-Einen ist die Geburtsstätte der Universen. Das Kybalion. Das Prinzip des Gender manifestiert sich auf allen Ebenen des Lebens, der materiellen, mentalen und spirituellen. Aber wie wir bereits gesagt haben, bedeutet Gender nicht Geschlecht. Geschlecht ist lediglich eine materielle Manifestation des Gender. Gender bedeutet in Bezug auf Erzeugung oder Schöpfung. Und wann immer etwas erzeugt oder erschaffen wird, egal auf welcher Ebene, muss sich das Prinzip des Gender manifestieren. Und das gilt sogar für die Erschaffung von Universen. Nun soll nicht vorschnell der Schluss gezogen werden, dass wir lehren, es gäbe einen männlichen und einen weiblichen Gott oder Schöpfer. Diese Vorstellung ist lediglich eine Verzerrung der alten Lehren zu diesem Thema. Die wahre Lehre ist, dass das All-Eine an sich über dem Gender steht, so wie es über jedem anderen Gesetz steht, einschließlich dem von Zeit und Raum. Es ist das Gesetz, von dem die Gesetze ausgehen, und es ist ihnen nicht unterworfen. Wenn sich aber das All-Eine auf der Ebene der Erzeugung oder Schöpfung manifestiert, dann handelt es nach dem Gesetz und dem Prinzip, denn es bewegt sich auf einer niedrigeren Ebene des Seins. Und folglich manifestiert es das Prinzip des Gender natürlich auf der Mentalebene, in seinen männlichen und weiblichen Aspekten. Dieser Gedanke mag einigen von Euch, die ihn zum ersten Mal hören, verblüffend erscheinen, aber Ihr alle habt ihn in Euren alltäglichen Vorstellungen wirklich passiv akzeptiert. Ihr sprecht von der Vaterschaft Gottes und der Mutterschaft der Natur, von Gott, dem göttlichen Vater, und der Natur, der universellen Mutter, und habt damit instinktiv das Prinzip der Gender im Universum anerkannt. Ist dies nicht so? Aber die hermetische Lehre impliziert keine echte Dualität. Das All-Eine ist eins. Die beiden Aspekte sind lediglich Aspekte der Manifestation. Die Lehre besagt, dass das männliche Prinzip, das sich durch das All-Eine manifestiert, in gewisser Weise außerhalb der tatsächlichen mentalen Schöpfung des Universums steht. Es projiziert seinen Willen in Richtung des weiblichen Prinzips, das man Natur nennen kann, woraufhin Letzteres die eigentliche Arbeit der Evolution des Universums beginnt, von einfachen Aktivitätszentren bis hin zum Menschen, und dann immer weiter und noch höher, alles gemäß den gut etablierten und fest durchgesetzten Naturgesetzen. Wenn ihr die alten Denkfiguren bevorzugt, könnt ihr euch das männliche Prinzip als Gott, den Vater, und das weibliche Prinzip als Natur, die universelle Mutter vorstellen, aus deren Schoß alle Dinge geboren wurden. Das ist mehr als nur eine poetische Redewendung. Es ist eine Vorstellung von dem tatsächlichen Prozess der Schöpfung des Universums. Aber denkt immer daran, dass das All-Eine nur eins ist und dass in seinem unendlichen Verstand das Universum erzeugt wird, geschaffen wird und existiert. Es kann euch helfen, die richtige Vorstellung zu bekommen, wenn ihr das Gesetz der Entsprechung auf euch selbst und euren eigenen Geist anwendet. Du weißt, dass der Teil von dir, den du Ich nennst, in gewissem Sinne abseits steht und Zeuge der Erschaffung mentaler Bilder in deinem eigenen Geist ist. Der Teil deines Geistes, in dem die mentale Erzeugung vollzogen wird, kann als Ich bezeichnet werden. Im Unterschied zu dem Ich, das abseits steht und die Gedanken, Ideen und Bilder des Ich bezeugt und prüft. Wie oben, so unten. Vergiss das nicht. Und die Phänomene einer Ebene können dazu benutzt werden, die Rätsel höherer oder niedrigerer Ebenen zu lösen. Ist es ein Wunder, dass du, das Kind, diese instinktive Ehrfurcht vor dem All-Einen empfindest, das Gefühl, das wir Religion nennen, diesen Respekt und die Ehrfurcht vor dem väterlichen Geist? Ist es ein Wunder, dass du, wenn du die Werke und Wunder der Natur betrachtest, von einem mächtigen Gefühl überwältigt wirst, das seine Wurzeln weit unten in deinem innersten Wesen hat? Es ist der Muttergeist, an den du dich wie ein Säugling an die Brust drückst. Macht nicht den Fehler anzunehmen, dass die kleine Welt, die ihr um euch herum seht, die Erde, die nur ein Staubkorn im Universum ist, das Universum selbst ist. Es gibt Millionen und Abermillionen solcher Welten und noch mehr. Und es gibt Millionen und Abermillionen solcher Universen, die im unendlichen Verstand des All-Einen existieren. Und selbst in unserem eigenen kleinen Sonnensystem gibt es Regionen und Ebenen des Lebens, die weit höher sind als die unseren. Und Wesen, mit denen wir erdgebundenen Sterblichen verglichen werden, wie die schleimigen Lebensformen, die auf dem Grund des Ozeans wohnen, wenn man sie mit dem Menschen vergleicht. Es gibt Wesen mit Kräften und Eigenschaften, die höher sind, als der Mensch sich je erträumt hat, dass die Götter sie besitzen. Und doch waren diese Wesen einst so wie ihr und noch niedriger. Und ihr werdet mit der Zeit genauso sein wie sie und noch höher, denn das ist die Bestimmung des Menschen, wie die Erleuchteten berichten. Und der Tod ist nicht real. Nicht einmal im relativen Sinne. Er ist nur die Geburt zu einem neuen Leben. Und ihr werdet weiter und weiter und weiter gehen, zu höheren und noch höheren Ebenen des Lebens, Eonen über Eonen von Zeit. Das Universum ist eure Heimat, und ihr werdet seine entferntesten Winkel noch vor dem Ende der Zeit erforschen. Ihr wohnt im unendlichen Geist des All einen, und eure Möglichkeiten und Gelegenheiten sind unendlich, sowohl in Zeit als auch in Raum. Und am Ende des großen Zyklus der Eonen, wenn das All seine Schöpfungen in sich zurückziehen wird, werdet ihr mit Freude gehen, denn dann werdet ihr die ganze Wahrheit des Eins-Seins mit dem All-Einen erkennen können. Das ist der Bericht der Erleuchteten, derjenigen, die auf dem Pfad weit fortgeschritten sind. Und in der Zwischenzeit seid ruhig und gelassen. Ihr seid sicher und geschützt durch die unendliche Macht des Vater-Mutter-Geistes. Im Vater-Mutter-Geist sind die sterblichen Kinder zu Hause. Es gibt niemanden im Universum, der vaterlos oder mutterlos ist. Das Kybalion. Kapitel 6 Das göttliche Paradoxon Die Halbweisen, die die relative Unwirklichkeit des Universums erkennen, bilden sich ein, dass sie seinen Gesetzen trotzen können. Das sind eitle und anmaßende Narren. Und sie werden wegen ihrer Torheit an den Felsen zerschmettert und von den Elementen in Stücke gerissen. Die Wahrhaftweisen, die die Natur des Universums kennen, wenden das Gesetz gegen das Gesetz an, das Höhere gegen das Niedere, und verwandeln durch die Kunst der Alchemie das Unerwünschte in das Würdige und triumphieren so. Die Meisterschaft besteht nicht in abnormen Träumen, Visionen und fantastischen Vorstellungen oder Erlebnissen, sondern darin, die höheren Kräfte gegen die Niederen einzusetzen, den Schmerzen der niederen Ebenen zu entkommen, indem man auf den Höheren schwingt. Transmutation, nicht anmaßende Verleugnung, ist die Waffe des Meisters. Das Kybalion. Dies ist das Paradox des Universums, das sich aus dem Prinzip der Polarität ergibt, das sich manifestiert, wenn das All-Eine zu erschaffen beginnt. Achtet darauf, denn es zeigt den Unterschied zwischen Halbweisheit und Weisheit. Während für das Unendliche All-Eine das Universum, seine Gesetze, seine Kräfte, sein Leben und seine Phänomene wie Dinge sind, die im Zustand der Meditation oder des Traums beobachtet werden, muss das Universum für alles Endliche als real behandelt werden. Und Leben, Handeln und Denken müssen dementsprechend darauf basieren, wenn auch mit einem ständigen Verständnis der höheren Wahrheit. Jedes entsprechend seiner eigenen Ebene und seinen eigenen Gesetzen. Würde das All-Eine annehmen, das Universum sei tatsächlich die Wirklichkeit, dann wehe dem Universum, denn dann gäbe es kein Entrinnen vom Niederen zum Höheren, zum Göttlichen. Dann würde das Universum zu einer festen Größe und Fortschritt wäre unmöglich. Und wenn der Mensch aufgrund von Halbwissen handelt und lebt und das Universum nur als einen Traum betrachtet, wie seine eigenen endlichen Träume, dann wird es in der Tat so für ihn. Und wie ein Schlafwandler stolpert er immer im Kreis herum, macht keine Fortschritte und wird schließlich zum Erwachen gezwungen, weil er mit blauen Flecken und blutenden Händen über die Naturgesetze stürzt, die er ignoriert hat. Halte deinen Geist immer auf den Stern gerichtet, aber lass deine Augen über deine Schritte wachen, damit du nicht durch deinen Blick nach oben in den Sumpf fällst. Erinnere dich an das göttliche Paradox, dass das Universum zwar nicht ist, aber dennoch ist. Denke immer an die zwei Pole der Wahrheit, das Absolute und das Relative. Hüte dich vor Halbwahrheiten. Was die Hermetiker als das Gesetz des Paradoxons kennen, ist ein Aspekt des Prinzips der Polarität. Die hermetischen Schriften sind voll von Hinweisen auf das Auftreten des Paradoxons bei der Betrachtung der Probleme des Lebens und des Seins. Die Lehrer warnen ihre Schüler ständig vor dem Fehler, die andere Seite einer Frage auszulassen. Und ihre Warnungen richten sich besonders auf die Probleme des Absoluten und des Relativen, die alle Studenten der Philosophie verwirren und die so viele veranlassen, entgegen dem zu denken und zu handeln, was allgemein als gesunder Menschenverstand bekannt ist. Und wir warnen alle Studenten davor, das göttliche Paradoxon des Absoluten und Relativen zu begreifen, damit sie sich nicht in den Sumpf der Halbwahrheit verstricken. Dieses Ziel vor Augen wurde diese besondere Lektion geschrieben. Lausche ihr sorgfältig. Der erste Gedanke, der dem denkenden Menschen kommt, nachdem er die Wahrheit erkannt hat, dass das Universum eine geistige Schöpfung des All-Einen ist, ist, dass das Universum und alles, was es enthält, eine bloße Illusion ist, eine Unwirklichkeit. Gegen diesen Gedanken lehnen sich seine Instinkte auf. Aber dies muss, wie alle anderen großen Wahrheiten, sowohl vom Absoluten als auch vom relativen Standpunkt aus betrachtet werden. Vom absoluten Standpunkt aus betrachtet ist das Universum natürlich eine Illusion, ein Traum, eine Phantasmagorie, verglichen mit dem All-Einen an sich. Wir erkennen dies sogar in unserer gewöhnlichen Sichtweise, denn wir sprechen von der Welt als einem flüchtigen Schauspiel, das kommt und geht, geboren wird und stirbt. Das Element der Unbeständigkeit und des Wandels, der Endlichkeit und der Substanzlosigkeit, muss immer mit der Idee eines geschaffenen Universums verbunden sein, wenn es der Idee des All-Einen gegenübergestellt wird, ganz gleich, was unsere Überzeugungen bezüglich der Natur beider sein mögen. Philosophen, Metaphysiker, Wissenschaftler und Theologen sind sich über diesen Gedanken einig. Und der Gedanke findet sich in allen Formen des philosophischen Denkens und der religiösen Vorstellungen, sowie in den Theorien der jeweiligen Schulen der Metaphysik und Theologie. Die hermetischen Lehren predigen also die Substanzlosigkeit des Universums nicht in stärkerer Form als die euch bekannteren Lehren, auch wenn ihre Darstellung des Themas etwas erstaunlicher erscheinen mag. Alles, was einen Anfang und ein Ende hat, muss in gewissem Sinne unwirklich und unwahr sein, und das Universum fällt in allen Denkschulen unter diese Regel. Vom Standpunkt des Absoluten aus gesehen, gibt es nichts Wirkliches außer dem All-Einen, ganz gleich, welche Begriffe wir beim Nachdenken oder Diskutieren über dieses Thema verwenden mögen. Ob das Universum nun aus Materie erschaffen wurde, oder ob es eine mentale Schöpfung im Geist des All-Einen ist, es ist substanzlos, nicht von Dauer. Eine Sache von Zeit, Raum und Veränderung. Wir möchten, dass ihr euch diese Tatsache gründlich vergegenwärtigt, bevor ihr euch ein Urteil über die hermetische Vorstellung von der mentalen Natur des Universums bildet. Denkt über alle anderen Vorstellungen nach und seht, ob dies nicht auch auf sie zutrifft. Aber die absolute Sichtweise zeigt nur eine Seite des Bildes. Die andere Seite ist die relative. Absolute Wahrheit wurde definiert als Dinge, wie der Verstand Gottes sie kennt, während relative Wahrheit ist, Dinge, wie die höchste Vernunft des Menschen sie versteht. Während also für das All-Einen das Universum unwirklich und illusionär sein muss, ein bloßer Traum oder das Ergebnis von Meditation, ist das Universum für den endlichen Verstand, der einen Teil dieses Universums bildet und es mit den Fähigkeiten der Sterblichen betrachtet, in der Tat sehr real und muss so betrachtet werden. Wenn wir die Sichtweise des Absoluten erkennen, dürfen wir nicht den Fehler machen, die Tatsachen und Phänomene des Universums zu ignorieren oder zu leugnen, wie sie sich unserem sterblichen Verstand darstellen. Wir sind nicht das All-Eine. Vergiss das nicht. Um ein bekanntes Beispiel zu nehmen. Wir alle erkennen die Tatsache an, dass Materie für unsere Sinne existiert. Wir werden schlecht dastehen, wenn wir es nicht tun. Und doch versteht sogar unser endlicher Verstand das wissenschaftliche Diktum, dass es so etwas wie Materie aus wissenschaftlicher Sicht nicht gibt. Das, was wir Materie nennen, wird lediglich als eine Ansammlung von Atomen angesehen, wobei die Atome selbst lediglich eine Gruppierung von Krafteinheiten sind, die Elektronen oder Ionen genannt werden, die schwingen und sich in ständiger Kreisbewegung befinden. Wenn wir gegen einen Stein treten, spüren wir den Aufprall. Er scheint real zu sein, auch wenn wir wissen, dass er nur das ist, was wir eben beschrieben haben. Aber bedenken Sie, dass unser Fuß, der den Aufprall mithilfe unseres Gehirns spürt, ebenfalls Materie ist, also aus Elektronen besteht. Und unser Gehirn übrigens auch. Und im besten Fall würden wir den Fuß oder den Stein gar nicht erkennen, wenn wir ihn nicht mithilfe unseres Geistes spüren würden. Andererseits erscheint das Ideal des Künstlers oder Bildhauers, das er in Stein oder auf Leinwand zu reproduzieren versucht, ihm sehr real. Das Gleiche gilt für die Figuren im Kopf des Schriftstellers oder Dramatikers, die er zum Ausdruck bringen will, damit andere sie erkennen können. Und wenn dies im Falle unseres endlichen Verstandes wahr ist, wie hoch muss dann der Grad der Wirklichkeit in den geistigen Bildern sein, die im Verstand des Unendlichen geschaffen werden? Oh, Freunde, für die Sterblichen ist dieses Universum der Mentalität in der Tat sehr real. Es ist das Einzige, das wir jemals kennenlernen können, auch wenn wir uns von Ebene zu Ebene höher und höher in ihm bewegen. Um es anders zu erkennen als durch tatsächliche Erfahrung, müssen wir das All-Eine-Selbst sein. Es stimmt, dass die illusorische Natur der endlichen Dinge umso offensichtlicher wird, je höher wir auf der Skala aufsteigen, je näher wir dem Geist des Vaters kommen. Aber erst wenn das All-Eine uns schließlich in sich hineinzieht, verschwindet die Vision tatsächlich. Wir brauchen uns also nicht mit dem Aspekt der Illusion zu befassen. Vielmehr sollten wir, indem wir die wahre Natur des Universums erkennen, versuchen, seine mentalen Gesetze zu verstehen und uns bemühen, sie in unserem Aufstieg durch das Leben bestmöglich zu nutzen, während wir von einer Ebene zur anderen des Seins reisen. Die Gesetze des Universums sind nichtsdestoweniger eiserne Gesetze, weil sie mentaler Natur sind. Alle, außer dem All-Einen, sind durch sie gebunden. Was im unendlichen Geist des All-Einen ist, ist in einem Maße wirklich, das nur von der Wirklichkeit selbst übertroffen wird, die der Natur des All-Einen innewohnt. Fühlt euch also nicht unsicher oder ängstlich. Wir sind alle fest im unendlichen Geist des All-Eins gehalten, und es gibt nichts, was uns verletzen oder wovor wir uns fürchten könnten. Es gibt keine Macht außerhalb des All-Einen, die uns beeinflussen könnte. So können wir ruhig und sicher ruhen. Es gibt eine Welt des Komforts und der Sicherheit in dieser Erkenntnis, wenn wir sie einmal erreicht haben. Dann schlafen wir ruhig und friedlich, in der Wiege der Tiefe getragen. Wir ruhen sicher im Schoß des Ozeans des unendlichen Geistes, der das All-Eine ist. In dem All-Einen leben und bewegen wir uns und haben unser Sein. Solange wir uns auf der Ebene der Materie aufhalten, ist die Materie für uns nicht weniger Materie, obwohl wir wissen, dass sie nur eine Ansammlung von Elektronen oder Kraftteilchen ist, die schnell schwingen und sich in Form von Atomen umeinander drehen. Die Atome wiederum schwingen und drehen sich und bilden Moleküle, die wiederum größere Massen von Materie bilden. Die Materie wird auch nicht weniger Materie, wenn wir die Untersuchung noch weiter verfolgen und aus den hermetischen Lehren lernen, dass die Kraft, von der die Elektronen nur Einheiten sind, lediglich eine Manifestation des Geistes des All-Einen ist und wie alles andere im Universum rein geistiger Natur ist. Während wir uns auf der Ebene der Materie befinden, müssen wir ihre Phänomene erkennen. Wir können die Materie kontrollieren, wie es alle Meister höheren oder niedrigeren Grates tun, aber wir tun dies, indem wir die höheren Kräfte anwenden. Wir begehen eine Torheit, wenn wir versuchen, die Existenz der Materie unter dem relativen Aspekt zu leugnen. Wir können ihre Herrschaft über uns leugnen, und das zu Recht, aber wir sollten nicht versuchen, sie in ihrem relativen Aspekt zu ignorieren, zumindest solange wir uns auf ihrer Ebene aufhalten. Auch die Naturgesetze werden nicht weniger konstant oder wirksam, wenn wir wissen, dass sie ebenfalls nur mentale Schöpfungen sind. Sie sind auf den verschiedenen Ebenen in vollem Umfang wirksam. Wir überwinden die niederen Gesetze, indem wir noch höhere anwenden. Und nur auf diese Weise. Aber wir können dem Gesetz nicht entkommen oder uns ganz darüber erheben. Nichts außer dem All-Einen kann dem Gesetz entkommen. Und zwar deshalb, weil das All-Eine selbst das Gesetz ist, aus dem alle Gesetze hervorgehen. Die am weitesten fortgeschrittenen Meister können die Kräfte erlangen, die gewöhnlich den Göttern der Menschen zugeschrieben werden. Und es gibt in der großen Hierarchie des Lebens zahllose Ränge von Wesen, deren Wesen und Macht selbst das der höchsten Meister unter den Menschen in einem für sterbliche unvorstellbaren Maße übersteigt. Aber selbst der höchste Meister und das höchste Wesen müssen sich dem Gesetz beugen und in den Augen des All-Einen ein Nichts sein. Wenn also selbst diese höchsten Wesen, deren Kräfte selbst jene übersteigen, die die Menschen ihren Göttern zuschreiben, wenn selbst diese durch das Gesetz gebunden und ihm unterworfen sind, dann stellt euch die Anmaßung des sterblichen Menschen unserer Rasse und unseres Standes vor, wenn er es wagt, die Gesetze der Natur als unwirklich, als visionär und illusorisch zu betrachten, weil er zufällig die Wahrheit zu erfassen vermag, dass die Gesetze geistiger Natur sind und einfach geistige Schöpfungen des All-Einen. Jene Gesetze, die das All-Eine als herrschende Gesetze vorsieht, dürfen nicht missachtet oder wegdiskutiert werden. Solange das Universum Bestand hat, werden sie Bestand haben, denn das Universum existiert aufgrund dieser Gesetze, die seinen Rahmen bilden und es zusammenhalten. Das hermetische Prinzip des Mentalismus erklärt zwar die wahre Natur des Universums nach dem Prinzip, dass alles mental ist, ändert aber nichts an den wissenschaftlichen Vorstellungen vom Universum, vom Leben oder von der Evolution. In der Tat bestätigt die Wissenschaft lediglich die hermetischen Lehren. Letztere lehrt lediglich, dass die Natur des Universums mental ist, während die moderne Wissenschaft gelehrt hat, dass sie materiell ist oder neuerdings, dass sie letztlich Energie ist. Die hermetischen Lehren haben nichts an Herbert Spencers Grundprinzip auszusetzen, dass die Existenz einer unendlichen und ewigen Energie, aus der alle Dinge hervorgehen, postuliert. In der Tat erkennen die Hermetiker in Spencers Philosophie die höchste äußere Aussage über das Wirken der Naturgesetze, die jemals verkündet wurde. Und sie glauben, dass Spencer eine Reinkarnation eines alten Philosophen war, der vor tausenden von Jahren im alten Ägypten lebte und später als Heraklit, dem griechischen Philosophen, der 500 vor Christus lebte, inkarnierte. Und sie betrachten seine Aussage von der unendlichen und ewigen Energie als direkt in der Linie der hermetischen Lehren, immer mit dem Zusatz ihrer eigenen Doktrin, dass seine Energie die Energie des Geistes des All-Einen ist. Mit dem Hauptschlüssel der hermetischen Philosophie wird der Student von Spencer in der Lage sein, viele Türen der inneren philosophischen Konzeptionen des großen englischen Philosophen zu öffnen, dessen Werk die Ergebnisse der Vorbereitung seiner früheren Inkarnationen zeigt. Seine Lehren über die Evolution und den Rhythmus stehen in fast vollkommener Übereinstimmung mit den hermetischen Lehren über das Prinzip des Rhythmus. Der Student der Hermetik muss also keine seiner geschätzten wissenschaftlichen Ansichten über das Universum aufgeben. Alles, was er tun muss, ist, das zugrunde liegende Prinzip zu begreifen, das All-Eine ist Geist, das Universum ist geistig gehalten im Geist des All-Einen. Er wird feststellen, dass die anderen sechs der sieben Prinzipien in sein wissenschaftliches Wissen hineinpassen und dazu dienen werden, obskure Punkte hervorzuheben und Licht in dunkle Ecken zu bringen. Dies ist nicht verwunderlich, wenn wir uns den Einfluss des hermetischen Denkens der frühen griechischen Philosophen vergegenwärtigen, auf deren Denkfundamenten die Theorien der modernen Wissenschaft weitgehend beruhen. Die Akzeptanz des ersten hermetischen Prinzips, des Mentalismus, ist der einzige große Unterschied zwischen der modernen Wissenschaft und den hermetischen Schülern. Und die Wissenschaft bewegt sich allmählich auf die hermetische Position zu, wenn sie im Dunkeln nach einem Weg aus dem Labyrinth sucht, in das sie auf ihrer Suche nach der Wirklichkeit geraten ist. Der Zweck dieser Lektion ist es, unseren Schülern die Tatsache einzuprägen, dass das Universum, seine Gesetze und seine Phänomene in jeder Hinsicht genauso wirklich sind, soweit es den Menschen betrifft, wie sie es unter den Hypothesen des Materialismus oder des Energismus wären. Unter jeder Hypothese ist das Universum in seinem äußeren Aspekt veränderlich, ständig fließend und vergänglich und daher ohne Substanz und Realität. Aber, man beachte den anderen Pol der Wahrheit, unter denselben Hypothesen sind wir gezwungen, so zu handeln und zu leben, als ob die flüchtigen Dinge real und substanziell wären. Der Unterschied zwischen den verschiedenen Hypothesen besteht darin, dass unter den alten Ansichten die mentale Kraft als natürliche Kraft ignoriert wurde, während sie unter dem Mentalismus zur größten natürlichen Kraft wird. Und dieser eine Unterschied revolutioniert das Leben für diejenigen, die das Prinzip und die daraus resultierenden Gesetze und Praktiken verstehen. Deshalb, liebe Studenten, begreift den Vorteil des Mentalismus und lernt die Gesetze, die sich daraus ergeben, zu kennen, zu benutzen und anzuwenden. Aber gebt nicht der Versuchung nach, die, wie das Kybalion sagt, die Halbweisen überwältigt und sie dazu bringt, sich von der scheinbaren Unwirklichkeit der Dinge hypnotisieren zu lassen. Mit der Folge, dass sie wie Traummenschen umherwandern, die in einer Welt der Träume leben und die praktische Arbeit und das Leben des Menschen ignorieren. Mit dem Ergebnis, dass sie an den Felsen zerschellen und von den Elementen zerrissen werden, wegen ihrer Torheit. Folgen wir lieber dem Beispiel der Weisen, das dieselbe Autorität angibt. Setze das Gesetz gegen das Gesetz ein, das Höhere gegen das Niedere und verwandle durch die Kunst der Alchemie, das Unerwünschte in das Würdige und triumphiere so. Wenn wir der Autorität folgen, sollten wir die Halbweisheit, die eine Torheit ist, vermeiden, die die Wahrheit ignoriert. Meisterschaft besteht nicht in abnormalen Träumen, Visionen und fantastischen Vorstellungen oder Leben, sondern darin, die höheren Kräfte gegen die Niederen einzusetzen, den Schmerzen der Niederen Ebenen zu entgehen, indem man auf den Höheren schwingt. Denkt immer daran, Schüler, dass Transmutation, nicht anmaßende Verleugnung, die Waffe des Meisters ist. Die eben genannten Zitate stammen aus dem Kybalion und sind es wert, vom Schüler auswendig gelernt zu werden. Wir leben nicht in einer Welt der Träume, sondern in einem Universum, das zwar relativ, aber real ist, soweit es unser Leben und unsere Handlungen betrifft. Unsere Aufgabe im Universum besteht nicht darin, seine Existenz zu leugnen, sondern zu leben, indem wir die Gesetze nutzen, um von unten nach oben aufzusteigen, weiterzuleben, das Beste zu tun, was wir unter den gegebenen Umständen jeden Tag tun und so weit wie möglich nach unseren größten Ideen und Idealen zu leben. Der wahre Sinn des Lebens ist den Menschen auf dieser Ebene nicht bekannt, wenn überhaupt. Aber die höchsten Autoritäten und unsere eigene Intuition lehren uns, dass wir keinen Fehler machen werden, wenn wir das Beste, was in uns steckt, so weit wie möglich leben und die universelle Tendenz in dieselbe Richtung verwirklichen, trotz scheinbar gegenteiliger Beweise. Wir alle sind auf dem Pfad und die Straße führt immer weiter nach oben, mit häufigen Rastplätzen. Höre die Botschaft des Kybalion, folge dem Beispiel der Weisen und vermeide den Fehler der Halbweisen, die aufgrund ihrer Torheit zugrunde gehen. Kapitel 7 Das All-Eine im Ganzen Während das All-Eine im Ganzen ist, ist es ebenso wahr, dass das Ganze im All-Einen ist. Derjenige, der diese Wahrheit wirklich versteht, hat großes Wissen erlangt. Das Kybalion Wie oft hat die Mehrheit der Menschen die Aussage gehört, dass ihre Gottheit, die mit vielen Namen bezeichnet wird, All-Ein sei? Und wie wenig haben sie die innere, okkulte Wahrheit geahnt, die sich hinter diesen achtlos ausgesprochenen Worten verbirgt? Der allgemein gebräuchliche Ausdruck ist ein Überbleibsel der eben zitierten alten hermetischen Maxime. Wie das Kybalion sagt, wer diese Wahrheit wahrhaftig versteht, hat großes Wissen erlangt. Und da dies so ist, lasst uns diese Wahrheit suchen, deren Verständnis so viel bedeutet. In dieser Aussage der Wahrheit, dieser hermetischen Maxime, ist eine der größten philosophischen, wissenschaftlichen und religiösen Wahrheiten verborgen. Wir haben euch die hermetische Lehre über die mentale Natur des Universums gegeben. Die Wahrheit, dass das Universum mental ist, gehalten im Geist des All-Einen. Wie das Kybalion in der eben zitierten Passage sagt, das All-Eine ist in allem. Aber man beachte auch die damit zusammenhängende Aussage, es ist ebenso wahr, dass das Ganze im All-Einen ist. Diese scheinbar widersprüchliche Aussage lässt sich nach dem Gesetz der Paradoxie vereinbaren. Sie ist außerdem eine exakte hermetische Aussage über die Beziehungen, die zwischen dem All-Einen und seinem mentalen Universum bestehen. Wir haben gesehen, wie das All-Eine im Ganzen ist. Nun wollen wir den anderen Aspekt des Themas untersuchen. Die hermetischen Lehren besagen, dass das Ganze in seinem Universum und in jedem Teil, jedem Partikel, jeder Einheit oder Kombination innerhalb des Universums immanent ist, also in ihm verbleibend, ihm innewohnend. Diese Aussage wird von den Lehrern gewöhnlich durch einen Verweis auf das Prinzip der Entsprechung illustriert. Der Lehrer weist den Schüler an, sich ein mentales Bild von etwas zu machen, von einer Person, einer Idee, von etwas, das eine mentale Form hat. Das beliebteste Beispiel ist das eines Schriftstellers oder Dramatikers, der sich eine Vorstellung von seinen Figuren macht, oder eines Malers oder Bildhauers, der sich ein Bild von einem Ideal macht, das er durch seine Kunst ausdrücken möchte. In jedem Fall wird der Schüler feststellen, dass das Bild zwar nur in seinem eigenen Geist existiert, dass aber er, der Schüler, der Autor, der Dramatiker, der Maler oder der Bildhauer, in gewissem Sinne auch dem geistigen Bild inne wohnt, in ihm verbleibt oder darin wohnt. Mit anderen Worten, die gesamte Tugend, das Leben, der Geist, der Realität im geistigen Bild, stammt aus dem immanenten Geist des Denkers. Betrachtet dies einen Moment lang, bis ihr die Idee verstanden habt. Nehmen wir ein modernes Beispiel. Othello, Iago, Hamlet, Lear, Richard III. existierten zum Zeitpunkt ihrer Konzeption oder Schöpfung nur im Kopf von Shakespeare. Und doch existierte Shakespeare auch in jeder dieser Figuren und verlieh ihnen ihre Vitalität, ihren Geist und ihre Handlung. Wer ist der Geist der Figuren, die wir als Micorber, Oliver Twist, Uriah Heep kennen? Ist es Dickens oder hat jede dieser Figuren einen persönlichen Geist, unabhängig von ihrem Schöpfer? Haben die Venus von Medici, die Sixtinische Madonna, der Apollo Belvidere, einen eigenen Geist und eine eigene Realität? Oder repräsentieren sie die geistige und mentale Kraft ihrer Schöpfer? Das Gesetz des Paradoxons erklärt, dass beide Aussagen wahr sind, wenn man sie unter dem richtigen Gesichtspunkt betrachtet. Micorber ist sowohl Micorber als auch Dickens. Und wiederum kann man zwar sagen, dass Micorber Dickens ist, aber Dickens ist nicht identisch mit Micorber. Der Mensch kann, wie Micorber ausrufen, der Geist meines Schöpfers ist in mir, und doch bin ich nicht er. Wie sehr unterscheidet sich dies von der schockierenden Halbwahrheit, die so lautstark von einigen Halbweisen verkündet wird, die die Luft mit ihrem lauten Geschrei erfüllen? Ich bin Gott! Man stelle sich den armen Micorber oder den hinterhältigen Uriah Heep vor, die schreien, »Ich bin Dickens!« oder einige der niederen Tölpel in einem von Shakespeare-Stücken, die Wortgewand verkünden, »Ich bin Shakespeare!« Das Ganze ist im Regenwurm. Und doch ist der Regenwurm weit davon entfernt, das Ganze zu sein. Und doch bleibt das Wunder, dass, obwohl der Regenwurm nur als ein niedriges Ding existiert, das nur im Geist des All-Einen erschaffen wurde und sein Dasein hat, das All-Eine im Regenwurm und in den Teilchen, aus denen der Regenwurm besteht, immanent ist. Kann es ein größeres Mysterium geben als das, dass alles ist im All-Einen und das All-Eine in allem? Der Schüler wird natürlich erkennen, dass die eben gegebenen Beispiele notwendigerweise unvollkommen und unzureichend sind, denn sie stellen die Schöpfung mentaler Bilder in endlichen Gemütern dar, während das Universum eine Schöpfung des unendlichen Geistes ist. Und der Unterschied zwischen den beiden Polen trennt sie. Und doch ist es nur eine Frage des Grades. Dasselbe Prinzip ist am Werk. Das Prinzip der Korrespondenz manifestiert sich in beiden. Die oben, so unten. Die unten, so oben. Und in dem Maße, in dem der Mensch die Existenz des ihm innewohnenden Geistes erkennt, wird er auf der spirituellen Skala des Lebens aufsteigen. Das ist es, was spirituelle Entwicklung bedeutet. Das Erkennen, Realisieren und Manifestieren des Geistes in uns. Versucht euch diese letzte Definition zu merken. Die der geistigen Entwicklung. Sie enthält die Wahrheit der wahren Religion. Es gibt viele Ebenen des Seins, viele Unterebenen des Lebens, viele Stufen der Existenz im Universum. Und alle hängen von der Entwicklung der Wesen auf der Skala ab, deren unterster Punkt die grobstofflichste Materie ist, während der höchste nur durch die dünnste Trennung vom Geist des All-Einen getrennt ist. Und auf dieser Skala des Lebens bewegt sich alles aufwärts und vorwärts. Alle befinden sich auf dem Pfad, dessen Ende das All-Eine ist. Fortschritt ist eine Rückkehr nach Hause. All-Eine ist aufwärts und vorwärts, trotz aller scheinbar widersprüchlichen Erscheinungen. Dies ist die Botschaft der Erleuchteten. Die hermetischen Lehren über den Prozess der mentalen Schöpfung des Universums besagen, dass zu Beginn des Schöpfungszyklus das All-Eine in seinem Aspekt des Seins, seinen Willen auf seinen Aspekt des Werdens, projiziert. Und der Prozess der Schöpfung beginnt. Es wird gelehrt, dass der Prozess aus der Absenkung der Schwingung besteht, bis ein sehr niedriger Grad an Schwingungsenergie erreicht ist, an dem sich die gröbste mögliche Form der Materie manifestiert. Dieser Prozess wird das Stadium der Involution genannt, in dem das All-Eine in seine Schöpfung verwickelt oder eingewickelt wird. Die Hermetiker glauben, dass dieser Prozess mit dem mentalen Prozess eines Künstlers, Schriftstellers oder Erfinders korrespondiert, der so in seine mentale Schöpfung vertieft ist, dass er fast seine eigene Existenz vergisst und für den Moment fast in seiner Schöpfung lebt. Wenn wir anstelle von vertieft das Wort entrückt verwenden, geben wir vielleicht eine bessere Vorstellung davon, was gemeint ist. Dieses unwillkürliche Stadium der Schöpfung wird manchmal als Ausgießen der göttlichen Energie bezeichnet, so wie der evolutionäre Zustand als Zurückziehen bezeichnet wird. Der äußerste Pol des schöpferischen Prozesses wird als der am weitesten vom Ganzen entfernte angesehen, während der Beginn des evolutionären Stadiums als der Beginn der Rückschwingung des Pendels des Rhythmus betrachtet wird. Eine Idee der Heimkehr, die in allen hermetischen Lehren vertreten wird. Die Lehren besagen, dass während der Ausgießung die Schwingungen immer niedriger werden, bis schließlich der Drang nachlässt und der Rückschwung beginnt. Aber es gibt einen Unterschied. Während sich die schöpferischen Kräfte in der Ausgießung kompakt und als Ganzes manifestieren, manifestiert sich vom Beginn der Evolutions- oder Rückzugsstufe an das Gesetz der Individualisierung. Das heißt, die Tendenz, sich in Krafteinheiten aufzuspalten, so dass schließlich das, was das Ganze als unindividualisierte Energie verließ, als zahllose, hochentwickelte Lebenseinheiten zu seiner Quelle zurückkehrt, nachdem es durch physische, mentale und spirituelle Evolution in der Skala höher und höher gestiegen ist. Die alten Hermetiker benutzen das Wort Meditation, um den Prozess der mentalen Schöpfung des Universums im Geist des Ganzen zu beschreiben, wobei auch das Wort Kontemplation häufig verwendet wird. Aber die beabsichtigte Idee scheint die der Beschäftigung mit der göttlichen Aufmerksamkeit zu sein. Aufmerksamkeit ist ein Wort, das von der lateinischen Wurzel abgeleitet ist und Ausstrecken bedeutet. Und so ist der Akt der Aufmerksamkeit wirklich ein mentales Ausstrecken der mentalen Energie, so dass die zugrunde liegende Idee leicht zu verstehen ist, wenn wir die wahre Bedeutung von Aufmerksamkeit untersuchen. Die hermetischen Lehren über den Evolutionsprozess besagen, dass das Ganze, nachdem es über den Beginn der Schöpfung meditiert hat, nachdem es auf diese Weise die materiellen Grundlagen des Universums geschaffen hat, nachdem es es in die Existenz hineingedacht hat, dann allmählich aus seiner Meditation erwacht und dadurch den Evolutionsprozess auf den materiellen, mentalen und spirituellen Ebenen nacheinander und in der richtigen Reihenfolge in Gang setzt. So beginnt die Aufwärtsbewegung und alles beginnt, sich geistig zu bewegen. Die Materie wird weniger grob, die Einheiten entstehen, die Kombinationen beginnen sich zu bilden, das Leben erscheint und manifestiert sich in immer höheren Formen und der Verstand tritt immer mehr in Erscheinung. Die Schwingungen werden ständig höher. Kurz gesagt, der gesamte Prozess der Evolution in all seinen Phasen beginnt und verläuft nach den bewährten Gesetzen des Entstehungsprozesses. All dies nimmt Äonen über Äonen der menschlichen Zeit in Anspruch, wobei jedes Äon zahllose Millionen von Jahren umfasst. Doch die Erleuchteten sagen uns, dass die gesamte Schöpfung einschließlich der Involution und Evolution eines Universums für das All-Eine nur wie ein Augenzwinkern ist. Am Ende zahlloser Zyklen von Äonen der Zeit zieht das All-Eine seine Aufmerksamkeit, seine Kontemplation und Meditation des Universums zurück, denn das große Werk ist vollendet und das All-Eine zieht sich in das Ganze zurück, aus dem es hervorgegangen ist. Aber das Mysterium der Mysterien, der Geist einer jeden Seele, wird nicht ausgelöscht, sondern unendlich ausgedehnt. Das Erschaffene und der Schöpfer sind verschmolzen. Das ist der Bericht der Erleuchteten. Das eben genannte Beispiel der Meditation und des anschließenden Erwachens aus der Meditation des All-Einen ist natürlich nur ein Versuch, der Lehrer den unendlichen Prozess durch ein endliches Beispiel zu beschreiben. Und dennoch, wie unten, so oben. Der Unterschied liegt lediglich im Grad. Und so wie das All-Eine sich aus der Meditation über das Universum erhebt, so hört der Mensch mit der Zeit auf, sich auf der materiellen Ebene zu manifestieren und zieht sich mehr und mehr in den innewohnenden Geist zurück, der in der Tat das göttliche Ich ist. Es gibt noch eine weitere Angelegenheit, über die wir in dieser Lektion sprechen wollen und die einem Eindringen in das metaphysische Gebiet der Spekulation sehr nahe kommt, obwohl unser Zweck lediglich darin besteht, die Sinnlosigkeit solcher Spekulationen aufzuzeigen. Wir spielen auf die Frage an, die unweigerlich allen Denkern in den Sinn kommt, die es gewagt haben, die Wahrheit zu suchen. Die Frage lautet, warum erschafft das All-Eine Universen? Die Frage kann in verschiedenen Formen gestellt werden, aber sie ist der Kern der Untersuchung. Die Menschen haben sich sehr bemüht, diese Frage zu beantworten, aber noch immer gibt es keine Antwort, die diesen Namen verdient. Einige haben sich vorgestellt, dass das All-Eine dadurch etwas zu gewinnen hätte, aber das ist absurd, denn was könnte das All-Eine gewinnen, was es nicht schon besitzt? Andere haben die Antwort in der Idee gesucht, dass das All-Eine etwas zu lieben wünschte und andere, dass es das Universum zum Vergnügen oder zur Unterhaltung schuf oder weil es einsam war oder um seine Macht zu manifestieren. Alles kindische Erklärungen und Ideen, die der kindlichen Periode des Denkens angehören. Andere haben versucht, das Mysterium zu erklären, indem sie annahmen, dass das All-Eine sich aufgrund seiner eigenen inneren Natur, seinem schöpferischen Instinkt zum Schaffen gezwungen sah. Diese Idee ist den anderen voraus, aber ihr Schwachpunkt liegt in der Vorstellung, dass das All-Eine durch irgendetwas gezwungen wird, sei es durch etwas Inneres oder Äußeres. Wenn seine innere Natur oder sein schöpferischer Instinkt es zu irgendetwas zwingen würde, dann wäre die innere Natur oder der schöpferische Instinkt das Absolute und nicht das All-Eine. Und dementsprechend fällt dieser Teil des Satzes. Und doch erschafft und manifestiert das All-Eine und es scheint eine Art Befriedigung darin zu finden. Und es ist schwierig, sich der Schlussfolgerung zu entziehen, dass es in einem unendlichen Ausmaß das haben muss, was einer inneren Natur oder einem schöpferischen Instinkt im Menschen entsprechen würde, mit entsprechend unendlichem Verlangen und Willen. Es könnte nicht handeln, wenn es nicht wollte, dass es handelt. Und es würde nicht wollen, dass es handelt, wenn es dadurch nicht eine gewisse Befriedigung erlangt. Und all diese Dinge würden zu einer inneren Natur gehören und könnten als gemäß dem Gesetz der Korrespondenz existierend postuliert werden. Dennoch ziehen wir es vor uns, dass All-Eine als völlig frei von jeglichem Einfluss, sowohl intern als auch extern zu denken. Das ist das Problem, das an der Wurzel der Schwierigkeit liegt und die Schwierigkeit, die an der Wurzel des Problems liegt. Streng genommen kann man nicht sagen, dass es irgendeinen Grund für das Handeln des All-Einen gibt, denn ein Grund impliziert eine Ursache und das All-Eine steht über Ursache und Wirkung. Es sei denn, es will eine Ursache werden, dann wird das Prinzip in Bewegung gesetzt. Du siehst also, die Materie ist undenkbar, so wie das All-Eine unerkennbar ist. So wie wir sagen, dass das All-Eine lediglich ist, so sind wir gezwungen zu sagen, dass das All-Eine handelt, weil es handelt. Schließlich ist das All-Eine die ganze Vernunft in sich selbst, das ganze Gesetz in sich selbst, die ganze Handlung in sich selbst. Und es kann wahrheitsgemäß gesagt werden, dass das All-Eine seine eigene Vernunft, sein eigenes Gesetz, seine eigene Handlung ist. Oder noch weiter, dass das All-Eine seine Vernunft, seine Handlung, sein Gesetz, Eins sind, da sie alle Namen für dieselbe Sache sind. Nach Meinung derer, die Ihnen diese Lektionen geben, ist die Antwort im Inneren Selbst des All-Einen eingeschlossen, zusammen mit seinem Geheimnis des Seins. Das Gesetz der Korrespondenz reicht unserer Meinung nach nur bis zu dem Aspekt des All-Einen, den man als Aspekt des Wesens bezeichnen kann. Hinter diesem Aspekt befindet sich der Aspekt des Seins, in dem sich alle Gesetze im Gesetz verlieren. Alle Prinzipien gehen im Grundsatz auf und das All-Eine, der Grundsatz und das Sein sind identisch, ein und dasselbe. Daher sind metaphysische Spekulationen über diesen Punkt sinnlos. Wir gehen hier nur darauf ein, um zu zeigen, dass wir die Frage erkennen und auch die Absurdität der gewöhnlichen Antworten der Metaphysik und Theologie. Abschließend mag es für unsere Schüler von Interesse sein zu erfahren, dass die Legenden besagen, obwohl einige der alten und modernen hermetischen Lehrer eher dazu neigten, das Prinzip der Korrespondenz auf diese Frage anzuwenden, mit dem Ergebnis der Schlussfolgerung der inneren Natur. Dass diese Legenden also besagen, dass Hermes, der Große, als er diese Frage von seinen fortgeschrittenen Schülern gestellt bekam, sie beantwortete, indem er seine Lippen fest zusammenpresste und kein Wort sagte, was anzeigte, dass es keine Antwort gab. Vielleicht wollte er aber auch das Axiom seiner Philosophie anwenden, das da lautet, die Lippen der Weisheit sind verschlossen, außer für die Ohren des Verstehens, weil er glaubte, dass selbst seine fortgeschrittenen Schüler nicht das Verstehen besaßen, dass sie zur Lehre berechtigte. Wenn Hermes das Geheimnis besaß, versäumte er es jedenfalls, es weiterzugeben, und, soweit es die Welt betrifft, sind die Lippen des Hermes diesbezüglich geschlossen. Und wo der Große Hermes zögerte zu sprechen, welcher Sterbliche kann es da wagen zu lehren? Aber bedenke, was auch immer die Antwort auf dieses Problem sein mag, wenn es tatsächlich eine Antwort gibt, die Wahrheit bleibt, während das All-Eine in allem ist, ist es ebenso wahr, dass alles im All-Einen ist. Die Lehre zu diesem Punkt ist eindeutig. Und, wir können die abschließenden Worte des Zitats hinzufügen, wer diese Wahrheit wahrhaftig versteht, hat großes Wissen erlangt. Kapitel 8 Ebenen der Korrespondenz Wie oben zu unten, wie unten zu oben. Das Kybalion Das große zweite hermetische Prinzip verkörpert die Wahrheit, dass es eine Harmonie, Übereinstimmung und Korrespondenz zwischen den verschiedenen Ebenen der Manifestation, des Lebens und des Seins gibt. Diese Wahrheit ist eine Wahrheit, weil alles, was im Universum enthalten ist, von derselben Quelle ausgeht. Und dieselben Gesetze, Prinzipien und Eigenschaften gelten für jede Einheit oder Kombination von Einheiten der Aktivität, während jede ihrer eigenen Phänomene auf ihrer eigenen Ebene manifestiert. Zum Zweck der Bequemlichkeit des Denkens und Studierens ist die hermetische Philosophie der Ansicht, dass das Universum in drei große Klassen von Phänomenen unterteilt werden kann, die als die drei großen Ebenen bekannt sind, nämlich erstens die große physische Ebene, zweitens die große Mentalebene und drittens die große spirituelle Ebene. Diese Unterteilungen sind mehr oder weniger künstlich und willkürlich, denn in Wahrheit sind alle drei Unterteilungen nur aufsteigende Stufen der großen Skala des Lebens, deren unterster Punkt die undifferenzierte Materie und deren höchster Punkt der Geist ist. Außerdem gehen verschiedene Ebenen ineinander über, sodass es keine feste Trennung zwischen den höheren Phänomenen des physischen und den niedrigeren des mentalen oder zwischen den höheren des mentalen und den niedrigeren des physischen geben kann. Kurz gesagt, die drei großen Ebenen können als drei große Gruppen von Lebensmanifestationsgraden betrachtet werden. Obwohl der Zweck dieses kleinen Buches es uns nicht erlaubt, in eine ausführliche Diskussion oder Erklärung des Themas dieser verschiedenen Ebenen einzutreten, halten wir es dennoch für angebracht, an dieser Stelle eine allgemeine Beschreibung derselben zu geben. Zu Beginn können wir auch die Frage betrachten, die so oft von Neulingen gestellt wird, die über die Bedeutung des Wortes Ebene informiert werden wollen. Ein Begriff, der in vielen neueren Werken zum Thema Okkultismus sehr frei verwendet und sehr schlecht erklärt wird. Die Frage lautet im Allgemeinen etwa wie folgt. Ist eine Ebene ein Ort, der Dimensionen hat, oder ist sie lediglich ein Zustand oder eine Bedingung? Wir antworten, nein, weder ein Ort noch eine gewöhnliche Dimension des Raumes und doch mehr als ein Zustand oder eine Bedingung. Sie kann als ein Zustand oder eine Bedingung betrachtet werden und doch ist der Zustand oder die Bedingung ein Grad der Dimension in einer Skala, die gemessen werden kann. Ein wenig paradox, oder nicht? Aber schauen wir uns die Sache einmal an. Eine Dimension ist, wie wir wissen, ein Maß in einer geraden Linie, das sich auf ein Maß bezieht. Die gewöhnlichen Dimensionen des Raums sind Länge, Breite und Höhe. Oder vielleicht Länge, Breite, Höhe, Dicke oder Umfang. Aber es gibt noch eine andere Dimension der erschaffenen Dinge oder des Maßes in einer geraden Linie, die den Okkultisten und auch den Wissenschaftlern bekannt ist, obwohl letztere den Begriff Dimension noch nicht auf sie angewandt haben. Und diese neue Dimension, über die übrigens viel spekuliert wird, die vierte Dimension, ist der Standard, der bei der Bestimmung der Grade oder Ebenen verwendet wird. Diese vierte Dimension kann die Dimension der Schwingung genannt werden. Es ist eine Tatsache, die sowohl der modernen Wissenschaft als auch den Hermetikern bekannt ist, die diese Wahrheit in ihrem dritten hermetischen Prinzip verankert haben, dass alles in Bewegung ist, alles schwingt, nichts ruht. Von der höchsten Manifestation bis zur niedrigsten schwingt alles und alle Dinge. Sie schwingen nicht nur mit unterschiedlichen Bewegungsgeschwindigkeiten, sondern auch in unterschiedlichen Richtungen und auf unterschiedliche Weise. Die Grade der Schwingungsgeschwindigkeit bilden die Messgrade auf der Schwingungsskala. Mit anderen Worten, die Grade der vierten Dimension. Und diese Grade bilden das, was Okkultisten Ebenen nennen. Je höher der Grad der Schwingungsrate, desto höher die Ebene und desto höher die Manifestation des Lebens, die diese Ebene einnimmt. Obwohl eine Ebene also weder ein Ort noch ein Zustand ist, besitzt sie doch Eigenschaften, die beiden gemeinsam sind. Wir werden in unseren nächsten Lektionen, in denen wir uns mit dem hermetischen Prinzip der Schwingung befassen werden, mehr über das Thema der Schwingungsskala sagen. Man bedenke jedoch, dass die drei großen Ebenen keine tatsächlichen Unterteilungen der Phänomene des Universums sind, sondern lediglich willkürliche Begriffe, die von den Hermetikern verwendet wurden, um das Denken und Studieren der verschiedenen Grade und Formen der universellen Aktivität und des Lebens zu erleichtern. Das Atom der Materie, die Krafteinheit, der Verstand des Menschen und das Wesen des Erzengels sind alle nur Stufen in einer Skala und alle im Grunde dasselbe. Der Unterschied ist nur eine Frage des Grades und der Schwingungsrate. Alle sind Schöpfungen des Alleinen und haben ihre Existenz nur im unendlichen Verstand des Alleinen. Die Hermetiker unterteilen jede der drei großen Ebenen in sieben kleinere Ebenen und jede dieser letzteren ist ebenfalls in sieben Unterebenen unterteilt, wobei alle Unterteilungen mehr oder weniger willkürlich sind, ineinander übergehen und lediglich aus Gründen der Bequemlichkeit für wissenschaftliche Studien und Gedanken angenommen wurden. Die große physikalische Ebene mit ihren sieben Unterebenen ist diejenige Unterteilung der Phänomene des Universums, die alles umfasst, was mit Physik oder materiellen Dingen, Kräften und Manifestationen zu tun hat. Sie umfasst alle Formen dessen, was wir Materie nennen und alle Formen dessen, was wir Energie oder Kraft nennen. Aber man muss bedenken, dass die hermetische Philosophie die Materie nicht als ein Ding an sich anerkennt oder als etwas, das eine separate Existenz hat, nicht einmal im Geist des Alleinen. Die Lehren besorgen, dass Materie nur eine Form von Energie ist, das heißt, Energie mit einer niedrigen Schwingungsrote einer bestimmten Art. Dementsprechend ordnen die Hermetiker die Materie unter der Überschrift Energie ein und geben ihr drei der sieben Nebenebenen der großen physischen Ebene. Diese sieben kleinen physikalischen Ebenen sind wie folgt. Erstens, die Ebene der Materie A. Zweitens, die Ebene der Materie B. Drittens, die Ebene der Materie C. Viertens, die Ebene der ätherischen Substanz. Fünftens, die Ebene der Energie A. Sechstens, die Ebene der Energie B. Und siebtens, die Ebene der Energie C. Die Ebene der Materie A umfasst die Formen der Materie in Form von Feststoffen, Flüssigkeiten und Gasen, wie sie in den Lehrbüchern der Physik allgemein anerkannt sind. Die Ebene der Materie B umfasst bestimmte höhere und subtilere Formen der Materie, deren Existenz die moderne Wissenschaft erst jetzt erkennt, wobei die Phänomene der strahlenden Materie in ihren Phasen des Radiums und so weiter zur unteren Unterabteilung dieser kleineren Ebene gehören. Die Ebene der Materie C umfasst Formen der subtilsten und zartesten Materie, deren Existenz von den gewöhnlichen Wissenschaftlern nicht vermutet wird. Die Ebene der ätherischen Substanz umfasst das, was die Wissenschaft als Äther bezeichnet. Eine Substanz von extremer Zähigkeit und Elastizität, die den gesamten universellen Raum durchdringt und als Medium für die Übertragung von Energiewellen wie Licht, Wärme, Elektrizität dient. Diese ätherische Substanz bildet ein Bindeglied zwischen der Materie, der sogenannten, und der Energie und hat Teil an der Natur beider. Die ermetischen Lehren besagen jedoch, dass diese Ebene sieben Unterteilungen hat, wie alle anderen Ebenen auch, und dass es in der Tat sieben Äther anstelle von nur einem gibt. Über der Ebene der ätherischen Substanz befindet sich die Ebene der Energie A, die die gewöhnlichen, der Wissenschaft bekannten Energieformen umfasst. Ihre sieben Unterebenen sind Wärme, Licht, Magnetismus, Elektrizität und Anziehung, einschließlich Gravitation, Kohäsion, chemische Affinität und so weiter. Sowie verschiedene andere Energieformen, die durch wissenschaftliche Experimente angezeigt, aber noch nicht benannt oder klassifiziert wurden. Die Ebene der Energie B umfasst sieben Unterebenen höherer Energieformen, die von der Wissenschaft noch nicht entdeckt worden sind, die aber als feinere Kräfte der Natur bezeichnet werden und die bei der Manifestation bestimmter Formen mentaler Phänomene zum Einsatz kommen und durch die solche Phänomene möglich werden. Die Ebene der Energie C umfasst sieben Unterebenen von Energie, die so hoch organisiert ist, dass sie viele Merkmale des Lebens trägt, die aber vom Verstand der Menschen auf der gewöhnlichen Entwicklungsebene nicht erkannt wird, da sie nur den Wesen der geistigen Ebene zur Verfügung steht. Eine solche Energie ist für den gewöhnlichen Menschen unvorstellbar und kann fast als göttliche Kraft betrachtet werden. Die Wesen, die sie anwenden, sind wie Götter, selbst verglichen mit den höchsten uns bekannten menschlichen Typen. Die große Mentalebene umfasst die uns im gewöhnlichen Leben bekannten Formen von Lebewesen sowie bestimmte andere Formen, die nur den Okkultisten bekannt sind. Die Klassifizierung der sieben kleineren Mentalebene ist mehr oder weniger zufriedenstellend und willkürlich, es sei denn, sie wird von ausführlichen Erklärungen begleitet, die dem Zweck dieses Werkes fremd sind. Aber wir können sie genauso gut erwähnen. Sie lauten wie folgt. Erstens, die Ebene des mineralischen Geistes. Zweitens, die Ebene des elementaren Geistes A. Drittens, die Ebene des Pflanzengeistes. Viertens, die Ebene des elementaren Geistes B. Fünftens, die Ebene des Tiergeistes. Sechstens, die Ebene des elementaren Geistes C. Und siebtens, die Ebene des menschlichen Geistes. Die Ebene des mineralischen Geistes umfasst die Zustände oder Bedingungen der Einheiten oder Wesenheiten oder Gruppen und Kombinationen derselben, die die uns als Mineralien, Chemikalien und so weiter bekannten Formen beleben. Diese Einheiten dürfen nicht mit den Molekülen, Atomen und Korpuskeln selbst verwechselt werden, da Letzteren nur die materiellen Körper oder Formen dieser Einheiten sind, so wie der Körper eines Menschen nur seine materielle Form und nicht er selbst ist. Diese Wesenheiten können in gewissem Sinne Seelen genannt werden und sind Lebewesen eines niedrigen Grades von Entwicklung, Leben und Geist. Nur ein wenig mehr als die Einheiten lebendiger Energie, die höheren Unterabteilungen der höchsten physischen Ebene ausmachen. Der Durchschnittsverstand schreibt dem Mineralreich im Allgemeinen nicht den Besitz von Geist, Seele oder Leben zu. Aber alle Okkultisten erkennen die Existenz desselben an und die moderne Wissenschaft bewegt sich in dieser Hinsicht rasch auf den Standpunkt der Hermetiker zu. Die Moleküle, Atome und Korpuskeln haben ihre Lieben und Hassen, Vorlieben und Abneigungen, Anziehungen und Abstoßungen, Affinitäten und Nicht-Affinitäten. Und einige der kühnsten modernen Wissenschaftler haben die Meinung geäußert, dass das Verlangen und der Wille, die Emotionen und die Gefühle der Atome sich nur im Grad von denen des Menschen unterscheiden. Wir haben weder Zeit noch Raum, um diese Angelegenheit hier zu erörtern. Alle Okkultisten wissen, dass es sich um eine Tatsache handelt. Und andere werden auf einige der neueren wissenschaftlichen Werke verwiesen, um eine Bestätigung von außen zu erhalten. Es gibt die üblichen sieben Unterabteilungen dieser Ebene. Die Ebene des Elementargeistes A umfasst den Zustand und den Grad der mentalen und vitalen Entwicklung einer Klasse von Wesenheiten, die dem Durchschnittsmenschen unbekannt, den Okkultisten aber bekannt sind. Sie sind für die gewöhnlichen Sinne des Menschen unsichtbar, aber sie existieren dennoch und spielen ihre Rolle im Drama des Universums. Ihr Intelligenzgrad liegt zwischen dem der mineralischen und chemischen Wesenheiten auf der einen und dem der Wesenheiten des Pflanzenreiches auf der anderen Seite. Auch diese Ebene ist in sieben Unterbereiche gegliedert. Die Ebene des Pflanzenverstandes mit ihren sieben Unterabteilungen umfasst die Zustände oder Bedingungen der Wesenheiten, die die Bereiche der Pflanzenwelt bilden, deren vitale und mentale Phänomene vom durchschnittlich intelligenten Menschen recht gut verstanden werden, da im letzten Jahrzehnt viele neue und interessante wissenschaftliche Werke über Geist und Leben in Pflanzen veröffentlicht wurden. Pflanzen haben Leben, Geist und Seelen, ebenso wie die Tiere, der Mensch und der Übermensch. Die Ebene des elementaren Verstandes B umfasst in ihren sieben Unterabteilungen die Zustände und Bedingungen einer höheren Form elementarer oder unsichtbarer Wesenheiten, die ihre Rolle im allgemeinen Wirken des Universums spielen und deren Verstand und Leben einen Teil der Skala zwischen der Ebene des pflanzlichen Verstandes und der Ebene des tierischen Verstandes bilden, wobei die Wesenheiten an der Natur beider teilhaben. Die Ebene des tierischen Verstandes umfasst in ihren sieben Unterabteilungen die Zustände und Bedingungen der Entitäten, Wesen oder Seelen, die die uns allen bekannten tierischen Lebensformen beleben. Es ist nicht nötig, auf Einzelheiten dieses Reiches oder dieser Ebene des Lebens einzugehen, denn die Tierwelt ist uns ebenso vertraut wie unsere eigene. Die Ebene des Elementargeistes C umfasst in ihren sieben Unterabteilungen jene Wesenheiten, die unsichtbar sind, wie alle diese elementaren Formen und die in gewissem Maße und in bestimmten Kombinationen sowohl die Natur des tierischen als auch des menschlichen Lebens in sich tragen. Die höchsten Formen sind von halb menschlicher Intelligenz. Die Ebene des menschlichen Verstandes umfasst in ihren sieben Unterabteilungen jene Manifestationen des Lebens und der Mentalität, die dem Menschen in seinen verschiedenen Graden, Stufen und Abteilungen gemeinsam sind. In diesem Zusammenhang möchten wir auf die Tatsache hinweisen, dass der Durchschnittsmensch von heute nur die vierte Unterabteilung der Ebene des menschlichen Verstandes einnimmt und nur die intelligentesten Menschen haben die Grenzen der fünften Unterabteilung überschritten. Die Rasse hat Millionen von Jahren gebraucht, um dieses Stadium zu erreichen und es wird noch viele Jahre dauern, bis sie zur sechsten und siebten Unterabteilung und darüber hinaus gelangt. Aber denkt daran, dass es vor uns Rassen gegeben hat, die diese Stufen durchlaufen haben und dann auf höhere Ebenen gelangt sind. Unsere eigene Rasse ist die fünfte, mit Nachzüglern aus der vierten, die den Pfad betreten hat. Und dann gibt es einige wenige fortgeschrittene Seelen unserer eigenen Rasse, die die Masse überflügelt haben und in die sechste und siebte Unterabteilung übergegangen sind. Und einige wenige, die noch weiter fortgeschritten sind. Der Mensch der sechsten Unterabteilung wird der Übermensch sein. Der Mensch der siebten Unterabteilung wird der Übermensch sein. Bei unserer Betrachtung der sieben niederen Mentalebenen haben wir uns lediglich allgemein auf die drei elementaren Ebenen bezogen. Wir wollen in diesem Werk nicht im Detail auf dieses Thema eingehen, da es nicht zu diesem Teil der allgemeinen Philosophie und Lehren gehört. Aber wir können, um euch eine etwas klarere Vorstellung von den Beziehungen dieser Ebenen zu den bekannteren zu geben, so viel sagen. Die Elementarebenen stehen zu den Ebenen der mineralischen, pflanzlichen, tierischen und menschlichen Mentalität und des Lebens in der gleichen Beziehung wie die schwarzen Tasten des Klaviers zu den weißen Tasten. Die weißen Tasten reichen aus, um Musik zu erzeugen. Aber es gibt bestimmte Tonleitern, Melodien und Harmonien, bei denen die schwarzen Tasten eine Rolle spielen und bei denen ihre Anwesenheit notwendig ist. Sie sind auch als Verbindungsglieder des Seelenzustandes, der Entitätszustände zwischen den verschiedenen anderen Ebenen notwendig, da dort bestimmte Formen der Entwicklung erreicht werden. Diese letzte Tatsache gibt jemandem, der zwischen den Zeilen lesen kann, ein neues Licht auf die Prozesse der Evolution und einen neuen Schlüssel zur geheimen Tür der Lebenssprünge zwischen den verschiedenen Königreichen. Die großen Reiche der Elementare werden von allen Okkultisten voll anerkannt und die esoterischen Schriften sind voll von Erwähnungen derselben. Die Leser von Balvers Sanoni und ähnlichen Erzählungen werden die Wesenheiten erkennen, die diese Lebensebenen bewohnen. Wenn wir von der großen Mentalebene zur großen spirituellen Ebene übergehen, was sollen wir dann sagen? Wie können wir diese höheren Zustände des Seins, des Lebens und des Geistes, dem Verstand erklären, der noch nicht in der Lage ist, die höheren Unterteilungen der Ebene des menschlichen Geistes zu erfassen und zu verstehen? Die Aufgabe ist unmöglich. Wir können nur in sehr allgemeinen Begriffen sprechen. Wie kann man einem Menschen, der blind geboren wurde, Licht beschreiben? Wie Zucker einem Menschen, der nie etwas Süßes gekostet hat? Wie eine Harmonie jemandem, der taub geboren wurde? Alles, was wir sagen können, ist, dass die sieben kleinen Ebenen der großen geistigen Ebene, jede kleine Ebene hat ihre sieben Unterabteilungen, aus Wesen bestehen, die Leben, Geist und Form besitzen, die so weit über dem heutigen Menschen stehen, wie dieser über dem Erdenwurm, dem Mineral oder sogar über bestimmten Formen von Energie oder Materie. Das Leben dieser Wesen geht so weit über das Unsere hinaus, dass wir uns die Einzelheiten desselben nicht einmal vorstellen können. Ihr Geist geht so weit über den Unseren hinaus, dass wir für sie kaum zu denken scheinen und unsere geistigen Vorgänge fast wie materielle Vorgänge erscheinen. Die Materie, aus der ihre Formen bestehen, ist aus den höchsten Ebenen der Materie. Ja, einigen wird sogar gesagt, dass sie in reine Energie gekleidet sind. Was kann man über solche Wesen sagen? Auf den sieben niederen Ebenen der großen geistigen Ebene leben Wesen, von denen wir als Engel, Erzengel und Halbgötter sprechen können. Auf den unteren Nebenebenen wohnen jene große Seelen, die wir Meister und Adepten nennen. Über ihnen stehen die großen Hierarchien der Engelsscharen, die für den Menschen unvorstellbar sind. Und über diesen stehen jene, die man ohne Respektlosigkeit die Götter nennen kann. So hoch auf der Skala des Seins stehen sie. Und ihr Wesen, ihre Intelligenz und ihre Macht, sind denen ähnlich, die die Menschenrassen ihren Vorstellungen von Gottheit zuschreiben. Diese Wesen übersteigen selbst die höchsten Höhen der menschlichen Vorstellungskraft. Und das Wort göttlich ist das einzige, das auf sie anwendbar ist. Viele dieser Wesen, wie auch die Engelsscharen, haben das größte Interesse an den Angelegenheiten des Universums und spielen eine wichtige Rolle in seinen Menschenangelegenheiten. Diese unsichtbaren Gottheiten und engelhaften Helfer, denen ihren Einfluss im Prozess der Evolution und des kosmischen Fortschritts frei und kraftvoll aus. Ihr gelegentliches Eingreifen und ihr Beistand in menschlichen Angelegenheiten haben zu den vielen Legenden, Glaubensvorstellungen, Religionen und Traditionen der Menschheit in Vergangenheit und Gegenwart geführt. Sie haben der Welt immer wieder ihr Wissen und ihre Macht übergestülpt, natürlich alles unter dem Gesetz des All-Einen. Doch selbst die höchsten dieser fortgeschrittenen Wesen existieren lediglich als Schöpfungen und im Geist des All-Einen und sind den kosmischen Prozessen und universellen Gesetzen unterworfen. Sie sind immer noch sterblich. Wir mögen sie Götter nennen, wenn wir wollen, aber dennoch sind sie nur die älteren Brüder der Rasse, die fortgeschrittenen Seelen, die ihre Brüder überholt haben und die auf die Ekstase der Absorption durch das All-Eine verzichtet haben, um der Rasse auf ihrer Reise nach oben auf dem Pfad zu helfen. Aber sie gehören zum Universum und sind dessen Bedingungen unterworfen. Sie sind unsterblich und ihre Ebene liegt unterhalb der des absoluten Geistes. Nur die fortgeschrittensten Hermetiker sind in der Lage, die inneren Lehren über den Zustand der Existenz und die Kräfte, die sich auf den geistigen Ebenen manifestieren, zu verstehen. Die Phänomene sind so viel höher als die der Mentalebenen, dass der Versuch, sie zu beschreiben, sicherlich zu einer Verwirrung der Ideen führen würde. Nur diejenigen, deren Verstand jahrelang sorgfältig nach der hermetischen Philosophie geschult wurde, ja, die das zuvor erworbene Wissen aus anderen Inkarnationen mitgebracht haben, können genau verstehen, was mit der Lehre über diese geistigen Ebenen gemeint ist. Und vieles von diesen inneren Lehren wird von den Hermetikern als zu heilig, wichtig und sogar gefährlich für eine allgemeine öffentliche Verbreitung gehalten. Der intelligente Student mag erkennen, was wir damit meinen, wenn wir sagen, dass die Bedeutung von Geist, wie sie von den Hermetikern verwendet wird, der lebendigen Kraft, der belebten Kraft, der inneren Essenz, der Essenz des Lebens ähnelt, wobei diese Bedeutung nicht mit der verwechselt werden darf, die üblicherweise und allgemein im Zusammenhang mit dem Begriff verwendet wird. Das heißt religiös, kirchlich, spirituell, ätherisch, heilig. Für Okkultisten wird das Wort Geist im Sinne von das lebende Prinzip verwendet, was die Vorstellung von Kraft, lebendiger Energie, mystischer Macht mit sich bringt. Und Okkultisten wissen, dass das, was ihnen als geistige Kraft bekannt ist, sowohl für böse als auch für gute Zwecke eingesetzt werden kann, in Übereinstimmung mit dem Prinzip der Polarität. Eine Tatsache, die von der Mehrheit der Religionen in ihren Vorstellungen von Satan, Beelzebub, dem Teufel, Luzifer, den gefallenen Engeln anerkannt wurde. Und so wurde das Wissen über diese Ebenen in allen esoterischen Bruderschaften und okkulten Orden im Allerheiligsten aufbewahrt, in der Geheimkammer des Tempels. Das Pendel des Rhythmus wird sie unweigerlich zum äußersten Punkt der materiellen Existenz zurückschwingen, von wo aus sie ihre Schritte geistig zurückverfolgen müssen, entlang der mühsamen Runden des Pfades, aber immer mit der zusätzlichen Qual, dass sie immer eine bleibende Erinnerung an die Höhen mit sich tragen, von denen sie aufgrund ihrer bösen Handlungen gefallen sind. Wie alle fortgeschrittenen Okkultisten wissen, beruhen die Legenden von den gefallenen Engeln auf Tatsachen. Das Streben nach selbstsüchtiger Macht auf den geistigen Ebenen führt unweigerlich dazu, dass die selbstsüchtige Seele ihr geistiges Gleichgewicht verliert und so weit zurückfällt, wie sie zuvor aufgestiegen war. Aber selbst einer solchen Seele wird die Gelegenheit zur Rückkehr gegeben, und solche Seelen machen die Rückreise und zahlen die schreckliche Strafe nach dem unveränderlichen Gesetz. Abschließend möchten wir noch einmal daran erinnern, dass nach dem Prinzip der Entsprechung, das die Wahrheit verkörpert, wie oben so unten, wie unten so oben, alle sieben hermetischen Prinzipien auf allen der vielen Ebenen, der physischen, mentalen und spirituellen, in vollem Umfang wirksam sind. Das Prinzip der mentalen Substanz gilt natürlich für alle Ebenen, denn alle werden im Geistes alleinen gehalten. Das Prinzip der Entsprechung manifestiert sich in allen, denn es gibt eine Entsprechung, Harmonie und Übereinstimmung zwischen den verschiedenen Ebenen. Das Prinzip der Schwingung manifestiert sich auf allen Ebenen, denn die Unterschiede, die die Ebenen ausmachen, entstehen aus der Schwingung, wie wir erklärt haben. Das Prinzip der Polarität manifestiert sich auf jeder Ebene, wobei die Extreme der Pole scheinbar entgegengesetzt und widersprüchlich sind. Das Prinzip des Rhythmus manifestiert sich auf jeder Ebene, wobei die Bewegung der Phänomene ihre Ebbe und Flut, ihren Anstieg und ihr Fließen, ihr Einströmen und Ausströmen hat. Das Prinzip von Ursache und Wirkung manifestiert sich auf jeder Ebene. Jede Wirkung hat ihre Ursache und jede Ursache ihre Wirkung. Das Prinzip des Gender manifestiert sich auf jeder Ebene, wobei die schöpferische Energie immer manifest ist und entlang der Linien ihrer männlichen und weiblichen Aspekte wirkt. Wie oben, so unten, wie unten, so oben. Dieses jahrhundertealte hermetische Axiom verkörpert eines der großen Prinzipien der universellen Phänomene. Wenn wir mit unserer Betrachtung der übrigen Prinzipien fortfahren, werden wir die Wahrheit der universellen Natur dieses großen Prinzips der Korrespondenz noch deutlicher sehen. Kapitel 9 Schwingung Nichts ruht, alles bewegt sich, alles schwingt. Das Kybalion Das große dritte hermetische Prinzip, das Prinzip der Schwingung, verkörpert die Wahrheit, dass sich die Bewegung in allem im Universum manifestiert, dass nichts ruht, dass sich alles bewegt, schwingt und kreist. Dieses hermetische Prinzip wurde von einigen der frühen griechischen Philosophen erkannt, die es in ihren Systemen verkörperten. Aber dann wurde es jahrhundertelang von den Denkern außerhalb der hermetischen Reihen aus den Augen verloren. Jahrhundert entdeckte... Dann entdeckte die physikalische Wissenschaft die Wahrheit wieder. Und die wissenschaftlichen Entdeckungen des 20. Jahrhunderts haben zusätzliche Beweise für die Richtigkeit und Wahrheit dieser jahrhundertealten hermetischen Lehre geliefert. Die hermetische Lehre besagt, dass nicht nur alles in ständiger Bewegung und Schwingung ist, sondern dass die Unterschiede zwischen den verschiedenen Manifestationen der universellen Kraft ausschließlich auf die unterschiedliche Geschwindigkeit und Art der Schwingungen zurückzuführen sind. Nicht nur das, sondern auch, dass sogar das All-Eine sich selbst als eine ständige Schwingung von solch unendlicher Intensität und schneller Bewegung manifestiert, dass es praktisch als ruhend betrachtet werden kann. Wobei die Lehrer die Aufmerksamkeit der Schüler auf die Tatsache lenken, dass sogar auf der physischen Ebene ein sich schnell bewegendes Objekt, wie ein sich drehendes Rad, in Ruhe zu sein scheint. Die Lehren besagen, dass sich der Geist an einem Ende des Schwingungspols befindet, während der andere Pol bestimmte, extrem grobe Formen der Materie sind. Zwischen diesen beiden Polen gibt es Millionen und Abermillionen von verschiedenen Schwingungsgeschwindigkeiten und Schwingungsarten. Die moderne Wissenschaft hat bewiesen, dass alles, was wir als Materie und Energie bezeichnen, nur Schwingungsformen sind. Und einige der fortgeschritteneren Wissenschaftler bewegen sich rasch auf die Positionen der Okkultisten zu, die behaupten, dass die Phänomene des Geistes ebenfalls Schwingungs- und Bewegungsformen sind. Sehen wir uns an, was die Wissenschaft zur Frage der Schwingungen in Materie und Energie zu sagen hat. Erstens lehrt die Wissenschaft, dass alle Materie in gewissem Maße die Schwingungen, die durch Temperatur oder Wärme entstehen, manifestiert. Ob ein Gegenstand kalt oder heiß ist, beides sind nur Ausprägungen derselben Dinge. Er zeigt bestimmte Wärmeschwingungen und befindet sich in diesem Sinne in Bewegung und Vibration. Dann sind alle Teilchen der Materie in kreisförmiger Bewegung, vom Korpuskel bis zu den Sonnen. Die Planeten kreisen um die Sonnen und viele von ihnen drehen sich um ihre Achsen. Die Sonnen bewegen sich um größere Zentralpunkte und man glaubt, dass diese sich um noch größere bewegen und so weiter ad infinitum. Die Moleküle, aus denen sich die einzelnen Arten von Materie zusammensetzen, befinden sich in einem Zustand ständiger Vibration und Bewegung um einander und gegeneinander. Die Moleküle bestehen aus Atomen, die sich ebenfalls in einem Zustand ständiger Bewegung und Vibration befinden. Die Atome bestehen aus Korpuskeln, die manchmal Elektronen, Ionen und so weiter genannt werden, die sich ebenfalls in einem Zustand schneller Bewegung befinden, umeinander kreisen und einen sehr schnellen Schwingungszustand und Schwingungsmodus aufweisen. Und so sehen wir, dass alle Formen der Materie in Übereinstimmung mit dem hermetischen Prinzip der Schwingung, Schwingung manifestieren. Und so ist es auch mit den verschiedenen Formen der Energie. Die Wissenschaft lehrt, dass Licht, Wärme, Magnetismus und Elektrizität nur Formen von Schwingungsbewegungen sind, die in irgendeiner Weise mit dem Äther verbunden sind und wahrscheinlich von ihm ausgehen. Die Wissenschaft versucht noch nicht, die Natur der Phänomene zu erklären, die als Kohäsion bekannt sind, die das Prinzip der molekularen Anziehung ist. Noch die chemische Affinität, die das Prinzip der atomaren Anziehung ist. Noch die Gravitation, das größte Geheimnis der drei, die das Prinzip der Anziehung ist, durch die jedes Teilchen oder jede Masse der Materie an jedes andere Teilchen oder jede andere Masse gebunden ist. Diese drei Energieformen werden von der Wissenschaft noch nicht verstanden. Aber die Autoren neigen zu der Meinung, dass auch sie Manifestationen irgendeiner Form von Schwingungsenergie sind. Eine Tatsache, die die Hermetiker seit Jahrhunderten vertreten und gelehrt haben. Der universelle Äther, der von der Wissenschaft postuliert wird, ohne dass seine Natur klar verstanden wird, wird von den Hermetikern als eine höhere Manifestation dessen angesehen, was fälschlicherweise Materie genannt wird. Das heißt Materie auf einem höheren Schwingungsgrad und wird von ihnen die ätherische Substanz genannt. Die Hermetiker lehren, dass diese ätherische Substanz von extremer Zähigkeit und Elastizität ist, den universellen Raum durchdringt und als Medium für die Übertragung von Wellen schwingender Energie wie Wärme, Licht, Elektrizität, Magnetismus und so weiter dient. Die Lehren besagen, dass die ätherische Substanz ein Bindeglied zwischen den Formen der Schwingungsenergie ist, die einerseits als Materie und andererseits als Energie oder Kraft bekannt sind und dass sie außerdem einen Grad an Schwingung manifestiert, der in Tempo und Art völlig eigen ist. Wissenschaftler haben das Bild eines sich schnell bewegenden Rades, Kreisels oder Zylinders verwendet, um die Auswirkungen zunehmender Schwingungsgeschwindigkeiten zu zeigen. Die Abbildung geht von einem Rad, einem Kreisel oder einem sich drehenden Zylinder aus, der sich mit einer geringen Geschwindigkeit bewegt. Wir nennen dieses sich drehende Ding das Objekt, wenn wir der Abbildung folgen. Nehmen wir an, das Objekt bewegt sich langsam. Man kann es gut sehen, aber kein Geräusch seiner Bewegung erreicht das Ohr. Die Geschwindigkeit wird allmählich erhöht. In wenigen Augenblicken wird seine Bewegung so schnell, dass ein tiefes Knurren oder ein tiefer Ton zu hören ist. Mit zunehmender Geschwindigkeit steigt der Ton um eine Stufe in der Musikskala an. Dann wird die Bewegung noch weiter gesteigert und der nächst höhere Ton ist zu hören. Dann erscheinen nacheinander alle Töne der Tonleiter, die mit zunehmender Bewegung höher und höher werden. Schließlich, wenn die Bewegungen eine bestimmte Geschwindigkeit erreicht haben, wird der letzte für menschliche Ohren wahrnehmbare Ton erreicht und der schrille, durchdringende Schrei verklingt. Und es folgt Stille. Von dem sich drehenden Objekt ist kein Ton zu hören, da die Geschwindigkeit der Bewegung so hoch ist, dass das menschliche Ohr die Schwingungen nicht wahrnehmen kann. Dann kommt die Wahrnehmung steigender Hitze gerade. Nach einiger Zeit sieht das Auge, wie das Objekt eine stumpfe, dunkelrote Farbe annimmt. Wenn die Geschwindigkeit zunimmt, wird das Rot heller. Mit zunehmender Geschwindigkeit verschmilzt das Rot zu einem Orange. Dann geht das Orange in ein Gelb über. Dann folgen mit zunehmender Geschwindigkeit Grün, Blau, Indigo und schließlich Violett Töne. Dann verschwinden die violetten Schattierungen und alle Farben verschwinden, da das menschliche Auge sie nicht wahrnehmen kann. Aber es gibt unsichtbare Strahlen, die von dem sich drehenden Objekt ausgehen. Die Strahlen, die beim Fotografieren verwendet werden und andere subtile Lichtstrahlen. Dann beginnen sich die besonderen Strahlen zu manifestieren, die als Röntgenstrahlen bekannt sind, wenn sich die Beschaffenheit des Objekts ändert. Elektrizität und Magnetismus werden ausgestrahlt, wenn die entsprechende Schwingungsrate erreicht ist. Wenn das Objekt eine bestimmte Schwingungsrate erreicht, zerfallen seine Moleküle und lösen sich in die ursprünglichen Elemente oder Atome auf. Dann werden die Atome, dem Schwingungsprinzip folgend, in die unzähligen Teilchen zerlegt, aus denen sie bestehen. Und schließlich verschwinden sogar die Teilchen. Und man kann sagen, dass das Objekt aus der ätherischen Substanz besteht. Die Wissenschaft wagt es nicht, der Darstellung weiterzufolgen. Aber die Hermetiker lehren, dass, wenn die Schwingungen ständig erhöht werden, das Objekt die aufeinanderfolgenden Stufen der Manifestation erklimmen und seinerseits die verschiedenen mentalen Stadien manifestieren würde. Und dann weiter in Richtung Geist, bis es schließlich wieder in das All-Eine eintreten würde, das absoluter Geist ist. Das Objekt hätte jedoch aufgehört, ein Objekt zu sein, lange bevor die Stufe der ätherischen Substanz erreicht wurde. Aber ansonsten ist die Illustration insofern korrekt, als sie die Wirkung ständig erhöhter Schwingungsraten und Schwingungsarten zeigt. Bei der eben beschriebenen Darstellung ist zu bedenken, dass das Objekt in den Stadien, in denen es Schwingungen des Lichts, der Wärme und so weiter abgibt, nicht wirklich in diese Energieformen aufgelöst wird, die auf der Skala viel höher liegen, sondern dass es einfach einen Schwingungsgrad erreicht, indem diese Energieformen bis zu einem gewissen Grad von den einschränkenden Einflüssen seiner Moleküle, Atome und Korpuskeln befreit werden. Diese Energieformen sind, obwohl sie auf der Skala viel höher stehen als die Materie, in den materiellen Kombinationen gefangen und eingeschlossen, weil die Energien sich durch materielle Formen manifestieren und diese benutzen, aber dadurch in ihren Schöpfungen aus materiellen Formen verstrickt und eingeschlossen werden, was in gewissem Maße auf alle Schöpfungen zutrifft, da die schöpferische Kraft in ihre Schöpfung verwickelt wird. Aber die hermetischen Lehren gehen viel weiter als die der modernen Wissenschaft. Sie lehren, dass alle Manifestationen von Gedanken, Emotionen, Vernunft, Willen oder Verlangen begleitet werden oder jeder geistige Zustand von Schwingungen, von denen ein Teil abgestrahlt wird und die dazu neigen, den Verstand anderer Personen durch Induktion zu beeinflussen. Dies ist das Prinzip, das die Phänomene der Telepathie, der mentalen Beeinflussung und andere Formen der Wirkung und Macht des Geistes über den Geist hervorbringt, mit denen die Allgemeinheit dank der weiten Verbreitung okkulten Wissens durch die verschiedenen Schulen, Kulte und Lehrer in dieser Zeit schnell vertraut wird. Jeder Gedanke, jedes Gefühl oder jeder mentale Zustand hat seine entsprechende Schwingungsrate und Schwingungsart. Und durch eine Willensanstrengung der Person oder anderer Personen können diese mentalen Zustände reproduziert werden. Genauso wie ein musikalischer Ton reproduziert werden kann, indem man ein Instrument in einer bestimmten Geschwindigkeit schwingen lässt. Genauso wie Farben auf dieselbe Weise reproduziert werden können. Durch die Kenntnis des Prinzips der Schwingung, wie es auf mentale Phänomene angewandt wird, kann man seinen Geist in jedem gewünschten Maß polarisieren und so seine vollkommene Kontrolle über seine mentalen Zustände, Stimmungen und so weiter erlangen. Auf dieselbe Weise kann man den Geist anderer beeinflussen und die gewünschten mentalen Zustände in ihnen hervorrufen. Kurz gesagt, man kann auf der mentalen Ebene das erzeugen, was die Wissenschaft auf der physischen Ebene hervorbringt, nämlich Schwingungen nach Belieben. Diese Kraft kann natürlich nur durch die richtige Unterweisung, Übung und Praxis erworben werden, wobei es sich um die Wissenschaft der mentalen Transmutation handelt, einen der Zweige der hermetischen Kunst. Ein wenig Nachdenken über das, was wir gesagt haben, wird dem Schüler zeigen, dass das Prinzip der Schwingung den wunderbaren Phänomenen der Macht zugrunde liegt, die von den Meistern und Adepten manifestiert werden, die in der Lage sind, scheinbar die Gesetze der Natur außer Kraft zu setzen, die aber in Wirklichkeit nur ein Gesetz gegen ein anderes anwenden, ein Prinzip gegen ein anderes, und die ihre Ergebnisse erreichen, indem sie die Schwingungen von materiellen Objekten oder Energieformen verändern und so das vollbringen, was man gemeinhin Wunder nennt. Wie einer der alten hermetischen Schriftsteller wahrhaftig gesagt hat, wer das Prinzip der Schwingung versteht, hat das Zepter der Macht ergriffen. Kapitel 10 Polarität Alles ist dual. Alles hat Pole. Alles hat sein Paar von Gegensätzen. Gleiches und Ungleiches sind dasselbe. Gegensätze sind identisch in ihrer Natur, aber unterschiedlich im Grad. Extreme treffen aufeinander. Alle Wahrheiten sind nur Halbwahrheiten. Alle Paradoxe können versöhnt werden. Das Kybalion Das große vierte hermetische Prinzip, das Prinzip der Polarität, verkörpert die Wahrheit, dass alle manifestierten Dinge, zwei Seiten, zwei Aspekte, zwei Pole, ein Paar von Gegensätzen haben, mit mannigfaltigen Grad zwischen den beiden Extremen. Die alten Paradoxe, die den Verstand der Menschen schon immer verwirrt haben, werden durch das Verständnis dieses Prinzips erklärt. Der Mensch hat immer etwas Ähnliches wie dieses Prinzip erkannt und sich bemüht, es in Sprüchen, Maximen und Aphorismen wie dem Folgenden auszudrücken. Alles ist und ist nicht zugleich. Alle Wahrheiten sind nur Halbwahrheiten. Jede Wahrheit ist halbfalsch. Alles hat zwei Seiten. Jedes Schild hat eine Rückseite. Und so weiter. Die hermetischen Lehren besagen, dass der Unterschied zwischen Dingen, die sich scheinbar diametral gegenüberstehen, lediglich eine Frage des Grades ist. Sie lehrt, dass die Paare von Gegensätzen versöhnt werden können und dass These und Antithese ihrer Natur nach identisch, aber ihrem Grad nach, verschieden sind. Und dass die universelle Versöhnung von Gegensätzen durch die Anerkennung dieses Prinzips der Polarität erfolgt. Die Lehrer sagen, dass dieses Prinzip in jeder Hinsicht und durch eine Untersuchung der wirklichen Natur von allem veranschaulicht werden kann. Sie beginnen damit, dass sie zeigen, dass Geist und Materie nur die beiden Pole ein- und derselben Sache sind, wobei die dazwischenliegenden Ebenen lediglich Schwingungsgrade sind. Sie zeigen, dass das All-Eine und das Viele dasselbe sind, wobei der Unterschied lediglich eine Frage des Grades der mentalen Manifestation ist. So sind das Gesetz und die Gesetze die beiden entgegengesetzten Pole einer Sache. Das Gleiche gilt für Prinzip und Prinzipien. Unendlicher Verstand und endlicher Verstand. Dann gehen sie zur physischen Ebene über und veranschaulichen das Prinzip, indem sie zeigen, dass Wärme und Kälte in der Natur identisch sind, wobei die Unterschiede lediglich eine Frage der Grade sind. Das Thermometer zeigt viele Temperaturgrade an, wobei der niedrigste Pol Kälte und der höchste Hitze genannt wird. Zwischen diesen beiden Polen gibt es viele Grade von Hitze oder Kälte. Nenne sie beide und du hast gleichermaßen recht. Der höhere von zwei Graden ist immer wärmer, während der niedrigere immer kälter ist. Es gibt keinen absoluten Standard. Alles ist eine Frage des Grades. Es gibt keinen Punkt auf dem Thermometer, an dem die Wärme aufhört und die Kälte beginnt. Es ist alles eine Frage höherer oder niedrigerer Schwingungen. Die Begriffe hoch und niedrig, die wir gezwungen sind zu verwenden, sind nur Pole ein und derselben Sache. Die Begriffe sind relativ. So verhält es sich auch mit Ost und West. Wenn sie in östlicher Richtung um die Welt reisen, erreichen sie einen Punkt, der an ihrem Ausgangspunkt als Westen bezeichnet wird und kehren von diesem westlichen Punkt zurück. Reist man weit genug nach Norden, findet man sich im Süden wieder oder andersherum. Licht und Dunkelheit sind Pole ein und derselben Sache, mit vielen Graden dazwischen. Die musikalische Skala ist die gleiche. Beginnend mit dem C bewegt man sich aufwärts, bis man ein anderes C erreicht und so weiter. Wobei die Unterschiede zwischen den beiden Enden der Skala die gleichen sind, mit vielen Graden zwischen den beiden Extremen. Die Farbskala ist die gleiche. Höhere und niedrigere Schwingungen sind der einzige Unterschied zwischen hochviolett und tiefrot. Groß und klein sind relativ. Das gleiche gilt für laut und leise. Hart und weich folgen der Regel. E-positiv und negativ sind zwei Pole ein und derselben Sache, mit unzähligen Abstufungen dazwischen. Gut und schlecht sind nicht absolut. Wir nennen ein Ende der Skala gut und das andere als schlecht. Oder ein Ende als gut und das andere als böse. Je nachdem, wie man die Begriffe verwendet. Ein Ding ist weniger gut als das höhere Ding auf der Skala. Aber dieses weniger gute Ding ist wiederum mehr gut als das nächst tiefere. Und so weiter. Wobei das mehr oder weniger durch die Position auf der Skala bestimmt wird. Und so ist es auch auf der geistigen Ebene. Liebe und Hass werden im Allgemeinen als Dinge betrachtet, die einander diametral entgegengesetzt sind. Völlig verschieden. Unvereinbar. Wenden wir jedoch das Prinzip der Polarität an, so stellen wir fest, dass es so etwas wie absolute Liebe oder absoluten Hass, die sich voneinander unterscheiden, nicht gibt. Die beiden sind lediglich Bezeichnungen für die beiden Pole ein und derselben Sache. Wenn wir an einem beliebigen Punkt der Skala beginnen, finden wir mehr Liebe oder weniger Hass, wenn wir die Skala hinaufsteigen. Und mehr Hass oder weniger Liebe, wenn wir hinuntersteigen. Und das gilt unabhängig davon, an welchem Punkt, ob hoch oder niedrig, wir beginnen. Es gibt gerade der Liebe und des Hasses und es gibt einen mittleren Punkt, an dem Gleichheit und Abneigung so schwach werden, dass es schwierig ist, zwischen ihnen zu unterscheiden. Mut und Furcht fallen unter dieselbe Regel. Die Gegensatzpaare gibt es überall. Wo man eine Sache findet, findet man ihr Gegenteil. Zwei Pole. Und es ist diese Tatsache, die es dem Hermetiker ermöglicht, einen geistigen Zustand in einen anderen umzuwandeln. Und zwar nach dem Prinzip der Polarisierung. Dinge, die zu verschiedenen Klassen gehören, können nicht ineinander umgewandelt werden. Aber Dinge derselben Klasse können verändert werden. Das heißt, ihre Polarität kann verändert werden. So wird die Liebe niemals zu Ost oder West oder zu Rot oder Violett. Aber sie kann und wird oft zu Hass. Und ebenso kann Hass in Liebe umgewandelt werden, indem man seine Polarität ändert. Mut kann in Furcht umgewandelt werden und umgekehrt. Harte Dinge können weich gemacht werden. Stumpfe Dinge werden scharf. Heiße Dinge werden kalt. Und so weiter. Wobei die Umwandlung immer zwischen Dingen der gleichen Art in verschiedenen Graden stattfindet. Nehmen wir den Fall eines ängstlichen Menschen. Indem er seine geistigen Schwingungen entlang der Linie von Furcht und Mut erhöht, kann er mit dem höchsten Grad von Mut und Furchtlosigkeit erfüllt werden. Ebenso kann sich ein Trägermensch in ein aktives, energiegeladenes Individuum verwandeln, indem er sich einfach entlang der Linien der gewünschten Qualität polarisiert. Der Student, der mit den Prozessen vertraut ist, durch die die verschiedenen Schulen der Mentalwissenschaften Veränderungen in den mentalen Zuständen derjenigen bewirken, die ihren Lehren folgen, wird das Prinzip, das vielen dieser Veränderungen zugrunde liegt, nicht ohne weiteres verstehen. Wenn man jedoch das Prinzip der Polarität einmal begriffen hat und sieht, dass die mentalen Veränderungen durch eine Veränderung der Polarität ein Gleiten entlang der gleichen Skala hervorgerufen werden, versteht man den Hutmacher ohne weiteres. Die Veränderung liegt nicht in der Natur einer Umwandlung einer Sache in eine völlig andere, sondern ist lediglich eine Veränderung des Grades in denselben Dingen. Ein sehr wichtiger Unterschied. Um eine Analogie aus der physischen Ebene zu gebrauchen, ist es zum Beispiel unmöglich, Hitze in Schärfe, Lautstärke, Erhabenheit und so weiter zu verwandeln. Aber Hitze kann leicht in Kälte umgewandelt werden, indem einfach die Schwingungen gesenkt werden. Auf die gleiche Weise sind Hass und Liebe ineinander überführbar, ebenso wie Angst und Mut. Aber Furcht kann nicht in Liebe umgewandelt werden, noch kann Mut in Hass umgewandelt werden. Die mentalen Zustände gehören zu unzähligen Klassen, von denen jede Klasse ihre Gegenpole hat, entlang derer eine Transmutation möglich ist. Der Schüler wird leicht erkennen, dass sowohl in den mentalen Zuständen als auch in den Phänomenen der physischen Ebene die beiden Pole als positiv bzw. negativ klassifiziert werden können. So ist die Liebe positiv gegenüber dem Hass, der Mut gegenüber der Angst, die Aktivität gegenüber der Nicht-Aktivität. Und es wird auch auffallen, dass selbst für diejenigen, die mit dem Schwingungsprinzip nicht vertraut sind, der positive Pol einen höheren Grad zu haben scheint als der negative und ihn ohne weiteres dominiert. Die Tendenz der Natur geht in Richtung der dominierenden Aktivität des positiven Pols. Neben der Veränderung der Pole, der eigenen mentalen Zustände durch die Kunst der Polarisation, zeigen uns die Phänomene der mentalen Beeinflussung in ihren vielfältigen Phasen, dass das Prinzip so erweitert werden kann, dass es auch die Phänomene der Beeinflussung eines Geistes durch einen anderen umfasst, über die in den letzten Jahren so viel geschrieben und gelehrt worden ist. Wenn man versteht, dass mentale Induktion möglich ist, das heißt, dass mentale Zustände durch Induktion von anderen erzeugt werden können, dann können wir leicht sehen, wie eine bestimmte Schwingungsrate oder Polarisierung eines bestimmten mentalen Zustandes einer anderen Person mitgeteilt werden kann und ihre Polarität in dieser Klasse von mentalen Zuständen dadurch verändert wird. Nach diesem Prinzip werden die Ergebnisse vieler mentaler Behandlungen erzielt. Zum Beispiel ist eine Person blue, also melancholisch und voller Angst. Ein Mentalforscher, der seinen eigenen Geist durch seinen geschulten Willen auf die gewünschte Schwingung bringt und so die gewünschte Polarisierung in seinem eigenen Fall erreicht, erzeugt dann durch Induktion einen ähnlichen mentalen Zustand in der anderen Person. Mit dem Ergebnis, dass die Schwingungen angehoben werden und die Person sich zum positiven Ende der Skala hin polarisiert anstatt zum negativen und ihre Angst und andere negative Emotionen werden in Mut und ähnliche positive mentale Zustände umgewandelt. Ein kleines Studium wird euch zeigen, dass diese mentalen Veränderungen fast alle auf der Linie der Polarisierung liegen, wobei die Veränderung eher ein Grad als eine Art ist. Das Wissen um die Existenz dieses großen hermetischen Prinzips wird den Schüler befähigen, seine eigenen mentalen Zustände und die anderer Menschen besser zu verstehen. Er wird erkennen, dass diese Zustände alle eine Frage des Grades sind. Und da er dies sieht, wird er in der Lage sein, die Schwingung nach Belieben zu erhöhen oder zu senken, seine mentalen Pole zu verändern und so Herr über seine mentalen Zustände zu sein, anstatt ihr Diener und Sklave. Und durch sein Wissen wird er in der Lage sein, seinen Mitmenschen auf intelligente Weise zu helfen und durch geeignete Methoden die Polarität zu verändern, wenn dies gewünscht wird. Wir raten allen Studenten, sich mit diesem Prinzip der Polarität vertraut zu machen, denn ein korrektes Verständnis desselben wird Licht auf viele schwierige Themen werfen. Kapitel 11 Rhythmus Alles fließt aus und ein. Alles hat seine Gezeiten. Alle Dinge steigen und fallen. Die Pendelschwingung manifestiert sich in allem. Das Maß der Schwingung nach rechts ist das Maß der Schwingung nach links. Der Rhythmus gleicht aus. Das Kybalion Das große, fünfte hermetische Prinzip, das Prinzip des Rhythmus, verkörpert die Wahrheit, dass sich in allem eine gemessene Bewegung manifestiert. Eine Hin- und Herbewegung, ein Fließen und Strömen, ein Vorwärts- und Rückwärtsschwingen, eine pendelartige Bewegung, eine gezeitenartige Ebbe und Flut. Zwischen den beiden Polen, die sich auf der physischen, mentalen oder spirituellen Ebene manifestieren. Das Prinzip des Rhythmus ist eng mit dem Prinzip der Polarität verbunden, das im vorangegangenen Kapitel beschrieben wurde. Der Rhythmus manifestiert sich zwischen den beiden Polen, die durch das Prinzip der Polarität festgelegt sind. Das bedeutet jedoch nicht, dass das Pendel des Rhythmus zu den extremen Polen ausschlägt, denn das geschieht nur selten. In der Tat ist es in den meisten Fällen schwierig, die extremen polaren Gegensätze zu bestimmen. Aber das Pendel schwingt immer erst zu dem einen und dann zu dem anderen Pol. Es gibt immer eine Aktion und eine Reaktion, ein Vorrücken und ein Zurückweichen, ein Steigen und ein Sinken, was sich in allen Erscheinungen und Äußerungen des Universums zeigt. Sonnen, Welten, Menschen, Tiere, Pflanzen, Mineralien, Kräfte, Energie, Verstand und Materie, ja sogar der Geist, manifestiert dieses Prinzip. Das Prinzip manifestiert sich in der Erschaffung und Zerstörung von Welten, im Aufstieg und Fall von Nationen, in der Lebensgeschichte aller Dinge und schließlich in den mentalen Zuständen des Menschen. Beginnend mit den Manifestationen des Geistes, des Alleinen, wird man feststellen, dass es immer ein Ausströmen und ein Zurückziehen gibt, das Ausatmen und Einatmen von Brahma, wie die Brahmanen es nennen. Universen werden erschaffen, erreichen ihren äußersten Tiefpunkt an Materialität und beginnen dann mit ihrem Aufwärtsschwung. Sonnen entstehen und nachdem sie ihren Höhepunkt erreicht haben, beginnt der Prozess des Rückschritts und nach Äonen werden sie zu toten Materiemassen, die auf einen weiteren Impuls warten, der ihre inneren Energien wieder in Aktivität versetzt und ein neuer solarer Lebenszyklus beginnt. Und so ist es mit allen Welten. Sie werden geboren, wachsen und sterben, nur um wiedergeboren zu werden. Und so ist es mit allen Dingen von Gestalt und Form. Sie schwingen von Aktion zu Reaktion, von Geburt zu Tod, von Aktivität zu Inaktivität und dann wieder zurück. So ist es mit allen lebenden Dingen. Sie werden geboren, wachsen und sterben und werden dann wiedergeboren. So ist es mit allen großen Bewegungen, Philosophien, Glaubensrichtungen, Moden, Regierungen, Nationen und allem anderen. Geburt, Wachstum, Reife, Dekadenz, Tod und dann Neugeburt. Der Schwung des Pendels ist ständig zu beobachten. Die Nacht folgt auf den Tag und der Tag auf die Nacht. Das Pendel schwingt vom Sommer zum Winter und dann wieder zurück. Die Korpuskeln, Atome, Moleküle und alle Massen der Materie schwingen um den Kreis ihrer Natur. So etwas wie absolute Ruhe oder ein Aufhören der Bewegung gibt es nicht. Und alle Bewegung hat etwas mit Rhythmus zu tun. Das Prinzip ist universell anwendbar. Es kann auf jede Frage oder jedes Phänomen auf einer der vielen Ebenen des Lebens angewendet werden. Es kann auf alle Phasen der menschlichen Aktivität angewandt werden. Es gibt immer ein rhythmisches Schwingen von einem Pol zum anderen. Das universelle Pendel ist immer in Bewegung. Die Gezeiten des Lebens fließen gemäß dem Gesetz ein und aus. Das Prinzip des Rhythmus wird von der modernen Wissenschaft gut verstanden und gilt als universelles Gesetz, wenn es auf materielle Dinge angewendet wird. Aber die Hermetiker führen das Prinzip viel weiter und wissen, dass seine Manifestationen und sein Einfluss sich auf die mentalen Aktivitäten des Menschen erstrecken und dass es die verwirrende Abfolge von Stimmungen, Gefühlen und anderen lästigen und verwirrenden Veränderungen erklärt, die wir an uns selbst bemerken. Aber die Hermetiker haben durch das Studium der Wirkungen dieses Prinzips gelernt, einigen seiner Aktivitäten durch Transmutation zu entgehen. Die Hermetischen Meister entdeckten schon vor langer Zeit, dass das Prinzip des Rhythmus zwar unveränderlich ist und sich immer in mentalen Phänomenen zeigt, dass es aber dennoch zwei Ebenen seiner Manifestation gibt, soweit mentale Phänomene betroffen sind. Sie entdeckten, dass es zwei allgemeine Ebenen des Bewusstseins gibt, die niedere und die höhere, und das Verständnis dieser Tatsache ermöglichte es ihnen, sich auf die höhere Ebene zu erheben und so dem Schwingen des rhythmischen Pendels zu entgehen, das sich auf der niederen Ebene manifestierte. Mit anderen Worten, das Pendel schwang auf der Ebene des Unbewussten und das Bewusstsein war nicht davon betroffen. Dies nennen sie das Gesetz der Neutralisierung. Seine Wirkung besteht darin, dass sich das Ego über die Schwingungen der unbewussten Ebene der mentalen Aktivität erhebt, sodass sich die negative Schwingung des Pendels nicht im Bewusstsein manifestiert und es daher nicht betroffen ist. Es ist so, als würde man sich über eine Sache erheben und sie unter sich vorbeiziehen lassen. Der hermetische Meister oder fortgeschrittene Schüler polarisiert sich selbst am gewünschten Pol und durch einen Prozess, der einer Verweigerung der Teilnahme an der Rückwärtsschwingung oder, so könnte man sagen, einer Verleugnung ihres Einflusses auf ihn gleicht. Er steht fest in seiner polarisierten Position und erlaubt dem mentalen Pendel auf der unbewussten Ebene zurückzuschwingen. Alle Individuen, die einen gewissen Grad an Selbstbeherrschung erlangt haben, vollbringen dies mehr oder weniger unbewusst, ist, indem sie sich weigern, sich von ihren Stimmungen und negativen mentalen Zuständen beeinflussen zu lassen. Sie wenden das Gesetz der Neutralisierung an. Der Meister führt dies jedoch zu einem viel höheren Grad der Beherrschung und durch den Gebrauch seines Willens erreicht er einen Grad von Ausgeglichenheit und mentaler Festigkeit, der für diejenigen, die sich vom mentalen Pendel der Stimmungen und Gefühle hin und her schwingen lassen, kaum zu glauben ist. Wie wichtig dies ist, wird jeder denkende Mensch erkennen, der sich bewusst ist, was für Geschöpfe von Stimmungen, Gefühlen und Emotionen die meisten Menschen sind und wie wenig sie sich selbst beherrschen. Wenn ihr einen Moment innehaltet und darüber nachdenkt, werdet ihr erkennen, wie sehr diese Schwankungen des Rhythmus euch in eurem Leben beeinflusst haben. Wie auf einer Periode der Begeisterung unweigerlich ein entgegengesetztes Gefühl und eine Stimmung der Depression folgten. Ebenso wurden die Stimmungen und Perioden des Mutes von den gleichen Stimmungen der Angst abgelöst. Und so war es schon immer bei der Mehrheit der Menschen. Die Gefühlsschwankungen stiegen und fielen mit ihnen, aber sie haben nie die Ursache oder den Grund für die mentalen Phänomene vermutet. Ein Verständnis für die Wirkungsweise dieses Prinzips wird einem den Schlüssel zur Beherrschung dieser rhythmischen Gefühlsschwankungen geben und es einem ermöglichen, sich selbst besser kennenzulernen und zu vermeiden, dass man von diesen Zu- und Abflüssen mitgerissen wird. Der Wille ist der bewussten Manifestation dieses Prinzips überlegen, obwohl das Prinzip selbst niemals zerstört werden kann. Wir können seinen Auswirkungen entgehen, aber das Prinzip wirkt trotzdem. Das Pendel schwingt immer, auch wenn wir uns dem Mitreißen entziehen können. Es gibt auch andere Merkmale des Wirkens dieses Rhythmusprinzips, über die wir an dieser Stelle sprechen wollen. Bei seinen Operationen kommt etwas zum Tragen, das als das Gesetz der Kompensation bekannt ist. Eine der Definitionen oder Bedeutungen des Wortes kompensieren ist ausgleichen, was der Sinn ist, indem die Hermetiker den Begriff verwenden. Es ist dieses Gesetz der Kompensation, auf das sich das Kybalion bezieht, wenn es sagt, das Maß des Schwungs nach rechts ist das Maß des Schwungs nach links. Der Rhythmus gleicht aus. Das Gesetz der Kompensation besagt, dass der Schwung in eine Richtung den Schwung in die entgegengesetzte Richtung oder zum entgegengesetzten Pol bestimmt. Das eine gleicht das andere aus oder gleicht es aus. Auf der physischen Ebene sehen wir viele Beispiele für dieses Gesetz. Das Pendel der Uhr schwingt eine bestimmte Strecke nach rechts und dann eine gleiche Strecke nach links. Die Jahreszeiten gleichen sich auf eben diese Weise aus. Die Gezeiten folgen demselben Gesetz. Und dasselbe Gesetz manifestiert sich in allen Phänomenen des Rhythmus. Ein Pendel, das kurz in die eine Richtung schwingt, schwingt auch kurz in die andere Richtung, während ein langer Schwung nach rechts immer einen langen Schwung nach links bedeutet. Ein Gegenstand, der auf eine bestimmte Höhe geschleudert wird, hat bei seiner Rückkehr die gleiche Strecke zurückzulegen. Die Kraft, mit der ein Projektil eine Meile nach oben geschleudert wird, wiederholt sich, wenn das Projektil auf seinem Weg zur Erde zurückkehrt. Dieses Gesetz ist auf der physikalischen Ebene konstant, wie ein Blick in die Standardwerke zeigen wird. Aber die Hermetiker gehen noch weiter. Sie lehren, dass die geistigen Zustände eines Menschen demselben Gesetz unterliegen. Der Mensch, der sich heftig freut, leidet auch heftig, während derjenige, der nur wenig Schmerz fühlt, auch nur wenig Freude empfinden kann. Das Schwein leidet geistig nur wenig und genießt nur wenig. Es wird kompensiert. Auf der anderen Seite gibt es andere Tiere, die sich sehr freuen, aber deren Nerven Organismus und Temperament sie dazu bringen, erlesene gerade von Schmerz zu erleiden. Und so ist es auch bei Menschen. Es gibt Temperamente, die nur ein geringes Maß an Genuss und ein ebenso geringes Maß an Leid zulassen, während es andere gibt, die das intensivste Vergnügen, aber auch das intensivste Leid zulassen. Die Regel ist, dass die Fähigkeit zu Schmerz und Vergnügen in jedem Individuum ausgeglichen ist. Das Gesetz der Kompensation ist hier uneingeschränkt wirksam. Aber die Hermetiker gehen in dieser Angelegenheit noch weiter. Sie lehren, dass der Mensch, bevor er ein bestimmtes Maß an Vergnügen genießen kann, sich entsprechend weit zum anderen Pol des Gefühls hinbewegt haben muss. Sie sind jedoch der Meinung, dass das Negative dem Positiven in dieser Angelegenheit vorausgeht. Das heißt, dass aus dem Erleben eines bestimmten Grades an Vergnügen nicht folgt, dass man dafür mit einem entsprechenden Grad an Schmerz bezahlen muss. Im Gegenteil, das Vergnügen ist der rhythmische Ausgleich für einen Grad an Schmerz, den man entweder im gegenwärtigen Leben oder in einer früheren Inkarnation erfahren hat. Dies wirft ein neues Licht auf das Problem des Schmerzes. Die Hermetiker betrachten die Kette der Leben als kontinuierlich und als Teil eines einzigen Lebens des Individuums, sodass die rhythmische Schaukel auf diese Weise verstanden wird, während sie ohne die Wahrheit der Reinkarnation ohne Bedeutung wäre. Aber die Hermetiker behaupten, dass der Meister oder der fortgeschrittene Schüler in der Lage ist, in hohem Maße dem Schwingen zum Schmerz zu entkommen, und zwar durch den bereits erwähnten Prozess der Neutralisierung. Indem er sich auf die höhere Ebene des Egos erhebt, wird ein Großteil der Erfahrungen, die diejenigen machen, die auf der niederen Ebene verweilen, vermieden und entgeht ihnen. Das Gesetz der Entschädigung spielt eine wichtige Rolle im Leben von Männern und Frauen. Man wird feststellen, dass man im Allgemeinen den Preis für alles bezahlt, was man besitzt oder was einem fehlt. Wenn jemand eine Sache hat, fehlt ihm eine andere. Das Gleichgewicht ist hergestellt. Niemand kann seinen Pfennig behalten und gleichzeitig das Stückchen Kuchen haben. Alles hat seine angenehmen und unangenehmen Seiten. Das, was man gewinnt, wird immer durch das bezahlt, was man verliert. Die Reichen besitzen vieles, was den Armen fehlt, während die Armen oft Dinge besitzen, die für die Reichen unerreichbar sind. Der Millionär mag die Neigung zum Schlemmen haben und den Reichtum, mit dem er sich alle Leckerbissen und den Luxus der Tafel sichern kann, während ihm der Appetit fehlt, um dieselben zu genießen. Er beneidet den Appetit und die Verdauung des Arbeiters, dem der Reichtum und die Neigungen des Millionärs fehlen, und der mehr Vergnügen an seinem einfachen Essen hat, als der Millionär erhalten könnte, selbst wenn sein Appetit nicht abgestumpft und seine Verdauung nicht ruiniert wäre, denn die Bedürfnisse, Gewohnheiten und Neigungen sind verschieden. Und so ist es das ganze Leben hindurch. Das Gesetz des Ausgleichs ist immer in Kraft, strebt nach Ausgleich und Gegenausgleich und hat immer Erfolg, auch wenn mehrere Leben für die Rückkehr des Pendels des Rhythmus erforderlich sein mögen. Kapitel 12 Kausalität Jede Ursache hat ihre Wirkung. Jede Wirkung hat ihre Ursache. Alles geschieht nach dem Gesetz. Der Zufall ist nur ein Name für das nicht erkannte Gesetz. Es gibt viele Ebenen der Verursachung, aber nichts entgeht dem Gesetz. Das Kybalion Das große sechste hermetische Prinzip, das Prinzip von Ursache und Wirkung, verkörpert die Wahrheit, dass das Gesetz das Universum durchdringt, dass nichts durch Zufall geschieht, dass der Zufall lediglich ein Begriff für eine Ursache ist, die zwar existiert, aber nicht erkannt oder wahrgenommen wird. Dass die Phänomene kontinuierlich sind, ohne Unterbrechung oder Ausnahme. Das Prinzip von Ursache und Wirkung liegt dem gesamten wissenschaftlichen Denken zugrunde, dem Alten wie dem Modernen und wurde von den hermetischen Lehrern in den frühesten Tagen verkündet. Seitdem sind zwar viele und unterschiedliche Streitigkeiten zwischen den verschiedenen Denkschulen entstanden, aber diese Streitigkeiten beziehen sich hauptsächlich auf die Einzelheiten der Vorgänge des Prinzips und noch häufiger auf die Bedeutung bestimmter Worte. Das zugrunde liegende Prinzip von Ursache und Wirkung ist von praktisch allen Denkern der Welt, die diesen Namen verdienen, als richtig akzeptiert worden. Anders zu denken hieße, die Phänomene des Universums aus dem Bereich von Gesetz und Ordnung herauszunehmen und sie der Kontrolle eines imaginären Etwas zu unterstellen, das die Menschen Zufall genannt haben. Eine kleine Überlegung wird jedem zeigen, dass es in Wirklichkeit so etwas wie reinen Zufall nicht gibt. Webster definiert das Wort Zufall wie folgt. Ein vermeintlicher Wirkstoff oder eine vermeintliche Wirkungsweise, die nicht auf einer Kraft, einem Gesetz oder einer Absicht beruht. Das Wirken oder die Tätigkeit eines solchen Wirkstoffs, die vermeintliche Wirkung eines solchen Wirkstoffs, ein Ereignis, ein Zufall, ein Unglück. Aber eine kleine Überlegung wird Ihnen zeigen, dass es ein solches Mittel wie Zufall im Sinne von etwas außerhalb des Gesetzes, etwas außerhalb von Ursache und Wirkung nicht geben kann. Wie könnte es etwas geben, das im phänomenalen Universum agiert, unabhängig von den Gesetzen, der Ordnung und der Kontinuität des Letzteren? Ein solches Etwas wäre völlig unabhängig von der geordneten Entwicklung des Universums und ihm daher überlegen. Wir können uns nichts außerhalb des All Einen vorstellen, das sich außerhalb des Gesetzes befindet und auch das nur, weil das All Eine das Gesetz in sich selbst ist. Es gibt im Universum keinen Platz für ein Etwas, das außerhalb des Gesetzes steht und von ihm unabhängig ist. Die Existenz eines solchen Etwas würde alle Naturgesetze unwirksam machen und das Universum in chaotische Unordnung und Gesetzlosigkeit stürzen. Eine sorgfältige Untersuchung wird zeigen, dass das, was wir Zufall nennen, lediglich ein Ausdruck ist, der sich auf obskure Ursachen bezieht. Ursachen, die wir nicht wahrnehmen können. Ursachen, die wir nicht verstehen können. Das Wort Zufall leitet sich von einem Wort ab, das Fallen bedeutet, wie das Fallen von Würfeln. Wobei die Idee ist, dass das Fallen der Würfel und viele andere Ereignisse lediglich ein Ereignis ist, das mit keiner Ursache in Verbindung steht. Und in diesem Sinne wird der Begriff im Allgemeinen verwendet. Bei näherer Betrachtung zeigt sich jedoch, dass der Fall der Würfel in keiner Weise zufällig ist. Jedes Mal, wenn ein Würfel fällt und eine bestimmte Zahl anzeigt, gerorcht er einem Gesetz, das so unfehlbar ist, wie das, das den Umlauf der Planeten um die Sonne bestimmt. Hinter dem Fall des Würfels stehen Ursachen oder Ursachen Ketten, die weiter zurückreichen, als der Verstand folgen kann. Die Lage des Würfels im Kasten, die beim Wurf aufgewendete Muskelkraft, die Beschaffenheit des Tisches und so weiter, sind alles Ursachen, deren Wirkung man sehen kann. Aber hinter diesen sichtbaren Ursachen gibt es Ketten von unsichtbaren vorangegangenen Ursachen, die alle einen Einfluss auf die Zahl des Würfels haben, der am höchsten gefallen ist. Wenn ein Würfel sehr oft geworfen wird, wird man feststellen, dass die angezeigten Zahlen in etwa gleich sind. Das heißt, es wird eine gleiche Anzahl von Ein-Punkt, Zwei-Punkt, Dreipunkt und so weiter Würfeln geben, die zu wirft man einen Pfennig in die Luft, so kann er entweder mit Kopf oder mit Zahl herunter kommen. Wirft man ihn aber oft genug, so werden sich Kopf und Zahl ungefähr die Waage halten. Dies ist die Wirkung des Gesetzes des Durchschnitts. Aber sowohl der Durchschnitt als auch der einzelne Wurf fallen unter das Gesetz von Ursache und Wirkung. Und wenn wir in der Lage wären, die vorangegangenen Ursachen zu untersuchen, würde man deutlich sehen, dass es einfach unmöglich war, dass der Würfel unter denselben Umständen und zur selben Zeit anders fiel, als er es tat. Wenn die gleichen Ursachen gegeben sind, werden die gleichen Ergebnisse folgen. Es gibt immer eine Ursache und ein Weil für jedes Ereignis. Nichts geschieht jemals ohne eine Ursache oder vielmehr eine Kette von Ursachen. Einige Personen, die über dieses Prinzip nachgedacht haben, waren verwirrt, weil sie nicht erklären konnten, wie eine Sache eine andere Sache verursachen, das heißt, der Schöpfer der zweiten Sache sein kann. Tatsächlich ist es so, dass kein Ding jemals ein anderes Ding verursacht oder erschafft. Ursache und Wirkung befassen sich lediglich mit Ereignissen. Ein Ereignis ist das, was kommt, eintrifft oder geschieht, als Ergebnis oder Folge eines vorangegangenen Ereignisses. Kein Ereignis erschafft ein anderes Ereignis, sondern ist lediglich ein vorangehendes Glied in der großen geordneten Kette von Ereignissen, die von der schöpferischen Energie des All-Einen ausgehen. Es gibt eine Kontinuität zwischen allen vorangehenden und nachfolgenden Ereignissen. Es besteht eine Beziehung zwischen allem, was vorausgegangen ist und allem, was folgt. Ein Stein löst sich von einem Berghang und kracht durch das Dach einer Hütte im Tal. Auf den ersten Blick halten wir dies für einen zufälligen Effekt, aber wenn wir die Sache untersuchen, finden wir eine große Kette von Ursachen dahinter. Zunächst war es der Regen, der die Erde, die den Stein trägt, aufweichte und den Fall ermöglichte. Dann waren es der Einfluss der Sonne, andere Regenfälle und so weiter, die das Felsstück allmählich aus einem größeren Stück herauslösten. Dann waren es die Ursachen, die zur Entstehung des Berges führten und seine Umwälzung durch die Erschütterungen der Natur und so weiter ad infinitum. Außerdem könnte man den Ursachen für den Kurzum, wir würden uns bald in einem Geflecht von Ursache und Wirkung wiederfinden, aus dem wir uns bald zu befreien versuchen würden. So wie ein Mensch zwei Eltern und vier Großeltern und acht Urgroßeltern und sechzehn Ur-Urgroßeltern hat und so weiter, bis die Zahl der Vorfahren, wenn man etwa vierzig Generationen rechnet, in die Millionen geht, so verhält es sich auch mit der Zahl der Ursachen, die selbst hinter den unbedeutendsten Ereignissen oder Phänomenen stehen, wie etwa dem Erscheinen eines winzigen Rußflecks vor unserem Auge. Es ist nicht leicht, das Stückchen Ruß bis in die Frühzeit der Weltgeschichte zurückzuverfolgen, als es Teil eines massiven Baumstamms war, der später in Kohle umgewandelt wurde, bis es jetzt als Rußfleck auf seinem Weg zu anderen Abenteuern vor unserem Auge vorbeizieht. Und eine gewaltige Kette von Ereignissen, Ursachen und Wirkungen hat ihn in seinen heutigen Zustand gebracht. Und Letzteres ist nur ein Teil der Kette von Ereignissen, die in Hunderten von Jahren weitere Ereignisse hervorbringen werden. Eines der Ereignisse, die sich aus dem winzigen Stückchen Ruß ergaben, war das Schreiben dieser Zeilen, das den Setzer veranlasste, eine bestimmte Arbeit zu verrichten und den Korrektor das Gleiche zu tun. Und die bestimmte Gedanken in ihrem Geist und dem Anderer wecken wird, die wiederum andere beeinflussen werden, jenseits der Fähigkeit des Menschen weiterzudenken. Und all das aus dem Durchgang eines winzigen Stückchens Ruß, was die Relativität und Verbindung der Dinge zeigt, und die weitere Tatsache, dass es kein Großes gibt, kein Kleines im Geist, der alles verursacht. Halte einen Moment inne und denke nach. Wenn ein bestimmter Mann nicht ein bestimmtes Dienstmädchen getroffen hätte, weit zurück in der düsteren Periode der Steinzeit, du, der du jetzt diese Zeilen liest, wärst jetzt nicht hier. Und wenn sich das gleiche Paar vielleicht nicht getroffen hätte, wären wir, die wir diese Zeilen schreiben, jetzt nicht und der Akt des Schreibens auf unserer Seite und der Akt des Hörens auf deiner Seite wird sich nicht nur auf dein und unser Leben auswirken, sondern auch direkt oder indirekt auf viele andere Menschen, die jetzt leben und die in den kommenden Zeitaltern leben werden. Jeder Gedanke, den wir denken, jede Handlung, die wir ausführen, hat direkte und indirekte Folgen, die sich in die große Kette von Ursache und Wirkung einfügen. Aus verschiedenen Gründen wollen wir in dieser Arbeit nicht auf den freien Willen oder den Determinismus eingehen. Der Hauptgrund ist, dass keine der beiden Seiten der Kontroverse völlig recht hat. Tatsächlich haben beide Seiten nach den hermetischen Lehren teilweise recht. Das Prinzip der Polarität zeigt, dass beide nur Halbwahrheiten sind, die entgegengesetzten Pole der Wahrheit. Die Lehren besagen, dass ein Mensch sowohl frei als auch durch Notwendigkeit gebunden sein kann, je nach der Bedeutung der Begriffe und der Höhe der Wahrheit, von der aus die Angelegenheit untersucht wird. Die alten Schriftsteller drücken die Sache so aus, je weiter die Schöpfung vom Zentrum entfernt ist, desto mehr ist sie gebunden. Je näher sie dem Zentrum kommt, desto freier ist sie. Die meisten Menschen sind mehr oder weniger Sklaven der Vererbung, der Umwelt und zeigen nur wenig Freiheit. Sie werden von den Meinungen, Sitten und Gedanken der Außenwelt beeinflusst, aber auch von ihren Emotionen, Gefühlen, Stimmungen. Sie empört zurück und sagen, ich bin doch frei zu handeln und zu tun, was ich will, ich tue, was ich will. Aber sie können nicht erklären, woher das Wollen und wie ich will kommen. Was veranlasst sie, das eine zu wollen und das andere vorzuziehen? Was veranlasst sie, dies zu tun und jenes nicht zu tun? Gibt es kein Weil für ihr Gefallen und Wollen? Ein Meister kann diese Gefallen und Wünsche in andere verwandeln, die am anderen Ende des geistigen Pols liegen. Er ist in der Lage zu wollen, anstatt zu wollen, weil irgendein Gefühl, eine Stimmung, eine Emotion oder eine Anregung aus der Umwelt, eine Tendenz oder ein Verlangen in ihm weckt, dies zu tun. Die meisten Menschen werden wie ein fallender Stein mitgerissen, gehorsam gegenüber der Umwelt, äußeren Einflüssen und inneren Stimmungen, Wünschen, ganz zu schweigen von den Wünschen und dem Willen anderer, die stärker sind als sie selbst, der Vererbung, der Umwelt und der Suggestion, die sie mitreißen, ohne dass sie sich dagegen wehren oder den Willen ausüben. Wie Figuren auf dem Schachbrett des Lebens spielen sie ihre Rolle und werden nach dem Spiel beiseite geleckt. Aber die Meister, die Spielregeln kennen, erheben sich über die Ebene des materiellen Lebens und bringen sich in Kontakt mit den höheren Kräften ihrer Natur, beherrschen ihre eigenen Stimmungen, Charaktere, Eigenschaften und Polaritäten, so wie die sie umgebende Umwelt und werden so zu Akteuren im Spiel statt zu Spielfiguren, zu Ursachen statt zu Wirkungen. Die Meister entziehen sich nicht der Verursachung auf den höheren Ebenen, sondern fügen sich in die höheren Gesetze ein und meistern so die Umstände auf der niederen Ebene. Auf diese Weise bilden sie einen bewussten Teil des Gesetzes, anstatt nur blinde Instrumente zu sein. Während sie auf den höheren Ebenen dienen, herrschen sie auf der materiellen Ebene. Aber sowohl auf der höheren als auch auf der niederen Ebene ist das Gesetz immer in Kraft. So etwas wie Zufall gibt es nicht. Die blinde Göttin ist durch die Vernunft abgeschafft worden. Wir sind jetzt in der Lage, mit den durch das Wissen klar gewordenen Augen zu sehen, dass alles vom universellen Gesetz regiert wird, dass die unendliche Anzahl von Gesetzen nur Manifestationen des einen großen Gesetzes sind, des Gesetzes, das das All-Eine ist. Es ist in der Tat wahr, dass kein Sperling unbemerkt vom Geist des Alles fällt, dass sogar die Haare auf unserem Kopf gezählt werden, wie die Schriften sagen, dass es nichts außerhalb des Gesetzes gibt, nichts, was im Widerspruch dazu geschieht. Und dennoch sollte man nicht den Fehler machen anzunehmen, dass der Mensch nur ein blinder Automat ist. Weit gefehlt. Die hermetischen Lehren besagen, dass der Mensch das Gesetz benutzen kann, um die Gesetze zu überwinden, und dass das Höhere sich immer gegen das Niedere durchsetzen wird, bis er schließlich das Stadium erreicht hat, in dem er Zuflucht im Gesetz selbst sucht und die phänomenalen Gesetze verhöhnt. Kannst du die innere Bedeutung dessen begreifen? Kapitel 13 Gender Das Gender ist in allem. Alles hat seine männlichen und weiblichen Prinzipien. Das Gender manifestiert sich auf allen Ebenen. Das Kybalion Das große siebte hermetische Prinzip, das Prinzip des Gender, verkörpert die Wahrheit, dass sich das Gender-Prinzip in allem manifestiert. Dass das männliche und das weibliche Prinzip in allen Phasen der Phänomene auf jeder Ebene des Lebens immer präsent und aktiv sind. An dieser Stelle halten wir es für angebracht, die Aufmerksamkeit auf die Tatsache zu lenken, dass Gender im hermetischen Sinne und Geschlecht im gewöhnlichen Gebrauch des Begriffs nicht dasselbe sind. Das Wort Gender leitet sich von der lateinischen Wurzel ab, die Zeugen sich fortpflanzen. Erzeugen, Erschaffen, Produzieren bedeutet. Eine kurze Überlegung wird deutlich machen, dass das Wort eine viel umfassendere und allgemeinere Bedeutung hat, als der Begriff Geschlecht, der sich auf die physischen Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Lebewesen bezieht. Das Geschlecht ist lediglich eine Manifestation des Gender auf einer bestimmten Ebene der großen physischen Ebene, der Ebene des organischen Lebens. Wir möchten diese Unterscheidung in euren Köpfen verankern, weil gewisse Autoren, die nur einen Bruchteil der hermetischen Philosophie kennengelernt haben, versucht haben, dieses siebte hermetische Prinzip mit wilden und fantasievollen, oft verwerflichen Theorien und Lehren über das Gender zu identifizieren. Das Wesen des Gender ist einzig und allein das des Erschaffens, Produzierens, Erzeugens und seine Manifestationen sind auf jeder Ebene der Phänomene sichtbar. Es ist etwas schwierig, dafür wissenschaftliche Beweise zu erbringen, weil die Wissenschaft dieses Prinzip noch nicht als universell anwendbar anerkannt hat. Aber dennoch gibt es einige Beweise aus wissenschaftlichen Quellen. Erstens finden wir eine deutliche Manifestation des Prinzips Gender bei den Korpuskeln, Ionen oder Elektronen, die die Grundlage der Materie bilden, wie die Wissenschaft sie heute kennt, und die durch bestimmte Kombinationen das Atom bilden, das bis vor kurzem als endgültig und unteilbar angesehen wurde. Nach dem neuesten Stand der Wissenschaft besteht das Atom aus einer Vielzahl von Teilchen, Elektronen oder Ionen. Die verschiedenen Bezeichnungen werden von verschiedenen Autoritäten verwendet, die umeinander kreisen und in hohem Maße und mit hoher Intensität schwingen. Es wird aber auch behauptet, dass die Bildung des Atoms in Wirklichkeit auf die Anhäufung negativer Teilchen um ein positives Teilchen zurückzuführen ist. Die positiven Teilchen scheinen einen gewissen Einfluss auf die negativen Teilchen auszuüben, was letztere dazu veranlasst, bestimmte Kombinationen anzunehmen und so ein Atom zu erschaffen oder zu erzeugen. Dies steht im Einklang mit den ältesten hermetischen Lehren, die das männliche Prinzip des Gender immer mit dem positiven und das weibliche mit dem negativen Pol der Elektrizität identifiziert haben. An dieser Stelle nun ein Wort zu dieser Identifizierung. Die Öffentlichkeit hat einen völlig falschen Eindruck von den Eigenschaften des sogenannten negativen Pols der elektrisierten und magnetisierten Materie gewonnen. Die Begriffe positiv und negativ werden von der Wissenschaft völlig falsch auf dieses Phänomen angewandt. Das Wort positiv bedeutet etwas Reales und Stärkes im Gegensatz zu einer negativen Unwirklichkeit oder Schwäche. Nichts ist weiter von den wirklichen Tatsachen des elektrischen Phänomens entfernt. Der sogenannte Negativpol der Batterie ist in Wirklichkeit der Pol, in dem und durch den sich die Erzeugung oder Produktion neuer Formen und Energien manifestiert. Es gibt nichts Negatives an ihm. Die besten wissenschaftlichen Autoritäten verwenden jetzt das Wort Kathode anstelle von Negativ, wobei das Wort Kathode von der griechischen Wurzel stammt, die Abstieg, der Weg der Erzeugung bedeutet. Der Kathodenpol ist die Mutter all der seltsamen Phänomene, die die alten Lehrbücher unbrauchbar gemacht haben und die dazu geführt haben, dass viele lange akzeptierte Theorien auf den Schrotthaufen der wissenschaftlichen Spekulationen verbannt wurden. Die Kathode oder der Negativpol ist das Mutterprinzip der elektrischen Phänomene und der feinsten Formen der Materie, die der Wissenschaft bisher bekannt sind. Du siehst also, dass wir uns zu Recht weigern, den Begriff Negativ in unserer Betrachtung des Themas zu verwenden und darauf bestehen, den alten Begriff durch das Wort weiblich zu ersetzen. Die Tatsachen bestätigen uns darin, ohne die hermetischen Lehren in Betracht zu ziehen. Und so werden wir das Wort feminin anstelle von negativ verwenden, wenn wir von diesem Pol der Aktivität sprechen. Die neuesten wissenschaftlichen Lehren besagen, dass die schöpferischen Teilchen oder Elektronen weiblich sind. Die Wissenschaft sagt, sie bestehen aus negativer Elektrizität, wir sagen, sie bestehen aus weiblicher Energie. Ein weibliches Korpuskel löst sich von einem männlichen Korpuskel, oder besser gesagt, es verlässt es und beginnt eine neue Karriere. Es sucht aktiv die Vereinigung mit einem männlichen Korpuskel, da es durch den natürlichen Impuls, neue Formen von Materie oder Energie zu schaffen, dazu gedrängt wird. Ein Autor geht sogar so weit, dass er sagt, er sucht sofort und aus eigenem Antrieb eine Vereinigung. Diese Abtrennung und Vereinigung bilden die Grundlage für den größten Teil der Aktivitäten der chemischen Welt. Wenn sich das weibliche Korpuskel mit einem männlichen Korpuskel vereinigt, wird ein bestimmter Prozess in Gang gesetzt. Die weiblichen Teilchen schwingen unter dem Einfluss der männlichen Energie schnell und kreisen rasch um letztere. Das Ergebnis ist die Geburt eines neuen Atoms. Dieses neue Atom besteht in Wirklichkeit aus einer Vereinigung der männlichen und weiblichen Elektronen oder Korpuskeln. Aber wenn die Vereinigung vollzogen ist, ist das Atom ein separates Ding, das bestimmte Eigenschaften hat, aber nicht mehr die Eigenschaft der freien Elektrizität aufweist. Der Prozess der Abtrennung oder Trennung der weiblichen Elektronen wird Ionisation genannt. Diese Elektronen oder Korpuskeln sind die aktivsten Arbeiter im Feld der Natur. Aus ihren Vereinigungen oder Kombinationen entstehen die vielfältigen Phänomene des Lichts, der Wärme, der Elektrizität, des Magnetismus, der Anziehung, der Abstoßung, der chemischen Affinität und ähnliche Phänomene. All dies entsteht durch das Wirken des Prinzips Gender auf der Ebene der Energie. Die Rolle des männlichen Prinzips scheint darin zu bestehen, eine bestimmte inhärente Energie auf das weibliche Prinzip zu lenken und so die schöpferischen Prozesse in Gang zu setzen. Aber das weibliche Prinzip ist immer dasjenige, das die aktive schöpferische Arbeit leistet. Und das ist auf allen Ebenen so. Und doch ist jedes Prinzip ohne die Hilfe des Anderen nicht in der Lage, operative Energie zu entfalten. In einigen Lebensformen sind die beiden Prinzipien in einem Organismus vereint. Alles in der organischen Welt manifestiert übrigens beide Geschlechter. Es gibt immer das männliche in der weiblichen Form und die weibliche Form. Die hermetischen Lehren enthalten viel über das Wirken der beiden Gender Prinzipien bei der Erzeugung und Manifestation verschiedener Energieformen. Aber wir halten es nicht für zweckmäßig an dieser Stelle ins Detail zu gehen, weil wir nicht in der Lage sind, dies mit wissenschaftlichen Beweisen zu untermauern, weil die Wissenschaft noch nicht so weit fortgeschritten ist. Aber das Beispiel, das wir euch mit den Phänomenen der Elektronen oder Korpuskeln gegeben haben, wird euch zeigen, dass die Wissenschaft auf dem richtigen Weg ist und wird euch auch eine allgemeine Vorstellung von den zugrunde liegenden Prinzipien geben. Einige führende Wissenschaftler haben ihre Überzeugung kundgetan, dass bei der Bildung von Kristallen etwas zu finden sei, das der sexuellen Aktivität entspreche. Ein weiterer Strohhalm, der zeigt, in welche Richtung der wissenschaftliche Wind weht. Und jedes Jahr wird weitere Tatsachen bringen, die die Richtigkeit des hermetischen Prinzips von Gender untermauern. Es wird sich zeigen, dass das Gender im Bereich der anorganischen Materie und im Bereich der Energie oder Kraft ständig in Betrieb ist und sich manifestiert. Die Elektrizität wird heute allgemein als das Etwas betrachtet, in das alle anderen Energieformen zu verschmelzen oder sich aufzulösen scheinen. Die elektrische Theorie des Universums ist die neueste wissenschaftliche Doktrin und gewinnt rasch an Popularität und allgemeine Akzeptanz. Wenn wir also in den Phänomenen der Elektrizität, sogar an der Wurzel und Quelle ihrer Manifestationen einen klaren und unmissverständlichen Beweis für das Vorhandensein des Gender und seiner Aktivitäten entdecken können, sind wir berechtigt, darum zu bitten, zu glauben, dass die Wissenschaft endlich Beweise für die Existenz jenes großen hermetischen Prinzips in allen universellen Phänomenen erbracht hat, des Prinzips des Gender. Es ist nicht notwendig, sich mit den wohlbekannten Phänomenen der Anziehung und Abstoßung der Atome, der chemischen Affinität, der Liebe und des Hasses der atomaren Teilchen, der Anziehung oder des Zusammenhalts zwischen den Molekülen der Materie zu befassen. Diese Tatsachen sind zu gut bekannt, als dass sie von uns weiter kommentiert werden müssten. Aber habt ihr jemals daran gedacht, dass all diese Dinge Manifestationen des Gender-Prinzips sind? Könnt ihr nicht erkennen, dass das Phänomen auf allen Vieren, mit dem der Korpuskeln oder Elektronen steht? Und mehr noch, kannst du nicht die Vernünftigkeit der hermetischen Lehren erkennen, die behaupten, dass das Gesetz der Gravitation, diese seltsame Anziehung, aufgrund derer alle Teilchen und Körper der Materie im Universum zueinander tendieren, nur eine weitere Manifestation des Prinzips Gender ist, das in der Richtung wirkt, die männlichen zu den weiblichen Energien anzuziehen und umgekehrt? Wir können zu diesem Zeitpunkt keinen wissenschaftlichen Beweis dafür anbieten, aber untersucht die Phänomene im Lichte der hermetischen Lehren zu diesem Thema und seht, ob ihr nicht eine bessere Arbeitshypothese habt, als jede, die von der physikalischen Wissenschaft angeboten wird. Unterziehe alle physikalischen Phänomene dem Test und du wirst das Prinzip des Gender immer wieder erkennen. Gehen wir nun zu einer Betrachtung der Wirkungsweise des Prinzips auf der Mentalebene über. Dort gibt es viele interessante Aspekte, die der Untersuchung harren. Kapitel 14 Mentales Gender Psychologiestudenten, die den modernen Trend des Denkens über psychische Phänomene verfolgt haben, bemerken wohl die Hartnäckigkeit der Idee des doppelten Verstandes, die sich in den letzten zehn oder 15 Jahren so stark manifestiert hat und die zu einer Reihe von plausiblen Theorien über die Natur und die Beschaffenheit dieser zwei Seelen geführt hat. Der verstorbene Thomas J. Hudson erlangte 1893 große Popularität, als er seine bekannte Theorie des objektiven und subjektiven Verstandes vertrat, die seiner Meinung nach in jedem Menschen existieren. Andere Autoren haben mit ihren Theorien über den bewussten und unterbewussten Geist, den freiwilligen und unfreiwilligen Geist, den aktiven und passiven Geist fast die gleiche Aufmerksamkeit erregt. Die Theorien der verschiedenen Autoren unterscheiden sich voneinander, aber es bleibt das zugrunde liegende Prinzip der Dualität des Geistes. Der Student der hermetischen Philosophie ist versucht zu lächeln, wenn er von diesen vielen neuen Theorien über die Dualität des Geistes liest und hört, wobei jede Schule hartnäckig an ihren eigenen Lieblingstheorien festhält und jede behauptet, die Wahrheit entdeckt zu haben. Der Schüler blättert in der Geschichte des Okkultismus zurück und weit zurück in den düsteren Anfängen der Okkulten Lehren findet er Hinweise auf die alte hermetische Doktrin von Prinzip von Gender auf der Mental Ebene der Manifestation des mentalen Gender und wenn er weiter forscht findet er, dass die alte Philosophie das Phänomen des dualen Verstandes zur Kenntnis nahm und es durch die Theorie des mentalen Gender erklärte. Diese Idee des mentalen Gender kann in wenigen Worten für Studenten erklärt werden, die mit den modernen Theorien, auf die gerade angespielt wurde, vertraut sind. Das männliche Prinzip des Geistes entspricht dem sogenannten objektiven Verstand, dem bewussten Verstand, dem willentlichen Verstand, dem aktiven Verstand und das weibliche Prinzip des Geistes entspricht dem sogenannten subjektiven Geist, dem unterbewussten Geist, dem unwillkürlichen Geist, dem passiven Geist. Natürlich stimmen die hermetischen Lehren nicht mit den vielen modernen Theorien über die Natur der beiden Phasen des Geistes überein, noch lassen sie viele der Tatsachen zu, die für die beiden jeweiligen Aspekte behauptet werden. Einige der besagten Theorien und Behauptungen sind sehr weit hergeholt und nicht in der Lage, den Test des Experiments und der Demonstration zu bestehen. Wir weisen auf die Phasen der Übereinstimmung lediglich zu dem Zweck hin, dem Studenten zu helfen, sein zuvor erworbenes Wissen mit den Lehren der hermetischen Philosophie zu assimilieren. Studenten von Hudson werden die Aussage am Anfang seines zweiten Kapitels von The Law of Psychic Phenomena bemerken. Der mystische Jargon der hermetischen Philosophen enthüllt dieselbe allgemeine Idee, nämlich die Dualität des Geistes. Wenn Dr. sich die Zeit genommen und die Mühe gemacht hätte, ein wenig von dem mystischen Jargon der hermetischen Philosophie zu entziffern, hätte er vielleicht viel Klarheit über das Thema der duale Geist erhalten. Aber dann wäre vielleicht sein interessantestes Werk nicht geschrieben worden. Betrachten wir nun die hermetischen Lehren zum mentalen Gender. Die hermetischen Lehrer vermitteln ihre Unterweisung zu diesem Thema, indem sie ihre Schüler auffordern, den Bericht ihres Bewusstseins über ihr Selbst zu untersuchen. Die Schüler werden aufgefordert, ihre Aufmerksamkeit nach innen auf das Selbst zu richten, das in jedem von ihnen wohnt. Jeder Schüler wird dazu angeleitet, zu erkennen, dass sein Bewusstsein ihm zuerst einen Bericht über die Existenz seines Selbst gibt. Der Bericht lautet »Ich bin«. Dies scheinen zunächst die letzten Worte des Bewusstseins zu sein, aber eine kleine weitere Untersuchung enthüllt die Tatsache, dass dieses »Ich bin« in zwei verschiedene Teile oder Aspekte aufgeteilt werden kann, die zwar im Einklang und in Verbindung arbeiten, aber dennoch im Bewusstsein getrennt sein können. Während es auf den ersten Blick nur ein »Ich« zu geben scheint, offenbart eine sorgfältigere und genauere Untersuchung die Tatsache, dass es ein »Ich« und ein »Mich« gibt. Diese geistigen Zwillinge unterscheiden sich in ihren Eigenschaften und ihrer Natur, und eine Untersuchung ihrer Natur und der daraus entstehenden Phänomene wird viel Licht auf viele Probleme des geistigen Einflusses werfen. Beginnen wir mit einer Betrachtung des »Mich«, das vom Studenten gewöhnlich mit dem »Ich« verwechselt wird, bis er die Untersuchung ein wenig weiter in die Tiefen des Bewusstseins vorantreibt. Der Mensch denkt, dass sein Selbst in seinem »Ich« Aspekt aus bestimmten Gefühlen, Geschmäckern, Vorlieben, Abneigungen, Gewohnheiten, besonderen Bindungen oder Eigenschaften besteht, die alle seine Persönlichkeit oder das Selbst ausmachen, das er selbst und andere kennen. Er weiß, dass sich diese Emotionen und Gefühle verändern, dass sie entstehen und vergehen, dass sie dem Prinzip des Rhythmus und dem Prinzip der Polarität unterworfen sind, die ihn von einem Extrem des Gefühls zum anderen führen. Er denkt auch, dass das »Mich« ein bestimmtes Wesen ist, das in seinem Geist versammelt ist und somit einen Teil seiner Selbst bildet. Dies ist das »Mich« eines Menschen. Aber wir sind zu voreilig vorgegangen. Man kann sagen, dass das »Mich« vieler Menschen zu einem großen Teil aus ihrem Körperbewusstsein und ihren körperlichen Begierden besteht. Da ihr Bewusstsein weitgehend mit ihrer körperlichen Natur verbunden ist, leben sie praktisch dort. Manche Menschen gehen sogar so weit, dass sie ihre persönliche Kleidung als einen Teil ihres Ichs betrachten und es tatsächlich so scheint, als sei sie ein Teil von ihnen selbst. Ein Schriftsteller hat humorvoll gesagt, dass »der Mensch aus drei Teilen besteht«, Seele, Körper und Kleidung. Diese kleidungsbewussten Menschen würden ihre Persönlichkeit verlieren, wenn sie von Wilden bei einem Schiffbruch ihrer Kleidung beraubt würden. Aber auch viele, die nicht so eng mit der Idee der persönlichen Kleidung verbunden sind, halten an dem Bewusstsein fest, dass ihr Körper ihr mich ist. Sie können sich ein vom Körper unabhängiges Selbst nicht vorstellen. Ihr Geist erscheint ihnen praktisch als etwas, das zu ihrem Körper gehört, was er in vielen Fällen auch ist. Aber wenn der Mensch auf der Bewusstseinsskala aufsteigt, ist er in der Lage, sein mich von seiner Vorstellung vom Körper zu lösen und seinen Körper als zu seinem mentalen Teil gehörend zu betrachten. Aber selbst dann ist er sehr geneigt, das mich vollständig mit den mentalen Zuständen, Gefühlen und so weiter zu identifizieren, von denen er glaubt, dass sie in sich selbst existieren. Er neigt sehr dazu, diese inneren Zustände als mit sich selbst identisch zu betrachten, anstatt sie einfach als Dinge zu betrachten, die von einem Teil seiner Mentalität erzeugt werden und in ihm existieren. In ihm, aber dennoch nicht er selbst. Er sieht, dass er diese inneren Gefühlszustände durch jede Willensanstrengung verändern kann und dass er auf dieselbe Weise ein Gefühl oder einen Zustand genau entgegengesetzter Natur hervorbringen kann. Und dennoch existiert dasselbe mich. Und so ist er nach einer Weile in der Lage diese verschiedenen geistigen Zustände, Emotionen, Gefühle, Gewohnheiten, Eigenschaften, Merkmale und andere persönliche geistige Besitztümer beiseite zu legen. Er ist in der Lage, sie in der Nicht-Mich-Sammlung von Kuriositäten und Belastungen sowie von wertvollen Besitztümern abzulegen. Dies erfordert viel geistige Konzentration und mentale Analysekraft seitens des Schülers. Aber dennoch ist die Aufgabe für den fortgeschrittenen Schüler möglich. Und selbst diejenigen, die noch nicht so weit fortgeschritten sind, können in der Vorstellung sehen, wie der Prozess durchgeführt werden kann. Nachdem Alten nannten, fähig, mentale Nachkommen zu erzeugen. Es meldet sich im Bewusstsein als ein Ich mit latenten Kräften der Schöpfung und Erzeugung mentaler Nachkommen aller Arten und Gattungen. Seine schöpferischen Kräfte werden als enorm empfunden. Dennoch scheint es sich bewusst sich bewusst zu sein, dass es entweder von seinem Ich-Gefährten oder von einem anderen Ich irgendeine Form von Energie erhalten muss, bevor es seine mentalen Schöpfungen ins Leben rufen kann. Dieses Bewusstsein bringt die Erkenntnis einer enormen Kapazität für geistige Arbeit und kreative Fähigkeiten mit sich. Aber der Schüler findet bald heraus, dass dies nicht alles ist, was er in seinem inneren Bewusstsein findet. Er stellt fest, dass es ein geistiges etwas gibt, das in der Lage ist, zu wollen, dass das mich in bestimmten schöpferischen Bahnen agiert und das auch in der Lage ist, beiseite zu treten und Zeuge der geistigen Schöpfung zu sein. Diesen Teil seiner selbst lehrt man ihn, sein Ich zu nennen. Er ist in der Lage, nach Belieben in seinem Bewusstsein zu ruhen. Er findet dort nicht das Bewusstsein einer Fähigkeit, aktiv zu erzeugen und zu schaffen, im Sinne des allmählichen Prozesses, der mit mentalen Operationen einhergeht, sondern vielmehr ein Gefühl und Bewusstsein einer Fähigkeit, eine Energie vom Ich auf das Mich zu projizieren, ein Prozess des Wollens, das die mentale Schöpfung beginnt und fortschreitet. Er stellt auch fest, dass das Ich in der Lage ist, beiseite zu treten und die Vorgänge der mentalen Schöpfung und Erzeugung des Mich zu beobachten. Im Geist eines jeden Menschen gibt es diesen doppelten Aspekt. Das Ich repräsentiert das maskuline Prinzip des mentalen Gender. Das Mich repräsentiert das weibliche Prinzip. Das Ich repräsentiert den Aspekt des Seins. Das Mich den Aspekt des Werdens. Ihr werdet feststellen, dass das Prinzip der Entsprechung auf dieser Ebene genauso wirkt, wie auf der großen Ebene, auf der die Erschaffung der Universen stattfindet. Die beiden sind sich in ihrer Art ähnlich, obwohl sie sich in ihrem Ausmaß stark unterscheiden. Wie oben, so unten, wie unten, so oben. Diese Aspekte des Verstandes, das männliche und das weibliche Prinzip, das Ich und das Mich, geben, wenn man sie im Zusammenhang mit den bekannten mentalen und psychischen Phänomenen betrachtet, den Hauptschlüssel zu diesen nur schwach bekannten Regionen mentaler Operationen und Manifestationen. Das Prinzip des mentalen Gender liefert die Wahrheit, die dem gesamten Bereich der Phänomene mentaler Beeinflussung zugrunde liegt. Die Tendenz des weiblichen Prinzips geht immer in Richtung des Empfangens von Eindrücken, während die Tendenz des männlichen Prinzips immer in Richtung des Gebens, Ausgebens oder Ausdrückens geht. Das weibliche Prinzip hat einen deutlich vielfältigeren Wirkungsbereich als das männliche Prinzip. Das weibliche Prinzip ist für die Erzeugung neuer Gedanken, Konzepte und Ideen zuständig, einschließlich der Arbeit der Vorstellungskraft. Das männliche Prinzip begnügt sich mit der Arbeit des Willens in seinen verschiedenen Phasen. Doch ohne die aktive Hilfe des Willens des männlichen Prinzips ist das weibliche Prinzip geneigt, sich damit zu begnügen, mentale Bilder zu erzeugen, die das Ergebnis von Eindrücken sind, die es von außen erhält, anstatt originelle mentale Schöpfungen hervorzubringen. Personen, die einem Thema anhaltende Aufmerksamkeit und Gedanken schenken können, setzen beide mentalen Prinzipien aktiv ein, das weibliche bei der Arbeit der geistigen Erzeugung und den männlichen Willen, um den schöpferischen Teil des Geistes anzuregen und zu beleben. Die Mehrheit der Menschen setzt das männliche Prinzip nur wenig ein und begnügt sich damit, nach den Gedanken und Ideen zu leben, die dem mich vom ich anderer Geister eingeflößt werden. Aber es ist nicht unsere Absicht, auf diese Phase des Themas einzugehen, die in jedem guten Lehrbuch der Psychologie mit dem Schlüssel, den wir ihnen bezüglich sich des mentalen Gender gegeben haben, studiert werden kann. Wer sich mit übersinnlichen Phänomenen beschäftigt, kennt die wunderbaren Erscheinungen, die unter den Begriffen Telepathie, Gedankenübertragung, mentale Beeinflussung, Suggestion oder Hypnose zusammengefasst werden. Viele haben nach einer Erklärung für diese verschiedenen Phasen der Phänomene in den Theorien der verschiedenen Lehrer des dualen Geistes gesucht. Und in gewissem Maße haben sie Recht, denn es gibt eindeutig eine Manifestation von zwei verschiedenen Phasen mentaler Aktivität. Aber wenn solche Studenten diese dualen Geister im Lichte der hermetischen Lehren über die Schwingungen und das mentale Gender betrachten, werden sie sehen, dass der lange gesuchte Schlüssel zur Hand ist. In den Phänomenen der Telepathie sieht man, wie die Schwingungsenergie des männlichen Prinzips auf das weibliche Prinzip einer anderen Person projiziert wird. Und letztere nimmt den Keimgedanken auf und lässt ihn sich zur Reife entwickeln. Auf die gleiche Weise funktionieren Suggestion und Hypnose. Das männliche Prinzip der Person, die die Suggestion gibt, lenkt einen Strom von Schwingungsenergie oder Willenskraft auf das weibliche Prinzip der anderen Person Letztere nimmt ihn auf, macht ihn sich zu eigen und handelt und denkt entsprechend. Eine Idee, die auf diese Weise im Geist einer anderen Person untergebracht wird, wächst und entwickelt sich und wird mit der Zeit als die rechtmäßige geistige Nachkommenschaft des Individuums angesehen, während sie in Wirklichkeit wie das Kuckucksei ist, das in das Spatzennest gelegt wird, wo es die rechtmäßige Nachkommenschaft zerstört und sich selbst ein Zuhause macht. Die normale Methode ist, dass das männliche und das weibliche Prinzip im Geist eines Menschen sich koordinieren und harmonisch in Verbindung miteinander handeln. Aber leider ist das männliche Prinzip im Durchschnittsmenschen zu faul, um zu handeln. Die Willenskraft ist zu gering. Und die Folge ist, dass solche Menschen fast vollständig von den Gedanken und dem Willen anderer Personen beherrscht werden, denen sie erlauben, ihr Denken und Wollen für sie zu tun. Wie wenige originelle Gedanken oder originelle Handlungen werden von der Durchschnittsperson ausgeführt? Ist nicht die Mehrheit der Menschen nur ein Schatten und ein Echo anderer, die einen stärkeren Willen oder Verstand haben als sie selbst? Das Problem ist, dass der Durchschnittsmensch fast ausschließlich in seinem Mich-Bewusstsein verweilt und sich nicht bewusst ist, dass er so etwas wie ein Ich hat. Er ist in seinem weiblichen Prinzip des Verstandes polarisiert und das männliche Prinzip, in dem der Wille beheimatet ist, darf untätig bleiben und nicht eingesetzt werden. Die starken Männer und Frauen der Welt zeigen ausnahmslos das männliche Prinzip des Willens und ihre Stärke hängt wesentlich von dieser Tatsache ab. Anstatt von den Eindrücken zu leben, die andere auf ihren Verstand machen, beherrschen sie ihren eigenen Verstand durch ihren Willen, indem sie die Art von geistigen Bildern erhalten, die sie sich wünschen und beherrschen darüber hinaus auch auch den Verstand anderer in der gleichen Weise. Seht euch die starken Menschen an, wie es ihnen gelingt, ihre Gedanken in die Köpfe der Masse des Volkes einzupflanzen und diese dazu zu bringen, Gedanken zu denken, die mit den Wünschen und dem Willen der starken Individuen übereinstimmen. Deshalb ist die Masse der Menschen wie ein Schaf, das weder eine eigene Idee hat, noch seine eigenen Kräfte der geistigen Aktivität einsetzt. Die Manifestation des mentalen Gender kann überall um uns herum im täglichen Leben wahrgenommen werden. Die magnetischen Personen sind diejenigen, die in der Lage sind, das maskuline Prinzip zu nutzen, um anderen ihre Ideen aufzudrängen. Der Schauspieler, der die Menschen zum Weinen bringt, wie er will, nutzt dieses Prinzip. Das gleiche gilt für erfolgreiche Redner, Staatsmänner, Prediger, Schriftsteller oder andere Personen, die im Blickpunkt der Öffentlichkeit stehen. Der besondere Einfluss, den manche Menschen auf andere ausüben, ist auf die Manifestation des mentalen Gender zurückzuführen, und zwar entlang der eben angegebenen Schwingungslinien. In diesem Prinzip liegt das Geheimnis des persönlichen Magnetismus, des persönlichen Einflusses, der Faszination, sowie der Phänomene, die allgemein unter dem Namen Hypnose zusammengefasst werden. Der Student, der sich mit den allgemein als psychisch bezeichneten Phänomenen vertraut gemacht hat, wird die wichtige Rolle entdeckt haben, die bei diesen Phänomenen jene Kraft spielt, die von der Wissenschaft als Suggestion bezeichnet wird, womit der Prozess oder die Methode gemeint ist, durch die eine Idee auf den Geist eines anderen übertragen oder diesem aufgeprägt wird, wodurch der zweite Geist veranlasst wird, entsprechend zu handeln. Ein korrektes Verständnis der Suggestion ist notwendig, um die vielfältigen psychischen Phänomene, die der Suggestion zugrunde liegen, auf intelligente Weise zu verstehen. Aber noch mehr ist die Kenntnis der Schwingung und des mentalen Gender für den Studenten der Suggestion notwendig. Denn das gesamte Prinzip der Suggestion hängt vom Prinzip des mentalen Gender und der Vibration ab. Es ist üblich, dass die Autoren und Lehrer der Suggestion erklären, dass es der objektive oder freiwillige Verstand ist, der den mentalen Eindruck oder die Suggestion auf den subjektiven oder unfreiwilligen Verstand ausübt. Aber sie beschreiben den Vorgang nicht und geben uns auch keine Analogie in der Natur, die uns die Idee leichter verständlich machen könnte. Wenn man jedoch die Angelegenheit im Lichte der hermetischen Lehren betrachtet, wird man erkennen, dass die Erregung des weiblichen Prinzips durch die Schwingungsenergie des männlichen Prinzips den universellen Naturgesetzen entspricht und dass die natürliche Welt zahllose Analogien bietet, durch die das Prinzip verstanden werden kann. In der Tat zeigen die hermetischen Lehren, dass die Schöpfung des Universums selbst demselben Gesetz folgt und dass in allen schöpferischen Manifestationen auf den Ebenen des Geistigen, des Mentalen und des Physischen immer dieses Prinzip des Gender, die Manifestation des männlichen und des weiblichen Prinzips in Kraft ist. Wie wie oben so unten wie unten so oben. Mehr noch, wenn das Prinzip des mentalen Gender einmal erfasst und verstanden ist, können die vielfältigen Phänomene der Psychologie sofort intelligent klassifiziert und studiert werden, statt im Dunkeln zu tappen. Das Prinzip funktioniert in der Praxis, weil es auf den unveränderlichen universellen Gesetzen des Lebens beruht. Wir werden hier keine ausführliche Erörterung oder Beschreibung der verschiedenen Phänomene der geistigen Beeinflussung oder psychischen Aktivität vornehmen. Es gibt viele Bücher, viele von ihnen recht gut, die in den letzten Jahren zu diesem Thema geschrieben und veröffentlicht wurden. Die in diesen verschiedenen Büchern dargelegten Haupttatsachen sind korrekt, obwohl die verschiedenen Autoren versucht haben, die Phänomene durch verschiedene eigene Lieblingstheorien zu erklären. Der Student kann sich mit diesen Dingen vertraut machen und indem er die Theorie des mentalen Gender anwendet, wird er in der Lage, sein Ordnung in das Chaos der widersprüchlichen Theorien und Lehren zu bringen und er kann sich darüber hinaus leicht zu einem Meister des Themas machen, wenn er so geneigt ist. Der Zweck dieses Werkes ist nicht, einen ausführlichen Bericht über psychische Phänomene zu geben, sondern vielmehr dem Studenten einen Hauptschlüssel an die Hand zu geben, mit dem er die vielen Türen aufschließen kann, die in die Teile des Tempels des Wissens führen, die er vielleicht erforschen möchte. Wir glauben, dass man in dieser Betrachtung der Lehren des Kybalion eine Erklärung finden kann, die dazu dienen wird, viele verwirrende Schwierigkeiten auszuräumen, ein Schlüssel, der viele Türen öffnen wird. Was nützt es, auf alle Einzelheiten der vielen Merkmale der psychischen Phänomene und der Geisteswissenschaft einzugehen, wenn wir dem Schüler die Mittel in die Hand geben, mit denen er sich mit jeder Phase des Themas, die ihn interessiert, vollständig vertraut machen kann. Mithilfe des Kybalion kann man jede okkulte Bibliothek von neuem Durchforsten. Das alte Licht aus Ägypten erhält viele dunkle Seiten und obskure Themen. Das ist der Zweck dieses Buches. Wir kommen nicht, um eine neue Philosophie darzulegen, sondern vielmehr, um die Umrisse einer großen, weltalten Lehre zu liefern, die die Lehren anderer verdeutlichen wird, die als großer Versöhner unterschiedlicher Theorien und Gegensätzlicher Doktrinen dienen wird. Kapitel 15 Hermetische Axiome Der Besitz von Wissen, wenn er nicht von einer Manifestation und einem Ausdruck in Aktion begleitet wird, ist wie das Horten von Edelmetallen, eine eitle und törichte Sache. Wissen ist, wie Reichtum zum Gebrauch bestimmt. Das Gesetz des Gebrauchs ist universell und wer es verletzt, leidet aufgrund seines Konflikts mit den natürlichen Kräften. Das Kybalion Die hermetischen Lehren wurden zwar aus den bereits erwähnten Gründen immer sicher in den Köpfen ihrer glücklichen Besitzer aufbewahrt, aber sie waren nie dazu bestimmt, nur aufbewahrt und geheim gehalten zu werden. Das Gesetz des Nutzens wird in den Lehren ausführlich behandelt. In dem eben genannten Zitat aus dem Kybalion kommt es eindringlich zum Ausdruck. Wissen ohne Gebrauch und Ausdruck ist eine heitle Sache, die weder ihrem Besitzer noch der Rasse etwas Gutes bringt. Hüte dich vor geistiger Geizigkeit und setze das, was du gelernt hast, in die Tat um. Studiere die Axiome und Aphorismen, aber praktiziere sie auch. Wir geben im Folgenden einige der wichtigsten hermetischen Axiome aus dem Kybalion wieder mit einigen Kommentaren zu jedem. Mache sie dir zu eigen, übe und benutze sie, denn sie sind nicht wirklich deine eigenen, bis du sie benutzt hast. Um deine Stimmung oder deinen geistigen Zustand zu ändern, ändere deine Schwingung. Das Kybalion. Man kann seine geistigen Schwingungen durch eine Willensanstrengung in der Richtung ändern, dass man seine Aufmerksamkeit absichtlich auf einen wünschenswerteren Zustand richtet. Der Wille lenkt die Aufmerksamkeit und die Aufmerksamkeit verändert die Schwingung. Kultiviere die Kunst der Aufmerksamkeit mit Hilfe des Willens und du hast das Geheimnis der Beherrschung von Stimmungen und mentalen Zuständen gelöst. Um eine unerwünschte mentale Schwingung zu zerstören, wende das Prinzip der Polarität an und konzentriere dich auf den Gegenpol zu dem, was du unterdrücken möchtest. Lösche das Unerwünschte aus, indem du seine Polarität änderst. Das Kybalion Dies ist eine der wichtigsten der hermetischen Formeln. Sie basiert auf wahren wissenschaftlichen Prinzipien. Wir haben gezeigt, dass ein geistiger Zustand und sein Gegenteil lediglich die beiden Pole einer Sache sind und dass durch geistige Transmutation die Polarität umgekehrt werden kann. Dieses Prinzip ist den modernen Psychologen bekannt, die es bei der Auflösung unerwünschter Gewohnheiten anwenden, indem der Schüler aufgefordert wird, sich auf die entgegengesetzte Eigenschaft zu konzentrieren. Wenn man von Angst besessen ist, sollte man keine Zeit mit dem Versuch verschwenden, die Angst auszumerzen, sondern stattdessen die Qualität des Mutes kultivieren und die Angst wird verschwinden. Einige Autoren haben diesen Gedanken am eindringlichsten mit dem Bild des dunklen Zimmers ausgedrückt. Man muss die Dunkelheit nicht herausschaufeln oder ausfegen, sondern es genügt, die Fensterläden zu öffnen und das Licht hereinzulassen, damit die Dunkelheit verschwindet. Um eine negative Eigenschaft auszulöschen, konzentriert man sich auf den positiven Pol dieser Eigenschaft und die Schwingungen werden sich allmählich vom Negativen zum Positiven verändern, bis man schließlich auf dem positiven Pol statt auf dem Negativen polarisiert wird. Das Gegenteil ist auch der Fall, wie viele zu ihrem Leidwesen herausgefunden haben, wenn sie sich erlaubt haben, zu konstant auf dem Negativ Pol der Dinge zu schwingen. Indem man seine Polarität ändert, kann man seine Stimmungen meistern, seine mentalen Zustände ändern, seine Veranlagung umgestalten und seinen Charakter aufbauen. Ein Großteil der geistigen Meisterschaft der fortgeschrittenen Hermetiker ist auf diese Anwendung der Polarität zurückzuführen, die einer der wichtigen Aspekte der geistigen Transmutation ist. Man erinnere sich an das hermetische Axiom, das besagt, der Geist, ebenso wie Metalle und Elemente, kann von Zustand zu Zustand, von Grad zu Grad, von Pol zu Pol, von Schwingung zu Schwingung transmutiert werden. Das Kybalion Die Beherrschung der Polarisation ist die Beherrschung der grundlegenden Prinzipien der mentalen Transmutation oder mentalen Alchemie. Denn wenn man nicht die Kunst erlernt, seine eigene Polarität zu verändern, wird man nicht in der Lage sein, seine Umgebung zu beeinflussen. Wenn man dieses Prinzip versteht, kann man sowohl seine eigene Polarität als auch die anderer Menschen verändern, wenn man nur die Zeit, die Sorgfalt, das Studium und die Übung aufwendet, die notwendig sind, um diese Kunst zu beherrschen. Das Prinzip ist wahr, aber die erzielten Ergebnisse hängen von der beharrlichen Geduld und Übung des Schülers ab. Der Rhythmus kann durch die Anwendung der Kunst der Polarisation neutralisiert werden. Das Kybalion Wie wir in den vorangegangenen Kapiteln erklärt haben, vertreten die Hermetiker die Ansicht, dass sich das Prinzip des Rhythmus sowohl auf der mentalen als auch auf der physischen Ebene manifestiert und dass die verwirrende Abfolge von Stimmungen, Gefühlen, Emotionen und anderen mentalen Zuständen auf das Hin- und Herschwingen des mentalen Pendels zurückzuführen ist, das uns von einem Gefühlsextrem zum anderen trägt. Die Hermetiker lehren auch, dass das Gesetz der Neutralisierung es uns ermöglicht, die Wirkung des Rhythmus im Bewusstsein weitgehend zu überwinden. Wie wir bereits erklärt haben, gibt es neben der gewöhnlichen niederen Ebene auch eine höhere Bewusstseinsebene und indem der Meister sich mental auf die höhere Ebene erhebt, bewirkt er, dass sich das Schwingen des mentalen Pendels auf der niederen Ebene manifestiert und indem er auf seiner höheren Ebene verweilt, entgeht er dem Bewusstsein des Rückschwungs. Dies geschieht, indem man sich auf das höhere Selbst polarisiert und so die mentalen Schwingungen des Egos über die der gewöhnlichen Bewusstseinsebene anhebt. Es ist so, als würde man sich über eine Sache erheben und sie unter sich vorbeiziehen lassen. Der fortgeschrittene Hermetiker polarisiert sich am positiven Pol seines Seins, dem Ich-Bin-Pol und nicht am Pol der Persönlichkeit. Und indem er die Wirkung des Rhythmus verweigert und verleugnet, erhebt er sich über dessen Bewusstseinsebene und indem er fest in seiner Seinserklärung steht, erlaubt er dem Pendel auf die untere Ebene zurück zu schwingen, ohne seine Polarität zu verändern. Dies wird von allen Individuen erreicht, die irgendeinen Grad an Selbstbeherrschung erlangt haben, ob sie das Gesetz verstehen oder nicht. Solche Menschen weigern sich einfach, sich vom Pendel der Stimmung und der Emotionen zurückschwingen zu lassen. Und indem sie unerschütterlich ihre Überlegenheit bekräftigen, bleiben sie auf dem abholt. Der Meister erreicht natürlich einen weitaus höheren Grad an Beherrschung, weil er das Gesetz versteht, das er durch ein höheres Gesetz überwindet, und durch den Gebrauch seines Willens erreicht er einen Grad an Ausgeglichenheit und geistiger Standhaftigkeit, die für diejenigen, die sich vom mentalen Pendel der Stimmungen und Gefühle hin und her schwingen lassen, kaum zu glauben ist. Man sollte jedoch immer daran denken, dass man das Prinzip des Rhythmus nicht wirklich zerstört, denn es ist unzerstörbar. Ein Gesetz überwindet man einfach, indem man es durch ein anderes ausgleicht und so ein Gleichgewicht aufrecht erhält. Die Gesetze des Gleichgewichts und des Gegengewichts sind sowohl auf der mentalen als auch auf der physischen Ebene wirksam und das Verständnis dieser Gesetze ermöglicht es, Gesetze scheinbar zu überwinden, während man lediglich ein Gegengewicht ausübt. Nichts entgeht dem Prinzip von Ursache und Wirkung, aber es gibt viele Ebenen der Verursachung und man kann die Gesetze der Höheren nutzen, um die Gesetze der Niederen zu überwinden. Das Kybalion Durch das Verständnis der Praxis der Polarisation erheben sich die Hermetiker auf eine höhere Ebene der Verursachung und gleichen so die Gesetze der Niederen Ebenen der Verursachung aus. Indem sie sich über die Ebene der gewöhnlichen Ursachen erheben, werden sie bis zu einem gewissen Grad selbst zu Ursachen, anstatt nur zu verursachten Faktoren zu werden. Indem sie in der Lage sind, ihre eigenen Stimmungen und Gefühle zu beherrschen und indem sie in der Lage sind, den Rhythmus zu neutralisieren, wie wir bereits erklärt haben, sind sie in der Lage, einem großen Teil der Vorgänge von Ursache und Wirkung auf der gewöhnlichen Ebene zu entgehen. Die Masse der Menschen wird mitgerissen, gehorsam gegenüber ihrer Umgebung, dem Willen und den Wünschen anderer, die stärker sind als sie selbst, den Auswirkungen ererbter Tendenzen, den Anregungen der Menschen in ihrer Umgebung und anderen äußeren Ursachen, die dazu neigen, sie auf dem Schachbrett des Lebens wie bloße Schachfiguren zu bewegen. Indem sie sich über diese beeinflussenden Ursachen erheben, suchen die fortgeschrittenen Hermetiker eine höhere Ebene geistigen Handelns und indem sie ihre Stimmungen, Emotionen, Impulse und Gefühle beherrschen, schaffen sie sich neue Charaktere, Qualitäten und Kräfte, durch die sie ihre gewöhnliche Umgebung überwinden und so praktisch zu Spielern statt zu bloßen Bauern werden. Solche Menschen helfen, das Spiel des Lebens mit Verstand zu spielen, anstatt sich von stärkeren Einflüssen, Kräften und Willen auf diese oder jene Weise treiben zu lassen. Sie nutzen das Prinzip von Ursache und Wirkung, anstatt von ihm benutzt zu werden. Natürlich sind auch die Höchsten dem Prinzip unterworfen, wie es sich auf den höheren Ebenen manifestiert, aber auf den niederen Ebenen der Aktivität sind sie Meister statt Sklaven. Wie das Kybalion sagt, die Weisen dienen auf der höheren Ebene, herrschen aber auf der niederen Ebene. Sie gehorchen den Gesetzen, die von oben kommen, aber auf ihrer eigenen Ebene und denen unter ihnen herrschen sie und geben Befehle. Und doch sind sie dabei ein Teil des Prinzips, anstatt sich ihm zu widersetzen. Der Weisemensch Stamm weiser weiser und Narr dem Gesetz unterworfen. Wer das begreift, ist auf dem besten Wege zur Meisterschaft. Das Kybalion Zum Schluss wollen wir noch einmal auf das hermetische Axiom hinweisen. Wahre hermetische Transmutation ist eine geistige Kunst. Das Kybalion In diesem Axiom lehren die Hermetiker, dass das große Werk der Beeinflussung der Umgebung durch mentale Kraft vollbracht wird. Da das Universum gänzlich mental ist, folgt daraus, dass es nur durch Mentalität beherrscht werden kann. Und in dieser Wahrheit liegt die Erklärung für all die Phänomene und Manifestationen der verschiedenen mentalen Kräfte, die in diesen frühen Jahren des 20. Jahrhunderts so viel Aufmerksamkeit und Interesse auf sich ziehen. Hinter und unter den Lehren der verschiedenen Kulte und Schulen bleibt das Prinzip der mentalen Substanz des Universums immer konstant. Wenn das Universum in seiner substanziellen Natur mental ist, dann folgt daraus, dass mentale Transmutation die Bedingungen und Phänomene des Universums verändern muss. Wenn das Universum mental ist, dann muss der Geist die höchste Kraft sein, die auf seine Phänomene einwirkt. Wenn dies verstanden wird, dann werden all die sogenannten Wunder und Wunderwerke klar als das gesehen, was sie sind. Das All-Eine ist der Geist, das Universum ist das Mentale, das Kybalion. Das ein es Das Vielen Dank.